Versorgung und Unterbringung der Flüchtlinge aus der Ukraine gehen soll. Und da sind wir schon beim Thema. Gerade in diesen Minuten ist eine Debatte hier im Deutschen Bundestag eröffnet worden. Da geht es darum, wie man sicherstellen kann, dass die Frauen, die kommen, die Kinder, die kommen, die Jugendlichen, die kommen aus der Ukraine, die Kriegsflüchtlinge. Denn es sind zu 84 Prozent beispielsweise Frauen und Mädchen, die aus der Ukraine hierher kommen und Schutz suchen und Unterkunft suchen. Und hier soll debattiert werden jetzt im Folgenden auf Antrag der CDU-CSU-Fraktion, ob man einen Masterplan braucht für eine Hilfe, für Sicherheit und für Integration dieser Frauen, Kinder und Jugendlichen aus der Ukraine. Wir hören mal rein, es spricht Dorothee Bär. ... auch mit ukrainischen Frauen aus unterschiedlichen NGOs, mit ehemaligen Abgeordneten gehabt, die uns nicht sehnlicher bitten, als wenn sie schon den Frieden in Europa verteidigen, dass wir wenigstens hier unsere Hausaufgaben machen. Wir haben es zugesagt, bitte machen Sie das auch. Applaus Der Dorothee Bär war das für die CDU-CSU-Fraktion, die diesen Antrag hier gestellt hat. Dieser Antrag ist Grundlage dieser Debatte, 13 konkrete Schritte, hat die Union hier vorgelegt. Und wir hören mal, was die SPD-Fraktion sagt, die Abgeordnete Ulrike Bahr. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, seit inzwischen sechs Wochen folgen wir mit wachsendem Entsetzen dem Horror des russischen Angriffs auf die Ukraine. Inzwischen befindet sich ein Viertel der ukrainischen Bevölkerung auf der Flucht. Etwa 300.000 Menschen, zum allergrößten Teil Frauen und Kinder, haben in Deutschland Aufnahme gefunden. Die Hilfsbereitschaft in der Zivilgesellschaft, aber auch in den Kommunen und bei den Wohlfahrtsverbänden ist beeindruckend. Denn dieser Krieg ist nicht nur geografisch nah, er ist auch emotional sehr nah an uns dran. 2018 hat eine Stipendiatin des Internationalen Parlamentarischen Stipendiums aus Kiew drei Monate in meinem Bundestagsbüro gearbeitet. Zum Abschluss im Sommer 2018 hat ihre ganze Familie mich im Bundestag besucht. Katharina hat anschließend in Deutschland Arbeit gefunden. Jetzt hat sie ihre Großmutter, Mutter und die kleine Schwester zu sich nach Berlin geholt. Vor zwei Tagen berichtete sie entsetzt über die Massaker in Utscha. Die Familie hatte eine Datsche kurz hinter Utscha und fragt sich jetzt, ob die ehemaligen Nachbarn noch leben und ob sie ihren Garten je wiedersehen können. In dieser emotionalen Ausnahmesituation möchten Katharinas Angehörige nicht verteilt werden, sondern brauchen ihre Tochter, Enkelin und Schwester als Stabilitätsanker und Orientierungshilfe und möchten darum in Berlin bleiben. Das ist wohl für jeden überaus nachvollziehbar. Solche niedrigschwelligen Zugänge, die unproblematische Einreise und der visumsfreie Aufenthalt für 90 Tage treten gelegentlich in Konflikt mit der unverzüglichen Registrierung. Unsere Innenministerin Nancy Faeser arbeitet seit Wochen an der Verbesserung der Registrierung. Die Bundespolizei geht regelhaft durch die Züge, kontrolliert die ukrainischen Pässe und macht auf die Registrierung und die damit verbundenen Vorteile aufmerksam. Die Ausländerbehörden vor Ort werden vom Bundesinnenministerium im Einsatz von PIK-Stationen unterstützt, die einen Abgleich mit europäischen Datenbanken ermöglichen. Nur über die Registrierung gibt es einen Zugang zu Leistungen, zum längerfristigen Aufenthaltsrecht und zu einer Arbeitserlaubnis. An Anrufen und Hotspots wie dem Berliner Hauptbahnhof weisen die Helferinnen und Helfer sowohl auf die Registrierung als auch auf die Gefahren privater Angebote hin. Denn Schutz kann nur funktionieren, wenn wir wissen, wer gekommen ist und Schutz braucht. Die meisten Geflüchteten lassen sich auch zeitnah registrieren. Nach meiner Wahrnehmung läuft sehr vieles inzwischen sehr gut und koordiniert. Denn wir können auf Erfahrungen und Strukturen aufbauen, die es seit 2015 gibt und die Bund und Länder gemeinsam fortentwickelt und verbessert haben. Die Bund-Länder-Zusammenarbeit sowohl im Innenressort als auch im Bereich Frauen und Familie ist eng abgestimmt. Richtig so. Die schnelle humanitäre Hilfe und der Schutz für geflüchtete Menschen aus der Ukraine ist kein gutes Feld für parteipolitische Profilierung. Hier müssen wir auf allen Ebenen, Bund, Länder, Kommunen, zusammenhelfen und tun das auch. Eine befreundete Jugendamtsleiterin aus Bayerisch-Schwaben hat mir berichtet, dass all die Integrationsmaßnahmen, die der Antrag der Union auflistet, in ihrer Kommune bereits umgesetzt werden. Parallel zu Sprachkursen gibt es Spielgruppen für Kinder unter sechs Jahren. Schwangere und Wöchnerinnen in den Unterkünften werden von Familienhebammen betreut. Die Bundesanstalt für Arbeit bietet regelmäßig Sprechstunden und Beratung in den Unterkünften an. Die 2016 gemeinsam mit UNICEF entwickelten Schutzkonzepte für Gemeinschaftsunterkünfte werden selbstverständlich angewendet. Auf die zentralen Bundesprogramme zur Integrationsförderung wird meine Kollegin Gülistan Yüksel noch eingehen. Auch das BMFSFJ hat viele seiner zentralen Informations- und Beratungsdienste mit Blick auf die ukrainischen Frauen und Jugendlichen erweitert. So zum Beispiel die Hilfe Telefone Gewalt gegen Frauen und Schwangere in Not. Ein Angebot in russischer Sprache gibt es bereits und Dolmetscherangebote auf ukrainisch sind in Vorbereitung. Der bundesweite Koordinierungskreis gegen Menschenhandel, COG e.V., ist Partner bei der Schulung von Bundespolizei, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und von Hilfsorganisationen. Ministerin Spiegel hat gestern aus einem Briefing vom Anfang dieser Woche mit dem COG berichtet, dass Hinweisen auf Missbrauch, Ausbeutung und Zwangsprostitution sehr sorgfältig nachgegangen wird. Besonders froh bin ich, dass es seit Ende letzter Woche eine bundesweite Koordinierung zur Versorgung, Unterbringung und Verteilung von Kindern und Jugendlichen gibt, die aus evakuierten ukrainischen Kinderheimen mit ihren Gruppen und ihren Betreuerinnen kommen. In Kooperation mit dem SOS-Kinderdorf-Bundesverband und dem Bundesverwaltungsamt können Kommunen Platzkapazitäten melden. Die Verteilung wird dann vom Bundesverwaltungsamt gesteuert. Und natürlich bleiben noch viele Fragen offen. Vormundschaft und Sorgerecht für die betroffenen Minderjährigen nach ukrainischem Recht sind oft nicht geklärt. Qualitätsstandards nach deutschem Jugendhilferecht können übergangsweise nicht garantiert werden. Hier brauchen wir schnell geprüfte Informationen und pragmatische Übergangslösungen, um auch den deutschen Einrichtungsträgern rechtssicheres Handeln zu ermöglichen und sie in ihrem Engagement nicht in Konflikt mit der Heimaufsicht zu bringen. Für die Finanzierung von Hilfen, zum Beispiel auch für Menschen mit Behinderungen, die ebenfalls in nennenswerter Zahl kommen und dringend Unterstützung brauchen, hoffe ich sehr auf eine schnelle Einigung bei der Ministerpräsidentenkonferenz heute Nachmittag. Es ist sehr gut, dass es für solche umfassende Hilfe einen sehr breiten Konsens über die Fraktionen hier gibt. Ganz besonderer Dank gebührt aber der Zivilgesellschaft. In meinem Wahlkreis Augsburg gibt es eine recht große ukrainische Community und einen sehr aktiven ukrainischen Verein, der sich mit viel Herzblut und Engagement für die Landsleute einsetzt und dabei sehr viel Unterstützung und Hilfe in der gesamten Stadtgesellschaft findet. Das erlebe ich auch anderswo genauso. Die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt vernetzt dieses großartige zivilgesellschaftliche Engagement für die Ukraine im Bündnis Alliance for Ukraine. Ich komme zum Ende. Ich bleibe zu hoffen, dass uns allen bei diesem Marathon nicht die Puste ausgeht. Die Menschen aus und in der Ukraine brauchen unsere Solidarität noch lange. Vielen Dank. Die Hilfsbereitschaft für ukrainische Geflüchtete in Deutschland ist groß. Nicht jede Hilfe, die angeboten wird, ist auch so gemeint. EU-weit mehren sich Berichte von Menschenhandel, auch von sexuellem Missbrauch von ukrainischen Frauen, auch in Deutschland. Und Politik- und Flüchtlingsorganisationen sind alarmiert und verschiedene Maßnahmen dagegen sind ergriffen worden. Beziehungsweise das Ganze muss natürlich beobachtet werden. Gottfried Kurio jetzt in der Aussprache hier von der AfD, den wir jetzt hören. Sehr geehrte Präsidentin, meine Damen und Herren, die vielen Pseudo-Flüchtlinge von 2015, Männer ohne ihre Familien, ohne Pässe, ohne Dank, ohne Rückkehrwillen, sie waren das, was sie waren. Jetzt lernt Deutschland wahre Flüchtlinge kennen, Frauen und Kinder mit Pässen, dankbar, rückkehrwillig. So unterscheidet sich diese Flucht von der Migrationswelle 2015 in allem fundamental, nur in einem nicht. Wieder weigern sich die politischen Zustände, die Lage zu kontrollieren und zu erfassen. Die allseitige Unterstützung der ukrainischen Flüchtlinge ist ja fraglos. Effektive Hilfe funktioniert aber nur, wenn die Helfer die Kontrolle haben über das, was sie tun. Deutsche Sicherheitsbehörden warnen, Schleuser würden die erleichterten Einreisebedingungen aktiv bewerben, gefälschte ukrainische Pässe in Umlauf bringen. Deutschland stehe damit auch für terroristische Gruppierungen offen. Die Innenministerin aber nimmt trotz dieser Warnungen Sicherheitsrisiken für Deutschland sehenden Auges in Kauf. Das kann nicht sein, meine Damen und Herren. Was es jetzt braucht, ist lückenlose Registrierung, Prüfung der Personaldokumente, Erfassung der Identität, Verhinderung von Trittbrettfahrern, die sich als Ukraine ausgeben oder im Strom der Flüchtlinge mit einreisen, um hier Asyl zu beantragen. Die Ukraine ist kein Land afrikanischer Austauschstudenten. Nur eine vollständige Registrierung macht eine gute Organisation der Versorgung und eine belastungsgerechte Verteilung möglich. Aber die Innenministerin verweigert die Registrierung ausdrücklich. So werden im Schatten einer echten Flüchtlingskrise Unberechtigte hierher gelockt. Ideal, um die Statistiken über illegale Migranten zu bereinigen, indem man sie im breiten Strom einer echten humanitären Zuwanderung, die unregistriert läuft, untertauchen lässt. Meine Damen und Herren, 2015 war kein Kontrollverlust, es war eine bewusste Kontrollverweigerung. Und jetzt droht sie sich zu wiederholen. Haben Sie denn nichts gelernt? Übrigens, so wie die illegale Migration jetzt in den Ukraine-Flüchtlingen versteckt werden, so soll jetzt der gesamte Missmanagement dieser Regierung als Kriegsfolge vertuscht werden. So sollen die schon im Februar vor Kriegsbeginn explodierten Energiepreise und die Inflation auf Kriegsverursacht umgedeutet werden. Dabei stecken da vor allem drin uferloses Drucken von EZB-Geld für EU-Schuldenstaaten. CO2-Besteuerung, was tatsächlich hinzukam, waren die hausgemachten Sanktionen, die uns selbst erheblich schaden. Das ist diese Regierung, sich gesinnungsethisch in die Brust werfen, aber Schaden vom deutschen Volk abwenden? Fehlanzeige, meine Damen und Herren. Was ist noch notwendig? Nicht-Ukrainer, die jetzt mit ankommen, müssen, wie die Massenzustromrichtlinie vorsieht, in ihr Heimatland zurück. Das alte Hunderttausender-Heer, die es sich nach wie vor auf Steuerzahlerkosten in Deutschland wohler gehen lassen, die 300.000 vollziehbar Ausreisepflichten Ausländer sind endlich zurückzuführen. Das setzt erhebliche Ressourcen frei bei Unterbringung, im Bildungswesen, bei der Staatsfinanzierung. Und bitte, rückführen, 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 nationale Kraftanstrengung nie umgesetzt. Reine Propagandaparolen werden diesmal nicht reichen. Und spätestens jetzt muss doch Schluss sein mit noch zusätzlichen globalistischen Umsiedlungs- und Resettlementprogrammen, meine Damen und Herren. Wichtig, die Flüchtlinge selbst wollen nach Ende der Kämpfe zurück. Die Ukraine braucht nicht den Zynismus von Arbeitsminister Heil, der hiesigen Fachkräftemangel durch Ukrainer decken will. Sie werden sehr bald in ihrer Heimat gebraucht. Und die Ukraine wünscht deshalb Unterricht nach ukrainischen Lehrplänen, aber keine schulische Integration nach Deutschland. Der Unterricht in der Ukraine sei intensiver, mit höheren Anforderungen in kürzerer Zeit. Außerdem könne, heißt es von Seiten der Ukraine, in Integrationsklassen die eigene nationale Identität Schaden nehmen. Liebe Altparteienpolitiker, wertvolle Hinweise. Man legt dort Wert auf Unterricht mit Niveau, statt Absenkung zur Verschleierung der Probleme durch sprachfremde Schüler. Und für alle, die jetzt gelb-blaue Fahnen schwenken, aber bestimmt nie die deutschen Farben. Man legt dort Wert auf nationale Identität und ihre Wahrung. Ich danke Ihnen. Gottfried Kurio war das von der AfD. Sie sehen, der Bundeskanzler Olaf Scholz hat seine Tasche hier gepackt auf der Regierungsbank und verlässt den Plenarsaal. Denn es trifft sich ja heute die Bund-Länder-Runde. Da geht es unter anderem darum, wie Menschen, die aus der Ukraine hierher nach Deutschland geflüchtet sind, gut versorgt werden können, gut untergebracht werden können. Wie sich Bund, Länder und Kommunen auch die Kosten teilen, um das Ganze auch zu gewährleisten. Jetzt hören wir die Bundesfamilienministerin, Anne Spiegel. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete, liebe Zuhörende. Es ist nun fünf Wochen her, dass dieser schreckliche Angriffskrieg von Putin in der Ukraine gestartet hat. Es sind schreckliche Bilder, die uns tagtäglich erreichen und die uns alle fassungslos machen. Aber sie machen uns nicht tatenlos. Wir handeln als Bundesregierung und das von Anfang an. Wir stehen zusammen und wir arbeiten daran, dass wir die zu uns fliehenden Frauen und Kinder aus der Ukraine vom ersten Tag an gut aufnehmen können. Unzählige haben sich auch ehrenamtlich engagiert, tun das nach wie vor, haben auch private Unterkünfte angeboten. Und für diese wirklich großartige Hilfsbereitschaft der vielen Ehrenamtlichen in der Bundesrepublik, die das Ankommen der Menschen, die Schreckliches und Traumatisches erlebt haben, erleichtert, möchte ich mich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich bedanken. Ich hatte gestern im zuständigen Ausschuss auch ausführlich berichtet, was wir auch in der Bundesregierung machen, um die ukrainischen Frauen und Kinder gut aufnehmen zu können. Ich möchte hier auch auf einige Punkte eingehen, die sehr wichtig sind. Zum einen gibt es die bundesweite Koordinierung für die Aufnahme ukrainischer Waisenheime und ihrer Betreuerinnen und Betreuer. Dann ist es sehr wichtig, dass wir diese Kinder, die in ihrem jungen Leben schon so viel durchgemacht haben, die Traumatisches im Krieg und auf der Flucht erlebt haben, dass wir sie als Gruppe zusammen behalten können mit ihren Betreuerinnen und Betreuern. Und deswegen gibt es zwei Säulen. Es gibt die SOS-Meldestelle, dankenswerterweise auch dank des großartigen Engagements der SOS-Kinderdörfer ins Leben gerufen. Hier können Kapazitäten für Unterkünfte, für Waisenheime gemeldet werden. Und dann erfolgt, und das ist die zweite Säule, über das Bundesverwaltungsamt, die auch Aufteilung nach dem Königsteiner Schlüssel auf die Länder. Und ich möchte an dieser Stelle auch ausdrücklich betonen, es gibt ein gemeinsames, unaufgeregtes und entschlossenes Handeln von Bund, Länder und Kommunen an dieser Stelle. Und das ist auch richtig. Und der gemeinsame Maßstab unseres Handels, das ist der Kinderschutz und das ist das Kindeswohl an dieser Stelle. Des Weiteren gibt es natürlich den Schutz, die Prävention der Frauen vor Menschenhandel und Zwangsprostitution. Und ich bin sehr froh zu wissen, dass die Strukturen, die damals aufgebaut wurden, in den Jahren 2015 und fortfolgende, beim Bundeskriminalamt, bei der Bundespolizei, bei dem LKA, aber auch beim COG, dem bundesweiten Koordinierungskreis gegen Menschenhandel, dass diese Strukturen ineinander greifen zum Schutz der Frauen, dass man vor Ort präsent ist und auch dafür sorgt, dass es eben dazu nicht kommt. Aber ich möchte auch betonen, dass es zum Glück nur Einzelfälle sind. Es sind zum Glück nur Einzelfälle, aber gut, dass man hier genau hinschaut und auch sensibilisiert ist. Und selbstverständlich, die Hilfetelefone, die Beratungsstellen, alles, was wir auch hier an Infrastruktur haben für von Gewalt betroffene Frauen oder Frauen in schwierigen Situationen, Schwangere in Not und anderes, die sind natürlich auch für die ukrainischen Frauen da. Und deshalb ist es wichtig, dass wir hier jetzt auch über Dolmetscherinnen und Dolmetscher diese Angebote entsprechend sprachlich auch zugänglich machen. Ich komme zu einem weiteren Punkt, der ein ganz besonders wichtiger ist und wo wir auch in der Bundesrepublik eine Verantwortung, ja eine Verpflichtung haben. Und das ist die Evakuierung von Holocaust-Überlebenden aus der Ukraine. Dank des großen Engagements der Jewish Claims Conference ist es unter anderem gelungen, dass gestern 47 Holocaust-Überlebende in die Bundesrepublik gebracht werden konnten. Das sind sehr schwierige Evakuierungen, denn die Menschen sind hochbetagt, sie sind teils schwerst pflegebedürftig. Aber es ist wichtig, dass wir hier auch zu der Verantwortung und Verpflichtung stehen, diese Menschen gemeinsam gut aufnehmen zu können. Und selbstverständlich stärken wir die vielen Ehrenamtlichen, die jetzt aktiv sind, nicht nur an den Bahnhöfen und den Ankunftspunkten. Nein, auch bei den tagtäglichen ersten Schritten der Integration sind sie da und stehen den ukrainischen Frauen und Kindern zur Seite. Und da möchte ich exemplarisch nennen die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt, die vom ersten Tag an sofort aktiv war und alles daran gesetzt hat, hier auch die entsprechenden Strukturen bereitzustellen. Und Organisationen wie etwa Menschen stärken, Menschen, wo über Patenschaften die ersten Schritte der Integration Hand in Hand gemeinsam gegangen werden. Das neben vielen weiteren tollen Aktivitäten, damit die ukrainischen Menschen hier gut ankommen können. Und dazu gehört eben auch der schnelle Zugang zu Integrationskursen, zu Sprachkursen. Und selbstverständlich tun wir was und selbstverständlich werden wir das auch weiter aufbauen, damit eben der Spracherwerb, aber auch der Zugang zum Arbeitsmarkt jetzt schnell vorangehen kann. Exemplarisch möchte ich hier nennen Mami lernt Deutsch, ein Sprachkurs des Familienministeriums, der dafür sorgt, dass auch nebenbei, dann neben dem Deutsch lernen für die Mütter, auch die Kinderbetreuung für die Kleinen mit dabei ist. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte abschließend sagen, dass ich in den nächsten Tagen nach Polen reisen werde. Es ist mir eine sehr wichtige Reise gemeinsam mit der Deutschen Kinderschutzorganisation. Ich treffe dort unter anderem die polnische Familienministerin. Und es ist wichtig, dass wir auch international in der Europäischen Union hier zusammenstehen und uns gemeinsam diese Herausforderungen annehmen. Damit die Menschen, die Schreckliches durchgemacht haben, und es sind überwiegend Frauen und Kinder, die hier auf der Flucht sind, damit die Menschen gut aufgenommen werden können. Damit sie selbstverständlich auch eine psychosoziale Versorgung bekommen. Das ist auch in den Strukturen des Ankommens natürlich mit drin. Und damit vor allen Dingen die Kinder, die traumatisiert sind zum Teil, die Schreckliches durchgemacht haben, damit diese Kinder wieder Kinder sein können. Das sollte unser aller Anstrengung wert sein. Danke. Die Bundesfamilienministerin Anders Spiegel hier zu dem Antrag der CDU-CSU-Fraktion. Also der politische Wille, beispielsweise auch schnellen Zugang zu Integrationskursen, zu Sprachkursen zu ermöglichen, ist bei allen hier sehr deutlich und sichtbar. Das muss natürlich dann auch noch umgesetzt werden. Und dazu auch muss das nötige Geld bereitstehen. Klara Bünger jetzt für Die Linke. Sehr geehrte Präsidentin! Sehr geehrte Frau Ministerin Spiegel! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Union gefällt sich ganz offensichtlich darin, die Aufnahme von Geflüchteten aus der Ukraine unter dem Label Sicherheit und Ordnung zu thematisieren. Wenn Sie jetzt noch einen Masterplan fordern, dann lässt das aus meiner Sicht nichts Gutes erahnen. Denn unter dieser anmaßenden Überschrift hatte Ex-Innenminister Seehofer zahlreiche Verschärfungen im Umgang mit Schutzsuchenden propagiert. Als Juristin sage ich Ihnen, Frau Bär, rechtlich gibt es momentan keine Möglichkeit, eine systematische Registrierung der Geflüchteten aus der Ukraine zu erzwingen, solange sie keine staatlichen Leistungen und keinen Aufenthaltstitel beantragen. Bis zum 23. Mai können sie sich legal in Deutschland aufhalten. Und dass die Übergangsverordnung jetzt auch noch verlängert werden soll, ist gut so. Sehr viele Geflüchtete können derzeit privat bei Bekannten und Verwandten unterkommen. Das ist doch positiv und sollte im Übrigen auch für andere Geflüchtetengruppen ermöglicht werden. Erlauben Sie eine Zwischenfrage? Nein, danke. Wenn es Ihnen wirklich ein Anliegen wäre, geflüchtete Frauen und Kinder vor patriarchaler Gewalt zu schützen, dann müssten wir hier vor allem über die Situation in den Lagern und Massenunterkünften sprechen. Denn dort sind die frauensexuellen Übergriffen meist schutzlos ausgeliefert. Das sagt übrigens auch das BKA im Innenausschuss. Und die Täter sind nicht nur Ehemänner, männliche Verwandte oder Mitbewohner, sondern Sicherheitsdienstmitarbeiter, Sozialarbeiter, Hausmeister, also Personen, die dort im staatlichen Auftrag tätig sind. Und was lernen wir daraus? Staatliche Kontrolle ist nicht gleichbedeutend mit Schutz für Frauen. Der beste Schutz für Frauen und Kinder wäre es, sie nicht in Massenunterkünfte und Ankerzentren zu stecken, wie es aber die Union seit Jahren für Abschreckung propagiert, sondern auf dezentrale Unterbringung zu setzen. Als sie in der letzten Legislaturperiode, und ich erinnere mich, eine Verschärfung nach der nächsten im Flüchtlingsrecht hier durch den Bundestag gejagt haben, hat sie die Sicherheit von Frauen herzlich wenig interessiert. Und vor diesem Hintergrund wirkt ihr Antrag heuchlerisch und aus meiner Sicht auch peinlich. Die Union fordert einen Hilfsgipfel. Wir denken auch, dass es einen Flüchtlingsgipfel braucht, um von Anfang an gute Abstimmungen von Bund, Ländern und Kommunen mit zivilgesellschaftlichen Akteuren und Fachverbänden zu gewährleisten. Denn Fachverbände wissen am besten über praktische Probleme Bescheid. Und ihre Kompetenz muss der Entwicklung kurz, aber mittel- und langfristiger Maßnahmen genutzt werden. Ich war diese Woche im Ankunftszentrum mit meiner Kollegin Petra Pau in Tegel. Das Ankunftszentrum ist das erste Zentrum deutschlandweit, in dem Berliner Hilfsorganisationen zusammen unter einem Dach arbeiten. Und das ist schon mal gut, weil Dinge so besser koordiniert werden können. Denn es kommen mittlerweile sehr viele Menschen an, besonders vulnerabler Gruppen. Darunter auch Menschen mit Kriegsverletzungen. Eine Mutter ist dort mit ihrem kriegsverletzten Sohn, der sehr schnell in ein Krankenhaus gebracht werden musste, angekommen. Dank der guten Zusammenarbeit konnte die Versorgung des Kindes professionell und schnell koordiniert werden. Das ist gut und man sollte eine Vorbildfunktion haben. Und dennoch gibt es sehr viele Baustellen. Immer noch müssen Schutzlücken geschlossen werden. Es muss sichergestellt werden, dass alle, die aus der Ukraine geflohen sind, geschützt werden. Das heißt, auch Drittstaatlerinnen und insbesondere Studierende brauchen diese Rechtssicherheit. Wir müssen aber auch diejenigen schützen, die sich dem Kriegsdienst in Russland verweigern und diejenigen, die in Russland gegen den Krieg protestieren. Ich bekomme immer mehr Anfragen von Menschen aus Russland, die fliehen wollen. Wir dürfen diese mutigen Menschen nicht alleine lassen. Und schließlich lassen Sie uns das diskriminierende Asylbewerberleistungsgesetz endlich aufheben. Wir wollen alle Schutzsuchenden gleich behandeln und zwar menschenwürdig. Vielen Dank. Sagt Klara Bünger, die Sprecherin für Fluchtpolitik der Linksfraktion. Nach einer Kurzintervention erteile ich das Wort der Kollegin Silke Launert. Fischenfrage nicht zugelassen haben. Es hätte genau zu dem Satz, rechtlich gibt es keine Möglichkeit, diese Identifizierung durchzuführen, Registrierung durchzuführen, weil es hätte genau dazu gepasst und dann hätten die Nachfrage das ergänzt. Meine Frage ist, und damit haben Sie recht, wir von der Union hätten gerne eine Registrierung, möglichst grenznah eine Feststellung, wer alles im Land ist und danach, vielleicht sogar dort vor Ort oder spätestens danach die Registrierung. Meine Frage im Innenausschuss, ob es denn möglich ist, das rechtlich zu ermöglichen, dass es geht, also eine gesetzliche Grundlage zu schaffen, wofür wir als Gesetzgeber auch zuständig sind, entweder national oder europarechtlich. Diese Frage wurde ganz klar bejaht von der Innenstaatssekretärin und es ist auch so, man kann diese rechtliche Grundlage schaffen und daher tut es mir leid, dass Sie hier so blenden und so tun, als wäre das rechtlich nicht möglich. Wir sind dazu da, so etwas zu schaffen, wenn es zweckmäßig ist und gerade bei großen Zahlen ist es zweckmäßig. Denn wir wollen auch helfen, aber es soll strukturiert sein. Wir müssen wissen, wie viele Kinder da sind, wenn die in die Schulen kommen. Wir müssen uns vorbereiten, deshalb ist es echt schade, dass Sie hier so falsche Auskünfte geben oder so Halbwahrheiten. Sagen wir es mal so. Silke Launert war das für die CDU-CSU-Fraktion. Sie haben es ja selber irgendwie auch erkannt, dass Sie da falsch liegen. Sie haben gesagt, Sie wollen gerne eine rechtliche Möglichkeit dafür schaffen, dass die Menschen registriert werden. Ich habe die tatsächlich rechtliche Lage beschrieben, wie sie ist, dass es derzeit keinen Zwang zur Registrierung gibt. Und ich denke, das sollte auch so bleiben. Ja, an den Grenzen gibt es keine festen Kontrollen. Menschen mit ukrainischem Pass dürfen sich ja neu sich in der Debatte ohne Visum in der EU aufhalten. Jetzt für die FDP Gide Jensen die stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Vielen Dank, Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich, liebe Union, dass Sie in Ihrem Antrag familienpolitisch genau die Programme aufzählen, die wir als Koalitionsfraktionen auch für eine gute Unterstützung für die ukrainischen Frauen, Kinder und Jugendlichen identifiziert haben und die im Übrigen im Familienministerium seit Wochen mit ganz großem Engagement entsprechend angepasst wurden, angepasst werden und mit eigenen Webauftritten, mit Übersetzungen und deswegen auch gerade zielgerichtet an Ukrainerinnen gerichtet sind. Stichworte sind da frühe Hilfen, sind Sprach-Kitas, stark im Beruf oder auch das Programm Menschen stärken Menschen. Dass es da bei diesen einzelnen Programmen natürlich auch darum geht, sie haushalterisch zu stärken, das haben wir auf dem Schirm und da freuen wir uns auf die Zusammenarbeit im Rahmen der Haushaltsberatungen. Und ich weiß natürlich auch, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Union, dass Sie an Ihrem gefühlten Alleinvertretungsanspruch als Fürsprecher der Anliegen der Kommunen hier in Deutschland festhalten. Diese Zeiten, die sind aber auch schon lange vorbei. Und wenn Sie da ganz ehrlich sind und sich vermeintlich für die Kommunen in die Bresche werfen wollen, dann geht das nicht ganz einher. Das, was ich höre, das, was wir hören aus den Abstimmungen mit Bund, mit Ländern, vor allen Dingen mit den Kommunen, ist, dass die Abstimmungen sehr, sehr konstruktiv laufen. Auf Ihren Wunsch zum Beispiel wurde diese zentrale Koordinierungsstelle für die Versorgung von Heim- und Baisenkindern auf Bundesebene eingerichtet. Wer allerdings nicht konstruktiv ist, das ist die CSU in dieser Debatte, und zwar schon seit Wochen. Wenn unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, wenn Minderjährige mit Betreuern einreisen, wir haben das gehört, auch in der Debatte Einzelplan 17 in der vergangenen Woche, dann sollten diese Kinder auch entsprechend betreut werden und möglichst schnell Zugang zu Leistungen vom SGB VIII erhalten und nicht unter das Asylbewerberleistungsgesetz fallen. Letzteres ist natürlich im Sinne einer restriktiveren Haushaltsführung, aber dann stellen Sie sich hier bitte nicht hin und sagen, Ihnen liegt das Wohl des Kindes im Mittelpunkt. Dann stellen Sie bitte diese Anträge nicht, sondern dann machen Sie bitte Folgendes, rufen Sie Ihren MP an in Bayern und sagen Sie ihm, er soll sich bitte nicht länger querstellen, auch im Rahmen der MPK nicht, und daran arbeiten, dass nicht PMs herausgegeben werden, die eine Einigung, die er vorher zugestimmt hat, im Nachhinein ganz anders lauten. Jetzt gehe ich noch auf Ihren Antrag ein. Sie schreiben in Ihrem Antrag, den Schutz für Sie müssen wir jetzt in den Vordergrund stellen und Ihre Integration ermöglichen. Ein gut organisierter Staat ist die Grundlage dafür, dass Hilfe, Sicherheit und Integration für ukrainische Frauen, Kinder und Jugendliche gelingt. Ich muss Ihnen sagen, es macht mich ein bisschen traurig, und zwar aus dem Grund, weil es so floskelhaft klingt, weil Sie mit dem Schlagwort Integration der damit verbundenen Herausforderungen gar nicht gerecht werden, und zwar einerseits nämlich zu ermöglichen, dass diejenigen, die hier ankommen, sofort einen Platz in unserer Gesellschaft erhalten und sich zumindest auch für eine Zeit hier ein Leben aufbauen zu können und gleichzeitig den starken Wunsch, auch zu respektieren, Ihre ukrainische Heimat außerhalb des ukrainischen Territoriums hier weiter zu bewahren, bis Sie nach Hause zurückkehren. Unsere Bundesbildungsministerin kümmert sich zum Beispiel im Bildungsbereich genau darum, dass das Miteinander verzahnt ist. Und dann werden wir noch ganz kurz, Frau Präsidentin, beim Stichwort Masterplan. Ich verstehe natürlich Ihren Wunsch. Ich war auch hier in der letzten Legislatur dabei. Das Innenministerium hat sich da ungern an Absprachen mit anderen Häusern beteiligt. Aber auch diese Zeiten sind vorbei. Deswegen brauchen wir flexible, schnelle Lösungen auf allen Ebenen, aber nicht einen staatlich zentral verordneten Masterplan. Wir freuen uns dennoch auf die Beratung im Ausschuss. Vielen Dank. Applaus Das sagte Gide Jensen für die FDP-Fraktion, die stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Und es ist ja auch noch vieles im Fluss, was Versorgung, Unterbringung und erst recht, wenn wir weiter schauen, auch was die Integration für die Kinder in der Schule, in der Kita, möglicherweise die Frauen dann auf dem Arbeitsmarkt anbelangt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, seit sechs Wochen herrscht Krieg auf europäischem Boden. Und die Bilder werden von Tag zu Tag schrecklicher, unerträglicher und brutaler. Und das hat zur Folge, dass ein Viertel des ukrainischen Volkes sich auf der Flucht befindet. Vier Millionen Menschen haben ihr Land verlassen. Und es ist unsere Pflicht in Europa und in Deutschland, diesen europäischen Binnenflüchtlingen Obhut und Schutz zu gewähren. Und wir fühlen mit den Menschen, sie sind uns nicht nur geografisch, sondern auch emotional nahe. Und deswegen gibt es in Deutschland eine große Hilfsbereitschaft. Und deswegen möchte ich an dieser Stelle allen danken, die Menschen aufnehmen bei sich zu Hause, bei den Ehrenamtlichen, aber auch bei den Hauptamtlichen in unseren Behörden, die damit betroffen sind, mit dieser Aufgabe ein herzliches Dankeschön. Und jetzt wäre es Aufgabe dieser Bundesregierung, diese Hilfsbereitschaft aufzunehmen, zu fördern, zu unterstützen, damit es weitergeht und Hilfe bestmöglichst zu organisieren. Durch diese Bundesregierung hinkt es seit sechs Wochen der Entwicklung hinterher. Wir haben keine durchgehende Personenfeststellung. Wir haben kein gleichmäßiges System der Registrierung, keine gut organisierte Verteilung der Menschen innerhalb von Deutschland. Und vor allem, Frau Ministerin Spiegel, wir haben keinen ausreichenden Schutz von Frauen und Kindern, wenn sie hier bei uns in Deutschland ankommen. Die Bundesregierung weiß nämlich bis heute nicht, wer, wie viel und wo die Menschen sich aufhalten. Im Übrigen ganz anders als Polen, das viel stärker belastet ist durch die Flüchtlingszahlen. Und gleichzeitig erklärt Frau Ministerin Faeser, die heute im Übrigen wieder mal mit Abwesenheit glänzt, wie oft, in ihren vielen Interviews etwa Folgendes. Die Polizei kontrolliert sehr intensiv in Bussen und Zügen. Besonders die Drittstaatler ohne ukrainischen Pass werden kontrolliert und registriert. Dies hat zwei Dinge zur Folge. Erstens, sie erkennt mit diesen Aussagen an, dass eine Kontrolle notwendig ist, sonst würde sie es nicht immer wieder behaupten. Das Zweite ist aber, diese Behauptung der Frau Faeser zuletzt in der Leipziger Volkszeitung am vergangenen Samstag stimmt mit der Wahrheit und der Realität nicht überein. Es gibt keine vollständige Personenfeststellung in Deutschland, die durchgeführt wird, insbesondere nicht bei Drittstaatlern, meine Kolleginnen und Kollegen. Und deswegen wird die Innenministerin ihrer Aufgabe nicht zurecht, zu wissen, wer und wie viel in Deutschland ist. Und das ist ihre Verantwortung. Und sie schadet damit nicht nur den Sicherheitsinteressen unseres Landes, sondern den vielen Menschen, Frauen und Kindern, die deshalb keinen Schutz erfahren können. Sie haben nichts gemacht, die beiden Ministerinnen, weder Frau Faeser noch Frau Spiegel. Wir haben im Innenausschuss darauf hingewiesen, einzige Antwort, wir werden die Bundespolizei sensibilisieren. Bis heute keine Schutzzonen, kein Schutzkonzept. Frau Ministerin Spiegel, Sie haben gerade gesagt, Sie würden unaufgeregt handeln. Wegen mir können Sie auch aufgeregt handeln. Hauptsache Sie handeln. Und die Ministerin Faeser ist auch auf europäischer Ebene gescheitert. Ja, die Massenzustromsrichtlinie wurde aktiviert. Das haben wir auch von Anfang an begrüßt. Es ist ein gutes Mittel, den Menschen aus der Ukraine schnell und unbürokratisch hier Aufnahme zu gewähren. Aber es wurde entgegen den Vorschriften in der Richtlinie selbst nicht beim Beschluss festgestellt, wie die Aufnahmekapazitäten in den einzelnen europäischen Ländern sind. Und jetzt ist die Frau Ministerin Faeser nach Brüssel gereist mit der Forderung einer verbindlichen Quote letzte Woche. Sie ist gescheitert. Sie ist ohne Ergebnis nach Deutschland, nach Berlin zurückgekommen. Es gibt keine Solidarität in diesem Bereich auf europäischer Ebene. Die Ministerin ist gescheitert. Und sie möge hier eine Lernkurve hinlegen für zukünftige Verhandlungen, auch in anderen Bereichen der Migration, damit sie so nicht nochmals scheitert, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und das sieht offensichtlich auch der Koalitionspartner der Frau Ministerin so, insbesondere die Grünen. Ihr Vorsitzender hat einen Krisenstab im Bundeskanzleramt gefordert. Ebenso die Vizepräsidentin Frau Göring-Eckardt. Und bei der FDP nicht viel anders. Der Herr Migrationsminister Stamm aus Nordrhein-Westfalen fordert ebenso diesen Krisenstab im Kanzleramt. Und auch außerhalb der Politik. Der Flüchtlingsbeauftragte der EKD fordert ebenfalls einen Krisenstab. Nicht mehr beim Innenministerium, sondern Zusammenführung, Chefsache im Bundeskanzleramt. Ich hoffe, der Bundeskanzler hört diese Rufe aus seiner Koalition und beispielsweise aus der evangelischen Kirche. Herzlichen Dank. Wie gesagt, Alexander Trom hier für die CDU-CSU-Fraktion. Er ist der innenpolitische Sprecher und hat hier auch den beiden Ministerinnen, Anne Spiegel und auch der Bundesinnenministerin Faeser, Versäumnisse vorgeworfen. Hören wir mal, was die Sozialdemokraten dazu sagen. Die Abgeordnete Gülistan-Yüksel, Mitglied im Innenausschuss. Kollege Trom, zu Ihnen vielleicht am Anfang. Ich glaube, Ihnen müsste bekannt sein, dass die Ministerin heute entschuldigt ist. Und deswegen finde ich das einfach unwürdig, dass Sie das immer wieder in jeder Debatte versuchen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Nachrichten und Bilder aus der Ukraine zerreißen einem das Herz. Noch vor ein paar Wochen gingen die Ukrainerinnen und Ukrainer ihrem normalen Alltag nach, so wie wir hier. Kinder gingen zur Schule und verabredeten sich zum Spielen. Menschen gingen morgens zur Arbeit, unternahmen abends etwas mit ihrer Familie und machten Pläne fürs Wochenende. Doch plötzlich ist alles vorbei. Putins Angriffskrieg hat die Menschen in der Ukraine aus ihrem Leben gerissen. Putins Bomben legen Wohnhäuser und Krankenhäuser in Schutt und Asche. Menschen müssen ansehen, wie ihre Lieben sterben. Dieses unermessliche Leid ist nicht in Worte zu fassen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Menschen, die zu uns fliehen, bieten wir zuallererst Schutz. Das ist unsere humanitäre Pflicht. Diesen Schutz geben wir ihnen gemeinsam mit unseren europäischen Partnern, gemeinsam mit Bund, Ländern und Kommunen, gemeinsam mit vielen ehrenamtlichen, hauptamtlichen Helferinnen und Helfern. Und auch wenn es heute schon mehrmals gesagt wurde, man kann es nicht oft genug sagen. Danke an alle engagierten Helferinnen und Helfer. Solche humanitären Katastrophen können wir nur gemeinsam bewältigen. Deshalb ist es wichtig, dass wir zusammenarbeiten und solidarisch zusammenstehen. Die reiche Aktivierung des Massenzustroms-Richtlinie zeigt, dass die Idee eines solidarischen Europas mehr denn je mit Leben gefüllt ist. Die Richtlinie ermöglicht den Schutzsuchenden europaweit eine schnelle und unbürokratische Aufnahme sowie schnellen Zugang zu verschiedenen Bereichen des Lebens, zur Bildung, zum Arbeitsmarkt, aber auch zur Sozialleistung und zur medizinischen Grundversorgung. Hierunter fällt auch eine psychische Behandlung, die besonders wichtig ist, denn Krieg und Bomben traumatisieren. Das Abschiednehmen von Söhnen, Vätern, Brüdern, Ehemännern, nicht wissend, ob man sie wieder sieht, traumatisiert. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es gibt viele Ukrainerinnen und Ukrainer, die erst mal bei Verwandten und Freunden unterkommen. Ich finde es richtig, den Flüchtenden und teilweise traumatisierten Menschen diese Möglichkeit zu geben. Denn nach geltendem Recht können sie sich 90 Tage visumsfrei in Europa aufhalten. Bleiben sie länger bei uns oder brauchen sie staatliche Unterstützung, werden sie ohnehin registriert. Also ich verstehe diese Debatte, die Sie hier führen, überhaupt nicht. Liebe Kolleginnen und Kollegen der Union, an Ihre Richtung. Nachdem ich miterlebt habe, wie Sie in den letzten zwei Legislaturperioden in der Integrationspolitik agiert haben, was alles blockiert wurde und nicht ging, Stichwort Integrationskurse für alle von Anfang an, dann freue ich mich zwar, dass die Rolle in der Opposition wohl jetzt etwas zur Einsicht beigetragen hat, wundere mich aber umso mehr über den vorliegenden Antrag, den Sie hier vorgelegt haben. Wenn die Union von einem Masterplan spricht, denke ich zuerst an Horst Seehofer. Dessen Masterplan war nun wirklich alles andere als gute Migrations- und Integrationspolitik. Da ging es vor allem um Verschärfung und Asylrecht. Es ging nicht um das Wichtigste, den Schutz der geflüchteten Menschen. Ich bin froh, dass wir mit Nancy Faeser nun eine Innenministerin haben, die die Herausforderungen tatkräftig angeht. So gibt es ein neu eingerichtetes zentrales Hilfeportal German for Ukraine, das gebündelt auf ukrainisch und russisch über Aufenthalt, Hilfsangebote, Unterkünfte und ärztliche Versorgung informiert. Sobald die Geflüchteten im Netz der Telekom ankommen, werden sie mit einer SMS auf das Hilfeportal hingewiesen. In den Ankunftsbahnhöfen und Unterkünften sind die Helfenden für mögliche Gefahren sensibilisiert. Flyer und Anzeigetafeln warnen zusätzlich und klären über dubiose Hilfsangebote auf. Die Bundespolizei ist verstärkt präsent und unterstützt den sicheren Ablauf vor Ort. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wichtig ist aber auch, dass die Menschen schneller Struktur und Alltag bekommen, durch Zugang zum Bildungssystem und zum Arbeitsmarkt, aber auch durch Angebote, die ein gutes Ankommen ermöglichen. Deshalb stehen den Geflüchteten vielfältige Angebote zur Verfügung. So hilft zum Beispiel die individuelle Migrationsberatung bei Fragen direkt nach der Ankunft. Es gibt Erstorientierungskurse zum Einleben in Deutschland, Integrations- und Sprachkurse sowie Kurse speziell für Frauen, kostenlose Online-Angebote zum Deutschlernen, aber auch zusätzliche Berufssprachkurse, um den Zugang zum Arbeitsmarkt zu erleichtern. Angesichts der vielen Frauen und Kinder, die zu uns kommen, ist auch eine Kinderbetreuung sehr wichtig. Lassen Sie mich auch dazu zwei Beispiele nennen. Das gerade gestartete Bundesprogramm Integrationskurs mit Kind unterstützt die Kursteilnehmerinnen bei der Betreuung nicht schulpflichtiger Kinder. Oder das Bundesprogramm Stark im Beruf, welches Frauen mit Kindern bei der Orientierung in Deutschland und bei der Integration in unseren Arbeitsmarkt hilft. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie sehen, wir haben bereits viele gute neue und alte Unterstützungs- und Hilfsangebote für Geflüchtete geschaffen. Unter Leitung des Bundesinnenministeriums stimmen Bund und Länder sich außerdem wöchentlich in der extra geschaffenen Bund-Länder-Koordinierungsstelle Ukraine ab. Heute findet auch die Ministerpräsidentenkonferenz statt, in der es unter anderem um die Klärung der offenen Finanzierungsfragen geht. Ich wünsche mir, dass diese nicht ewig dauert und diskutiert wird, sondern dass wir gemeinsam alle an einem Strang ziehen. Und während die Union an vermeintlichen Masterplänen tüftelt, arbeiten wir weiter konsequent an pragmatischen und guten Lösungen. Denn die fliehenden Menschen brauchen vor allem eins. Auch das müsste Ihnen endlich mal bekannt sein. Sie brauchen schnell und unbürokratisch Schutz und Hilfe. Herzlichen Dank. Gülistan Yüksel war das für die SPD-Fraktion. Sie sitzt im Ausschuss für Inneres und Heimat. Es sind ja ganz verschiedene Ressorts, auch betroffen, wenn wir hier darüber reden, beziehungsweise der Bundestag sich mit diesem Antrag der Unionsfraktion beschäftigt, wie ein Masterplan für Hilfe, Sicherheit, Integration für ukrainische Frauen, Kinder und Jugendliche aussehen könnte. Auch eine bildungspolitische Querschnittsaufgabe natürlich. Nicole Höchst jetzt dazu für die AfD. Vielen Dank für diesen Antrag, denn er zeigt, dass Sie von der Union die erste Stufe der bitteren Erkenntnis erklommen haben, die da lautet, Ihre Zuwanderungspolitik auf dem Flüchtlingsticket hat zu Kontrollverlust in verschiedenen Bereichen geführt. Sie stellen vollkommen zutreffend fest, Sicherheit und Schutz geht nur, wenn wir wissen, wer zu uns gekommen ist und bei wem Sie oder er untergekommen ist. Damit sind Sie schon mal einen Schritt weiter als die jetzige Bundesregierung, die Ihren Merkel hoch, nun sind Sie halt da, Kurs seit 2015 fortsetzt. Vielen Dank, Union, für gutes Beispiel von partieller Amnesie, das uns heute als Antrag vorliegt. Ich freue mich, dass Sie nun die Sicherheit für Frauen, Kinder und Jugendliche für sich entdeckt haben, zwar spät, aber immerhin. Aber warum die Einschränkungen auf ukrainische Flüchtlinge? Kontroll- und Niveauverlust wurde Deutschland jüngst auch für die Bildung mit Blick von außen bescheinigt. Dies nahmen Bildungspolitiker der AfD aus Bund und Ländern am vergangenen Montag auch in den Blick bei ihrer Resolution zur Beschulung von ukrainischen Flüchtlingskindern. Diese sollen in Deutschland bestmöglich auf die Rückkehr in ihr Heimatland vorbereitet und Forderungen aus der Ukraine hierbei beachtet werden. Wir erkennen das Recht ukrainischer Schüler auf schulische Bildung an. Selbstverständlich muss für sie schulische Bildung in Deutschland gesichert werden, auch zu einem Zeitpunkt, in dem die Schulen durch Lehrermangel und durch Corona-Maßnahmenpolitik der langjährigen Bildungsnotstandsleugner in Bund und Ländern ohnehin am Rande der Belastungsgrenze stehen. Ein Konzept zur Beschulung von ukrainischen Flüchtlingskindern muss die Bedürfnisse der Schüler und die bildungspolitischen Forderungen aus der Ukraine zur Grundlage nehmen, die die ukrainische Generalkonsulin Irina Tibinka während der Kultusministerkonferenz im März geäußert hat. Die Ukraine ist eine stolze Nation, die um ihre Unabhängigkeit kämpft und ihre Eigenständigkeit bewahren möchte. Anders als im Jahr 2015 handelt es sich im Jahr 2022 überwiegend um Kriegsflüchtlinge, die nicht in Deutschland bleiben, sondern in ihre Heimat zurückkehren werden. Leider hat No Borders, No Nation Deutschland aus 2015 und Corona nichts gelernt und hat es somit generell, Schutz- und Bildungsversprechen zu halten, solange die Weichen nicht, wie zum Beispiel nach dem Vorbild Polens, ganz grundsätzlich neu gestellt werden. Doppelpunkt. Grenzzaun, Grenzsicherung, schnelle Verfahren, rigorose Abschiebungen, nicht bleibeberechtigter. Die Aufnahme ukrainischer Flüchtlinge zeigt uns in Deutschland Dinge, die Sie alle, meine sehr verehrten Damen und Herren, die letzten Jahre... Und ich erteile das Wort Julian Pahlke, Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Demokratinnen und Demokraten, vielleicht erst mal ein paar Worte hier an den ganz weit rechten Rand. Ich bin sehr froh, dass sich der Verfassungsschutz um Sie kümmert. Sie sind ein Sicherheitsrisiko für dieses Land. Wir leben in wahrlich ungewöhnlichen Zeiten. Die Union schwingt sich zum Retter geflüchteter Menschen auf. Ich bin fast ein bisschen erschrocken. Das hätte Ihnen nach 16 Jahren Asylrechtsverschärfung und Obergrenzen, hätte ich Ihnen das gar nicht zugetraut. Schaut man aber auch nur ein bisschen genauer hin, dann wird klar, für die Union gibt es offenbar zwei Arten von geflüchteten Menschen. Einmal ukrainische Frauen und Kinder, die jetzt von dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine fliehen, und dann alle anderen. Stimmt, unter den Geflüchteten aus der Ukraine sind viele Frauen und Kinder, für die die Bundesregierung und unsere Ministerin Anne Spiegel eben, wie sie auch schon berichtet hat, eine ganze Reihe an Maßnahmen beschlossen hat. Aber es fliehen eben nicht ausschließlich Frauen und Kinder, auch wenn die Union das gerne so hätte. Plötzlich wollen Sie SIM-Karten an Geflüchtete verteilen. Ist ja eine nette Idee. Aber warum denn nur an Frauen? Und warum nur an ukrainische Staatsangehörige? In guter alter Unionsmanier lassen Sie etliche Menschen außen vor. Sie ignorieren Menschen, die keinen ukrainischen Pass haben, die männlich oder queer sind. Alte Menschen, Menschen mit Behinderung, Menschen, die in der Ukraine gearbeitet oder studiert haben. Flucht hat viele Gesichter. Flucht ist nicht nur weiß und weiblich. Ich hatte gehofft, dass die grauen Herren bei der CDU und CSU ihr neu entdecktes Mitgefühl auch für etwas Sinnvolles nutzen. Aber auch jetzt reden Sie nur von Kontrollen und Registrierungen. Dabei sind die juristisch überhaupt noch nicht mehr möglich. Ihre Agenda war doch in den letzten Jahren eine ganz andere. Abschiebezentren, Arbeitsverbote, Hau-Ab-Gesetz und Ihre absurde Obergrenze. Ich würde ja gerne glauben, dass Sie jetzt ein ehrliches Interesse am Schutz von Menschen auf der Flucht entwickelt haben. Ihre Politik überall dort, wo Sie an der Macht sind, spricht aber eine andere Sprache. Für die wenigsten Probleme sind Ihre pauschalen Forderungen nach sogenannten Grenzkontrollen eine Lösung. Die Identität Geflüchteter wird bereits bei jedem Grenzübertritt in Polen, Ungarn oder Rumänien festgestellt. Danach ist die Bundespolizei an den Grenzen der Bundesrepublik präsent, kontrolliert in den Zügen die Pässe. Das habe ich selbst gesehen, als ich aus Warschau nach Berlin gefahren bin. Wir brauchen keine zusätzliche Registrierung und aufwändige Grenzkontrollen, die die Flucht weiter verzögern und nur Ihre Seehofer-Nostalgie bedienen. Wir leben in ungewöhnlichen Zeiten. Es sind Zeiten, in denen wir zeigen können, zu was wir in der Lage sind, so wie die Zehntausenden Freiwilligen. Sie helfen an den Bahnhöfen, bei Behördengängen, verschaffen Wohnungen und helfen überall da, wo es nötig ist. Nicht erst seit dem 24. Februar, sondern seit 2015. Reden Sie von der Union und jetzt bitte nicht davon, christlich zu handeln, wenn Sie gleichzeitig Menschen im Mittelmeer ertrinken lassen. Herzlichen Dank. Julian Pahlke wartet für die Grünen. Er sitzt im Bundestagsinnenausschuss. Und der nächste Redner in der Debatte, Stefan Thomi, FDP-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Verehrte Kolleginnen und Kollegen! Liebe Kollegin Doro Bär, liebe Alexander Throm, bei Ihren Debattenbeiträgen habe ich mich erinnert an das Schauspiel Der zerbrochene Krug von Heinrich von Kleist. Da geht es um den Dorfrichter Adam, der über eine Tat zu Gericht sitzen muss, von der er genau weiß, dass er selber sie begangen hat. Ein bisschen das kam mir in den Sinn, als Sie aufgezählt haben, welche Fehler und Versäumnisse dieser Regierung sich zu schulden kommen ließen. Es sind eigentlich die Fehler und Versäumnisse Ihrer Regierung aus letzten Flüchtlingskrieges, 2015, folgende. Ein nationalen Flüchtlingsgipfel, entsinne ich mich sehr gut, hielt die Union in den Jahren 2015 folgende für völlig unnötig. Oder ein anderes Thema, eine gleichmäßige europäische Verteilung der Flüchtenden ist auch der Union in der letzten Krise nicht gelungen. Von daher sind es die gleichen Versäumnisse und Fehler, die damals schon geschehen sind, die Sie jetzt uns vorhalten. Und auf der anderen Seite bedarfsorientierte Unterstützung, psychosoziale Betreuung. Gab es das dann in den Jahren 2015 folgende? Nein, all das gab es nicht. Das sind Ihre Versäumnisse und Fehler gewesen, die Sie jetzt uns vorwerfen und die Frau Spiegel wahrscheinlich besser meistert, als Ihnen damals gelungen ist. Und dann gibt es eine ganze Reihe von Punkten, die machen wir doch eigentlich. Ja, Sie fordern jetzt, die Beförderungsabläufe zu verbessern. Bundesminister Volker Wissing hat im Verkehrsministerium einen Koordinationsstab eingerichtet, der genau das tut und leistet, was Sie eigentlich fordern. Jetzt kann man sagen, es läuft doch nicht alles perfekt, noch nicht alles rund. Ja, weil die Dinge sich auch laufend ändern. Aber es ist im Gange, es läuft, wie ich finde, eigentlich schon sehr gut. Oder Schulangebote für Kinder. Wovon spricht denn Bildungsministerin Stark-Watzinger jeden Tag? Und ich finde, dass die Kommunen die Beschulung für die Kinder in den Schulen eigentlich sehr gut meistern. Aber das heißt nicht, dass ich jetzt alles falsch fände, was in Ihrem Antrag drinsteht. Thema Registrierung. Ja, natürlich wäre es gut, um bedarfsgerechte Angebote für die Frauen und Kinder zu unterbreiten, dass wir ein genaues Bild haben, wie viele Menschen sind denn da und wer ist da. Nur, es ist eben, das haben wir ja gerade eben in der Kontroverse gehört, rechtlich und auch faktisch nicht ganz so einfach. Denn wenn ein ukrainischer Staatsangehörige mit biometrischem Pass in den Schengen-Raum einreist und vielleicht im Privat-Pkw von Freunden, Bekannten, Verwandten über Polen, Slowakei, Ungarn, Österreich nach Deutschland kommt oder Tschechien und sich dann hier innerhalb von 90 Tagen keine Leistungen beantragt und vielleicht auch wieder weiterreist oder ausreist, dann ist es rechtlich und faktisch gar nicht so einfach zu erkennen, da ist jemand da. Erlauben Sie noch eine Zwischenfrage des Kollegen Throm? Throm, habe ich gesehen, sehr gerne, Kollege Throm, gerne. Ich danke Ihnen, Herr Kollege Throm. Ich danke Ihnen zunächst einmal auch, dass Sie eingangs Ihrer Rede bestätigt haben, dass in dieser Bundesregierung entsprechende Fehler und Versäumnisse passieren. Sie haben die zwar dann bezogen auf das Jahr 2015, 2016, aber schade ist, dass diese Versäumnisse in Ihrer Bundesregierung jetzt 2022 zumindest wiederholt werden, nach Ihrer eigenen Aussage. Das Zweite, was ich fragen will, Sie haben darauf hingewiesen, dass zu Recht Ukrainer mit biometrischen Pässen hier nach Deutschland kommen dürfen und Freizügigkeit genießen. Ich frage Sie aber, wie Sie denn feststellen, dass die ukrainischen Staatsbürger tatsächlich biometrische Pässe besitzen. Müssen Sie dazu nicht eine Personenfeststellung durchführen? Frage 1 und Frage 2. Sie waren, glaube ich, gestern dabei im Innenausschuss, als der Präsident der Bundespolizei bestätigt hat, dass genau diese Personenfeststellung auch in den Zügen und Bussen nicht vollständig stattfindet. Können Sie das bestätigen? Also, Herr Kollege Throm, zunächst einmal habe ich nicht von unseren Fehlern, sondern habe vorgehalten, dass Sie uns Fehler vorhalten, die aber Ihre eigenen Fehler gewesen sind. Das macht einen Unterschied. Und zum Zweiten erfordert natürlich die Grenzkontrolle an den Schengen- und EU-Außengrenzen. Polen, Ungarn, Slowakei sind Schengen-Staaten. Rumänen ist kein Schengen-Staat, aber ein EU-Staat. Dort an diesen Außengrenzen findet die Zutrittskontrolle statt. Wenn aber sich jemand erlaubtermaßen in diesen Raum begeben hat, auch dank der Notfallrichtlinie und der Beschlüsse der EU-Kommission, dann kann er natürlich auch innerhalb der Europäischen Union weiterreisen in andere Unionsländer. Und das geschieht natürlich. Und das erfahren Sie auch nicht automatisch. Aber ich habe gesagt, es wäre schon wichtig, ein genaueres Bild zu erhalten, wer ist denn nun eigentlich bei uns? Und dadurch muss man sich unterhalten. Und das sagte ich ja auch, da sind durchaus Dinge drin, die ich nicht total falsch finde. Es wäre in der Tat wichtig zu wissen, wer ist denn bei uns, um bedarfsgerecht die Menschen, die hier ankommen, auch zu versorgen, vielleicht auch längerfristig zu versorgen. Von daher ist das schon ein wichtiges Bild. Das ist aber etwas anderes als Registrierungspflicht. Denn da frage ich mich, wie wollen Sie das denn faktisch durchsetzen? Das ist der Unterschied zu dem, was Sie gesagt haben. Ja, aber ich sagte eben, nicht alles halte ich für völlig verkehrt. Und auch das Thema Gesundheitscheck, Verwaltungslotsen in Ihrem Antrag, finde ich, Ideen, über die man sich durchaus unterhalten kann. Von daher bin ich der Meinung, es wäre jetzt auch schade, Ihren Antrag in Sofortabstimmung abzulehnen, aus den Gründen, die ich soeben gesagt habe. Lassen Sie uns doch diesen Antrag von Ihnen in aller Ruhe konzentriert im Ausschuss beraten. Von daher wäre ich für eine Verweisung in den Innenausschuss. Vielen Dank. Sagt Stefan Thomae hier für die FDP-Fraktion, ob nachher über diesen Antrag abgestimmt wird oder das Ganze überwiesen wird. Das ist nämlich noch nicht ganz klar. Wir hören mal weiter noch auf die Argumente der Unionsfraktion, die ja hier diesen Antrag vorgelegt hat. Josef Oster spricht. Verehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen, Menschen in Not, Kriegsflüchtigen zu helfen, das ist eine gemeinsame Überzeugung, die unser Land und unsere Gesellschaft verbindet und auszeichnet. Und das ist auch etwas, was uns hier ja fraktionsübergreifend verbindet, wenn man mal von der AfD absieht. Und wenn ich das als Annahme hier voraussetze, dann verwundern einige Wortbeiträge hier aus der Regierungskoalition doch sehr. Denn dass im Moment bei der Aufnahme der Kriegsflüchtlinge alles gut läuft, die Dinge in Ordnung sind, das kann doch nicht im Ernst Ihre Einschätzung der Lage sein, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und Frau Ministerin Spiegel, hier schöne zu reden zu halten, das reicht in einer solchen Situation nicht. Jetzt ist Tatkraft gefragt. Nicht reden, sondern handeln. Und das geschieht seitens der Bundesregierung viel zu wenig. Und dass Sie nach sechs Wochen zu der Erkenntnis kommen, sich mal die Situation in Polen anzuschauen, das begrüße ich ausdrücklich, auch wenn es lange sechs Wochen gedauert hat. Aber die Polen machen vieles besser. Und das werden Sie dann schnell erkennen, Frau Ministerin. Aber ich will Ihnen eines zugutenhalten, Sie sind heute zumindest hier. Das spricht für Sie. Und ich wundere mich, dass die Innenministerin, das darf ich hier sagen, bei einer so zentralen Debatte heute nicht hier anwesend ist, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich will aber auch aufgreifen, was Herr Thomi gesagt hat. Also es gehört ja schon viel Kreativität dazu, die Folgen, die wir jetzt erleben, des Ukraine-Krieges und das, was wir im Zusammenhang mit der Aufnahme von Kriegsflüchtigen erleben, auch noch der alten Regierung in die Schuhe zu schieben. Also der Krieg begann ja nun definitiv nach dem Kriegsbeginn. Und von daher kann ich das nicht verstehen, dass ich auch diese Klamotte heute hier noch ausgepackt habe. Da war Ihre Kollegin Yüksel von der SPD ehrlicher. Sie hat einige Förderprogramme, die funktionieren, hier aufgezeigt, hat aber nicht erwähnt, dass die ganzen Förderprogramme von der alten Regierung aufgelegt wurden, meine sehr geehrten Damen und Herren. Also ich glaube, es gibt viel Handlungsbedarf. Und ich will zwei, drei Punkte hier nochmal aufgreifen. Das Zentrale ist, und das haben wir hier mehrere auch erwähnt, das Zentrale ist eine lückenlose Registrierung. Ohne eine konsequente Registrierung können wir keine Sicherheit gewährleisten. Ohne eine lückenlose Registrierung kann es keine optimale Unterstützung der Flüchtlinge geben. Und ohne eine lückenlose Registrierung kann es auch keine Integration der Menschen geben. Das ist Grundvoraussetzung für alles, meine sehr geehrten Damen und Herren. Der nächste Punkt ist eine gerechte Verteilung. Es ist zweifellos keine einfache Aufgabe, ein gerechtes System innerhalb Deutschlands zu organisieren und ein gerechtes System innerhalb Europas zu organisieren. Diese Aufgabe ist schwierig, das räume ich ein. Mir fehlt aber seitens der Bundesregierung ein ernsthaftes Bemühen, überhaupt nur eine Lösung finden zu wollen. Und genau das geschieht zu wenig, meine sehr geehrten Damen und Herren. Es gäbe eine Menge zu sagen. Ich will zum Schluss noch einmal festhalten. Die Bundesregierung macht es sich in dieser vielleicht größten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg für meine Begriffe viel zu einfach. Wir haben eine wirklich wunderbare Situation, was die Akzeptanz und die Hilfsbereitschaft in unserer Gesellschaft anbetrifft. Aber wir dürfen nicht verkennen, dass diese Akzeptanz und die Hilfsbereitschaft nicht unbegrenzt ist. Und die Menschen in unserem Land haben die berechtigte Erwartung, dass die Bundesregierung die Flüchtlingsbewegung im Griff hat. Und diese Erwartung erfüllt die Bundesregierung bis zur Stunde nicht. Und deshalb empfehle ich nochmals, schauen Sie sich unseren Antrag noch einmal genau an. Er ist eine verdammt gute Handlungsgrundlage. Sagt Josef Oster für die CDU-CSU-Fraktion. 13 Punkte und Schritte sind dort aufgelistet in diesem Antrag. Nancy Faeser für die heutige Sitzung auch offiziell entschuldigt ist. Heute ist Sportministerkonferenz und die Ministerpräsidentenkonferenz. Und dann nimmt sie daran teil. Ich bitte das, dass das Kanzleramt hat sich gerade bei mir entschuldigt, kommt gleich wieder, muss in den Haushaltsausschuss, wird gleich wieder ersetzt werden. Nein, die Staatsministerin wird gleich kommen. Der Wechsel war gerade angekündigt. Das ist soweit zur Information. Und jetzt gebe ich das Wort an den nächsten Redner. Ja, sagt die Bundestagsvizepräsidentin hier, Yvonne Magwas, weil jetzt schon mehrfach der Vorwurf kam, dass Nancy Faeser die Bundesinnenministerin nicht anwesend ist. Also hier nochmals die Klarstellung. Ich bitte jetzt um Ruhe, weil dem Redner ist schon das Wort erteilt. Und ich bitte die Kolleginnen und Kollegen, wenn sie hier eine Debatte führen wollen, entweder mit Kurzinterventionen oder Zwischenfragen zu agieren. Herr Malotki, Sie haben das Wort. Ich bitte jetzt, dass der Redner die Möglichkeit hat, seine Rede zu halten. Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, liebe Bürgerinnen und Bürger. Es macht wütend, dass wir über den Schutz der geflüchteten Menschen aus der Ukraine überhaupt diskutieren müssen. Es macht wütend, dass Millionen Kinder und Frauen fliehen, weil das russische Regime einen brutalen Angriffskrieg führt. Deswegen muss nochmals klar gesagt werden, der beste Schutz für ukrainische Kinder und Frauen ist das sofortige Ende dieses sinnlosen und grausamen Krieges und der schnelle Wiederaufbau der Ukraine. Solange dieser Krieg nicht beendet ist, müssen wir alles dafür tun, die ukrainischen Familien und Kinder bei uns behütet aufzunehmen. Wir müssen ihnen Schutz bieten. Wir müssen ihnen die Möglichkeit geben, hier in Deutschland anzukommen und eine neue Perspektive zu finden. Ich habe mich deshalb gefreut, dass die Kolleginnen Breher und Prien am 1. April einen Masterplan zur Integration ukrainischer Kinder und Jugendlicher vorgelegt haben. Dieser Masterplan ist gut, oder besser gesagt gut zusammengetragen, weil sie viele Forderungen und Vorhaben aus unserem Koalitionsvertrag, aus unseren Reden zum Haushalt des Familienministeriums und aus dem Familienausschuss in ihrem Masterplan zusammengefasst haben. Ich nenne hier nur exemplarisch die verstärkten Bemühungen für die Ausbildung von Fachkräften und die Aufstockung von bestehenden Kita-Programmen. Ich habe mich auch gefreut, weil damit eine gemeinsame Position aller demokratischen Fraktionen in der Sache möglich gewesen wäre. Umso enttäuschter war ich, als ich am Dienstagabend Ihren Antrag erhalten habe. Es ist nichts mehr von konkreten Maßnahmen zur Integration der ukrainischen Kinder in unsere Kitas und Schulen zu lesen. Dabei ist genau das dringend notwendig. Kollegin Beer, was denn in Ihrer Fraktion passiert, dass am Ende der gut zusammengeschriebene Masterplan zu so einer Enttäuschung geworden ist? Warum erwähnen Sie nicht mehr den notwendigen Ausbau des Programms Sprachkitas? Wo ist Ihre Unterstützung für eine Fortführung des Gute-Kita-Gesetzes hin verschwunden? Warum wollen Sie auf einmal keine bundesfinanzierte Fachkräfteoffensive mehr für die Kitas, obwohl genau jetzt jede zusätzliche Erzieherin und Erzieher dringend benötigt wird? Sie fordern stattdessen völlig unkonkret unter Nummer 9, Zitat, die Länder und Kommunen bei der Integration der ukrainischen Kinder und Jugendlichen in das Bildungs- und Betreuungssystem systematisch, pragmatisch und schnell zu unterstützen. Das ist eine Floskel und seit der Ministerpräsidentenkonferenz von vor drei Wochen bereits vereinbart zwischen Bund und Ländern. Das alles ist schon enttäuschend genug. Aber an anderer Stelle handeln Sie konkret gegen gute und schnelle Hilfe für geflüchtete Kinder. Ihre Landesregierung aus Bayern und Schleswig-Holstein, Erinnerung, Frau Prien hat den Masterplan geschrieben, wollen auf der Integrationsministerinnenkonferenz nicht für das dringend benötigte bundesweite Programm zur Ausweitung von Griffbereit stimmen. Dabei ist Griffbereit genau das richtige Mittel, denn es bietet den ersten Schritt, um ukrainische Kinder und Eltern hier vor Ort in die frühkindliche Bildung einzubinden. Das hat mich enttäuscht. Aber was mich wirklich wütend macht, ist ein bitterer Halbsatz in Ihrem Antrag. Denn dort heißt es für alle Maßnahmen, die Sie jetzt vorschlagen, Zitat, Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf, im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel endlich einen Masterplan zu entstellen. Zitat Ende. Alle Ihre Ideen für die schnelle und notwendige Hilfe stellen Sie also unter einen Finanzierungsvorbehalt. Für Sie muss die Integration der ukrainischen Familien und Kinder ein haushaltspolitisches Nullsummspiel sein. Da stellt sich mir die Frage, wie ernst Sie Ihre Vorschläge tatsächlich meinen. Ich bin froh, dass wir als Ampelkoalition einen anderen Weg gehen und mit Hochdruck an einem Ergänzungshaushalt arbeiten. Wir werden so schnell und unkompliziert Hilfe ermöglichen, ohne versteckten Finanzierungsvorbehalt. Das sorgt für dringend benötiges zusätzliches Geld für die Arbeit in Kitas und Schulen, und wir werden diese Mittel brauchen. Denn Erzieherinnen und Lehrer sagen mir, wir wollen die Kinder fördern, aber wir müssen behutsam vorgehen und wir müssen die richtigen Rahmenbedingungen schaffen. Sie sagen mir, wir brauchen niedrigschwellige Angebote für die Kinder, von denen viele traumatisiert sind. Sie sagen mir, wir brauchen zusätzliches Personal. Sie sagen mir, wir brauchen zusätzliche Unterstützung für Ehrenamtliche, die Familien mit außerschulischen Aktivitäten helfen. Sie sagen mir, wir brauchen zusätzliche Mittel für die psychologische Betreuung der Kinder, und Frauen, die auf ihrer Flucht teilweise Schreckliches erlebt haben. Das alles wäre mit einem Finanzierungsvorbehalt, wie Sie ihn hier vorschlagen, nicht möglich. Ihr Antrag bewirkt genau und deswegen genau das Gegenteil von dem, was er verspricht. Jeder, der wirklich helfen will, muss Ihren Antrag ablehnen. Danke. Sagt Erik von Herrn Malotki für die SPD-Fraktion. Ja, und was da noch an Haushaltsbelastungen gebraucht werden wird, das ist ja deswegen auch offengelassen worden in den Etatberatungen. Derzeit befindet sich ja der Haushalt für 2022 in den parlamentarischen Beratungen, und der Bundesfinanzminister hatte einen Ergänzungshaushalt angekündigt, unter anderem um die Hilfe für die ukrainischen Flüchtlinge da noch mit einzubeziehen. Nadine Schönes für die Union. Dieser Satz einer jungen ukrainischen Studentin hat mich ganz besonders berührt. Wir hören so viel über die Flüchtlinge, die zu uns kommen, führen Gespräche, treffen sie vor Ort. Und da sind so viele Frauen, junge Mädchen, Kinder dabei, die Hoffnungen haben, dass sie hier gut aufgenommen werden, dass sie ihre Zukunft hier fortsetzen können, dass sie gut integriert werden, dass sie die Chance auf Bildung haben und dass sie das, was sie sich in der Ukraine aufgebaut haben, jetzt nicht auch noch verlieren, wie so vieles, was sie eben zurücklassen mussten. Und deshalb ist es unsere gemeinsame Verantwortung, dass wir ihnen diese Zukunft ermöglichen. Und das, was ich heute teilweise an Vorwürfen gerade von den letzten Rednern gehört habe, das macht mich wirklich sprachlos. Ich frage mich, was tut die Bundesregierung dafür, dass diese jungen Menschen eine Zukunft haben? Wir haben, was ich bisher wahrnehme, ist nach wie vor eine unklare Datenlage, wie viele Kinder und Jugendliche überhaupt hier sind, und auch ein Konzept- und teilweise sogar Sprachlosigkeit der Bundesregierung. Wir haben eine Bundesfamilienministerin, die gerade schon den Saal verlassen hat, die mehr mit ihrer Vergangenheit beschäftigt ist als mit den aktuellen Themen. Und alle Punkte, die heute erwähnt worden sind, sind Programme und Initiativen aus der letzten oder aus den letzten Regierungen, die jetzt fortgeführt werden, was richtig ist. Aber alles, was jetzt genannt wurde, sind die Aktivitäten von Ehrenamtlern, von der Stiftung für Ehrenamt und Engagement, von Hilfsorganisationen. Und wir bedanken uns zu Recht bei Ihnen. Aber das reicht nicht. Wir brauchen auch eigenes Engagement dieser Bundesfamilienministerin. Und das Gleiche gilt für die Bundesbildungs- und Forschungsministerin. Wir haben Stand letzte Woche 41.000 Kinder und Jugendliche in den deutschen Schulen und viele auch in den Kindergärten. Und es werden Hunderttausende kommen. Und vor Ort ist die Frage, wie bewältigen wir das denn? Die Schulen sind seit zwei Jahren wegen Corona im Ausnahmezustand. Die Kindergärten sind gut gefüllt. Das ist eine riesen Kraftanstrengung. Dann gucke ich in mein eigenes Land, wo die SPD-Bildungsministerin sagt, die integrieren wir alle in den Regelunterricht, die stecken wir einfach in die Klassen dazu. Ob das eine Lösung ist für die Kinder, die jetzt traumatisiert hier ankommen und für die Kinder, die schon in den Schulen sind, da will ich mal ein großes Fragezeichen dahinter machen. Und wenn sich dann unsere Bundesbildungsministerin zum großen Ziel gemacht hat, Bildungsgerechtigkeit in diesem Land zu fördern, dann kann sie genau an dieser Stelle zum ersten Mal anfangen. Bildungsgerechtigkeit für die Kinder, die zu uns kommen und Bildungsgerechtigkeit für die, die schon da sind. Da erwarte ich konkrete Hilfe, konkrete Unterstützung und nicht einfach ein Abarbeiten des bisherigen Koalitionsvertrags. Und das gilt im Übrigen auch für den Bundesgesundheitsminister. Es gibt auch eine Menge Gesundheitsfragen, die zu klären sind. Da werden die Impfzentren jetzt geschlossen. Wir alle wissen, wir haben eine Masernimpfpflicht in unserem Land für die Kinder in den Kindergärten und in den Schulen. Es sind Untersuchungen zu machen. Wir schließen die Impfzentren, die so eine wertvolle Unterstützung sein könnten, auch in dieser Situation, die ja in den nächsten Wochen noch schlimmer werden wird. Und ich habe mich gefragt, Frau Bünger von den Linken, warum beschimpfen Sie eigentlich hier die Union? Und es ist mir sehr schnell klar geworden, weil die Situation in Ländern wie Berlin, wo sie mitregieren, besonders prekär ist. Und da stehen die Ehrenamter am Bahnhof und sagen, Denn diese Regierung lässt uns alleine. Wir können nicht alles schultern als Ehrenamter. Wir brauchen mehr Unterstützung, gerade von dieser Regierung hier in Berlin. Und deshalb sagen wir, es braucht einen Masterplan. Es braucht einen Masterplan für die Integration der Kinder und Jugendlichen. Wir unterstützen gerne auch mit konkreten Maßnahmen. Wir sind bereit, mitzumachen. Es muss eine gemeinsame Kraftanstrengung sein. Kommen Sie bitte zum Schluss. Aber ich erwarte da auch mehr Engagement dieser Bundesregierung. Mehr Engagement fordert von der Bundesregierung. Nadine Schön für die CDU-CSU-Fraktion hat sie gesprochen. Und Sie sehen es, verehrte Zuschauer, ein kleiner Hinweis. Wir haben natürlich abgesehen hier von den Bundestagsberatungen auch immer noch einen Blick, was es sonst an aktuellen Geschehnissen gibt. Wir erwarten unter anderem zum Abschluss des NATO-Außenministertreffens in Brüssel ein Statement des ukrainischen Außenministers Kuleba und werden, wenn es losgeht, dorthin schauen. Jetzt aber erst noch mal hier eine Kurzintervention von Klara Bünger. Das ist nicht der Bahnhof. Also ich glaube, Sie waren selber noch nicht vor Ort. Sie müssten sich das mal anschauen, so eine Einrichtung. Und ich habe es ja auch gesagt, das ist die erste Einrichtung hier in Berlin, bei der unter einem Dach alle Hilfsorganisationen zusammenarbeiten. Und die Koordination funktioniert sehr gut. Und ich denke, Sie sollten sich da mal hinbegeben und das anschauen. Und das sollte ein Vorbild sein, auch für andere Länder. Vielleicht wäre das ja mal ein Hinweis für Sie an dieser Stelle. Frau Schönen, Sie haben die Möglichkeit, zu antworten. Frau Kollegin, ich habe einen Riesenrespekt vor dem, was in Berlin geleistet wird. Das ist eine Riesenkraftanstrengung, die vor allem von Ehrenamtlern geleistet wird, auch von der Berliner Landesregierung, auch von Organisationen, die hier unterstützen und helfen. Das ist eine Riesengemeinsame Kraftanstrengung. Aber auch in Berlin sagt man, wir brauchen mehr Unterstützung von dieser Bundesregierung in allen Bereichen. Und deshalb erwarte ich von dieser Bundesregierung, dass sie nicht nur das aufzählt, was in der Vorgängerregierung auf den Weg gebracht worden ist, sondern gemeinsam mit Ländern und Kommunen konkret helfen. Und das gilt gerade für den Bildungsbereich, aber eben auch für alle anderen Themen. Und dieser Antrag ist unser erster Vorschlag, vor allem für die innenpolitischen Themen. Aber Sie können sich auch im Familien- und Bildungsbereich gerne an unseren Vorschlägen bedienen. Und der letzte Redner in der Debatte, Muhannad Al-Hallag, FDP-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Die Kriegsbilder aus der Ukraine machen uns alle fassungslos. Auch bei mir kommen Bilder aus meiner eigenen Kindheit wieder hoch, die ich gerne vergessen hätte. Ich weiß, was es bedeutet, von einem Tag auf den anderen alles hinter sich zu lassen. Was es bedeutet, vor Gewalt ins Unbekannte zu fliehen. Ich weiß aber auch, was es bedeutet, anzukommen und aufgenommen zu werden. Und zwar bedeutet es Zugang zu Bildung, Zugang zu Arbeit und Teilhabe an der Gesellschaft. Denn Schutz und Sicherheit bedeutet auch das Gefühl der Unmacht bekämpfen, Teil der Gesellschaft zu sein und nicht nur eine Verwaltungsnummer. Schutz und Sicherheit bedeutet, die Chance zu erhalten, das eigene Leben wieder in die Hand zu nehmen. Eines möchte ich an dieser Stelle unmissverständlich betonen. Die Notlager von geflüchteten Menschen auszunutzen, ist ekelerregend, erbärmlich und zutiefst zu verachten, meine Damen und Herren der Union. Aber dass Sie mit Ihrem Antrag den Eindruck erwecken, dass die Bundesregierung untätig zuschaut, während massenweise Frauen, Kinder und Jugendliche von Menschenhändlern abgegriffen werden, ist schlicht unwahr und unverschämt. Frauen und Mütter, die vor der Vernichtung zu uns fliehen, sind nicht einfach Opfer. Sie sind Löwinnen. Sie hatten vor einem Monat noch ein selbstbestimmtes Leben, einen Alltag. Jetzt verteidigen Sie Ihr eigenes Leben und das Ihre Kinder. Und die Bundesregierung und unser Staat stehen dabei an Ihrer Seite. Erlauben Sie eine Zwischenfrage aus der CDU-CSU-Fraktion? Nein, die Möglichkeit haben Sie ja in Ihrem Antrag gehabt. Der Schutz von Leib und Leben steht dabei natürlich an erster Stelle. Doch direkt danach muss das Ermöglichen von Chancen für ein selbstbestimmtes Leben stehen. Aber eines bleibt klar, das Menschenbild, das Sie in Ihrem Antrag zeichnen, greift zu kurz. Es ist nicht mein Bild von Geflüchteten. Das wird auch deutlich bei einem Punkt, der mir persönlich sehr wichtig ist. Denn ehrenamtlichen Helfern, Sie betonen die Hilfsbereitschaft der Deutschen in dieser Situation. Dem können wir alle in diesem Saal sicherlich nur zustimmen. Aber ich sage Ihnen auch, schauen Sie mal hier ein paar hundert Meter weiter Richtung Hauptbahnhof. Schauen Sie, wie viele dieser Ehrenamtlichen selbst erst vor wenigen Jahren zu uns geflüchtet sind. Es sind oftmals diese Menschen, die jetzt etwas zurückgeben. Es sind Menschen, die über alle Sprach- und Kulturunterschiede hinweg einfach nur helfen wollen und Menschlichkeit zeigen. Jeder Mensch in Not, dem geholfen wird, ist ein Gewinn für uns alle. Wenn Sie konstruktiv dies begleiten wollen, verehrte Kolleginnen und Kollegen der Union, dann muss dabei mehr rumkommen als im vorliegenden Antrag. Vielen Dank. Vielen Dank. Frau Präsidentin, dann darf ich mich zunächst einmal sehr herzlich dafür bedanken, dass Sie meine Zwischenintervention zulassen. Aber es ist mir ein wirkliches Bedürfnis, diese Worte des Kollegen so nicht stehen zu lassen. Ich glaube, wir sind alle hier geneigt, einen politischen Wettbewerb auch zu führen und um die besten Wege und Lösungen zu ringen. Das ist Aufgabe dieses Parlaments. Aber unserem Antrag unterstellen zu wollen, wir würden das Schicksal dieser Menschen, der Flüchtlinge, die zu uns kommen, ausnutzen wollen, um daraus parteipolitisches Kapital zu schlagen, das ist wirklich unter aller Würde dieses Hauses. Also wir sind alle beeindruckt und das nehme ich für das gesamte Haus hier an, dass die Menschen in Not sind, dass sie traumatisiert zu uns kommen und dass wir darum ringen, hier diesen Menschen zu helfen. Und es ist der FDP wirklich unwürdig, einer anderen demokratischen Fraktion, eine solche Motivation unterstellen zu wollen. Das weise ich entschieden zurück. Herr Kollege, Sie können antworten, Sie müssen nicht. Bitte schön. Bleiben Sie bitte stehen, Herr Kollege. Danke. Natürlich habe ich den Eindruck erweckt bekommen. Und, verehrte Zuschauer, Sie sehen, in Brüssel geht es los. Der ukrainische Außenminister Kuleba nach dem Treffen der NATO-Außenminister. Die Bundesregierung konstruktiv mit der Union. Sehr gerne. So, wir kommen nun zum Antrag der Fraktion der CDU-CSU auf Drucksache 19-1335. Die Fraktion der CDU-CSU wünscht Abstimmung in der Sache. Die Fraktionen SPD, Bündnis 90 die Grünen und FDP wünschen Überweisung, und zwar federführend an den Ausschuss für Inneres und Heimat und zur Mitberatung an den Auswärtigen Ausschuss, den Rechtsausschuss, den Haushaltsausschuss, an den Ausschuss für Arbeit und Soziales, den Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, den Verkehrsausschuss, den Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung, den Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union und an den Ausschuss für Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen. Wir stimmen nach ständiger Übung zuerst über den Antrag auf Ausschussüberweisung ab. Wer stimmt für die beantragte Überweisung? Das ist die Linke, SPD, Bündnis 90 die Grünen, FDP. Wer stimmt dagegen? CDU, CSU. Wer enthält sich? Die AfD. Damit ist die Überweisung so beschlossen. Damit stimmen wir heute über den Antrag auf Drucksache 19-1335 nicht in der Sache ab. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 8, Beratung des dritten Gleichstellungsberichts der Bundesregierung. Für die Aussprache wurde eine Dauer von 68 Minuten beschlossen. Ich bitte Sie, die Plätze schnell zu wechseln, damit wir zügig weitermachen können. Und die Aussprache eröffnet die Parlamentarische Staatssekretärin Ikin Deligös für die Bundesregierung. Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Vor uns liegt der dritte Gleichstellungsbericht mit dem Schwerpunkt Digitalisierung. In diesem Bericht kann man vier Kernpunkte herauslesen. Der erste Punkt ist, wir müssen unsere Einstellung, unseren Blick auf die Dinge verändern. Und dazu gehört, dass Frauen in der Digitalisierung mehr mitgestalten können müssen. Und dass Digitalisierung auch eine Chance für Gleichstellung ist. Und dazu wir aber mehr Frauen den Weg in den Bereich der IT-Berufe ebnen müssen und diese zusätzliche Chance zu nutzen, um Gleichstellung in diesem Land voranzubringen. Mit der Digitalisierung, worüber wir hier reden, gehen wir in eine vierte industrielle Revolution. Die entwickelt sich aber weit schneller als die bisherigen Revolutionen. Und sie ist nicht nur viel rasanter, sondern sie hat auch einen anderen Charakter. Und gerade deshalb ist es ja auch eine Chance und übrigens auch der Bedarf da, dass wir das nicht einfach nur an uns vorbeiziehen lassen, wie ein Rasen in ICE, sondern dass wir da auch Maßstäbe setzen, dass wir Standards setzen, dass wir Bedingungen dafür setzen. Und genau das sagen uns auch die Sachverständigen in dem dritten Gleichstellungsbericht. Sie sagen, nutzt diese Chance. Die Expertinnen und Experten um Frau Professorin Jullu-Tock, Sie haben im letzten Jahr dieses Gutachten für den Gleichstellungsbericht vorgelegt. 200 Seiten, 101 Handlungsempfehlungen. Und ich freue mich sehr, dass dieser Bericht heute den Bundestag und später auch Sie im Ausschuss erreichen wird. Und eins begleitet uns bei der ganzen Geschichte eigentlich andauernd. Es sind zu wenige Frauen in den IT-Berufen. Es sind zu wenige Frauen in den technischen Berufen. Es sind zu wenige Frauen in den Studiengängen und Ausbildungsgängen zu diesen Berufen. Und das müssen wir dringend ändern. Und genau das gehen wir auch mit so einem Bericht und mit Licht, in dem wir da reinwerfen und aufklären und die Daten darstellen, auch mit ein. Wir im Ministerium haben da auch schon einige Projekte, die wir fortführen, die wir neu auf den Weg bringen, die wir voranbringen. Dazu gehört nach wie vor Girls' Day. Und Sie alle als Abgeordnete sind mit aufgerufen, da mitzumachen. Denn auch unser Beruf als Politikerinnen und Politiker ist leider kein typischer Frauenberuf. Auch da gehört das dazu. Oder das You Code Girls. Da geht es möglichst niedrigschwellig, das Coding jungen Mädchen nicht nur beizubringen, sondern sie zu ermuntern, einfach mitzumachen und das nicht den Jungs zu überlassen. Wir unterstützen Frauen in den KI-Berufen, in der KI-Branche darin, eigene Lösungen zu finden und zu unterstützen. Denn gerade die künstliche Intelligenz hat diesen anderen Blickwinkel, auch den weiblichen Blickwinkel, mehr als notwendig. Denn Algorithmen sind nicht geschlechtsneutral. Algorithmen können diskriminierend sein. Algorithmen können Frauen ausschließen. Und diese Ungleichheiten multiplizieren sich gleichmaßen, wenn wir das Ganze sich selbst überlassen und verstärken das Ganze. Deshalb wollen wir, dass Frauen in der KI nicht zusätzlich diskriminiert werden, wenn es darum geht, einen Job zu kriegen oder einen Kredit für einen Start-up in diesem Land. Das können wir übrigens auch nicht national lösen. Das müssen wir international angehen. Und deshalb begrüßen wir vom Haus aus sehr, dass die EU-Kommission mit der KI-Verordnung einen Vorschlag macht, um die Qualität und die Sicherheit der Nutzung von Algorithmen, zum Beispiel bei der Personalauswahl, voranzubringen. Das Frauenministerium arbeitet hier sehr stark in der internationalen Vernetzung. Und wir machen das auch nicht alleine, sondern wir machen das gemeinsam mit dem Wirtschaftsministerium. Und das ist gut so. Denn das ist nicht nur ein Thema für das Frauenministerium, sondern auch ein wirtschaftlicher Aspekt und Punkt in diesem Land. Frauen sollten ganz selbstverständlich in der IT-Branche arbeiten können, in diesen Berufen. Sie sollten ihre Expertisen, ihren Blickwinkel, ihre Lebenserfahrungen mit reinbringen. Und damit verhindern wir Diskriminierungspotenzial nicht nur in der IT-Branche, sondern in der gesamten Gesellschaft. Dafür brauchen wir den Zugang zu Führungspositionen für Frauen übrigens auf allen Ebenen. Und wir brauchen auch ein Kapital in der Digitalwirtschaft, damit wir das Ganze in dem Bereich voranbringen können. In der bundesweiten Gründerinnenagentur arbeiten wir genau daran, all diese Punkte umzusetzen. Die Digitalisierung ist im vollen Gang. Ich habe vorhin von einem ICE in voller Fahrt geredet. Und jetzt ist es an der Zeit, auch die richtigen Weichen zu setzen. Und die Zwischenrufe von den Kollegen sollen mich irgendwie, glaube ich, aus dem Konzept rausfliegen. Aber das ist irgendwie auch ein Teil des Systems, dass man genau das nicht macht, sondern dran bleibt. Dran bleibt an der Gleichstellung. Dran bleibt, die Themen voranzubringen. Auch dran bleibt, auch dann diese Diskussion zu führen, wenn sie einem Teil des Hauses überhaupt nicht gefallen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir brauchen drei Sachen. Wir brauchen Mut. Wir brauchen Wille. Und wir brauchen auch Geld, um das voranzubringen. Über das Letztere werden wir im Haushaltsverfahren reden. Über die ersten beiden Sachen müssen wir schon heute und hier starten. Und übrigens, gerade als Politikerin in diesem Raum, müssen wir das auch immer wieder verteidigen. Und dieser Beispiel ist das Beste, um das nochmal zu unterschreichen. Vielen Dank. Als nächste Rednerin erhält das Wort für die CDU-CSU-Fraktion die Kollegin Nadine Schön. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 84 Prozent der Beschäftigten in der IT-Branche in Deutschland sind Männer. 84 Prozent. Gerade einmal zwei von zehn Start-ups werden von Frauen gegründet. Und selbst wenn der Zugang gelingt, verlassen mehr als 50 Prozent der Frauen die Digitalbranche wieder. Im Top-Management findet man sehr wenig Frauen, auch in diesem Bereich. Und nur 13 Prozent der Informatikprofessoren an deutschen Universitäten sind mit Frauen besetzt. Das sind erschreckende Zahlen, die im Gleichstellungsbericht der Bundesregierung gut aufgearbeitet sind. Und diese Zahlen machen deutlich, Geschlechtergerechtigkeit, Chancengerechtigkeit ist in der Digitalbranche ein Problem, und zwar ein gewaltiges. Und das hat Konsequenzen. Das hat zum einen wirtschaftliche Konsequenzen. Denn wir alle wissen, Diversität ist ein wichtiger Faktor für den Unternehmenserfolg. Das haben zahlreiche Studien bewiesen. Und egal, in welches Unternehmen ich komme, Thema Nummer eins ist der Fachkräftemangel. Vor allem im innovativen Mittelstand und bei Start-ups sagt man, dass man gerade im digitalen Bereich viel zu wenig Fachkräfte findet. Und dann frage ich mich schon, wie wir uns den Luxus erlauben können, auf die Hälfte der Bevölkerung nahezu zu verzichten. Es ist aber auch gesellschaftlich ein Problem. Denn durch die Digitalisierung ändert sich unser ganzes Leben. Und dann kann es uns doch nicht egal sein, dass die Frauen daran so wenig beteiligt sind. Und auch das arbeitet der Gleichstellungsbericht gut auch. Auch vor allem, was es heißt, wenn Digitale, wenn KI-Systeme aus Daten lernen, die ein Bias haben, was dazu führt, dass Ungerechtigkeiten aus der Vergangenheit auch auf die Zukunft übertragen werden. Und der Gleichstellungsbericht bringt da sehr plastisch sehr gute Beispiele. Und deshalb bedanke ich mich ganz herzlich bei Prof. Dr. Jule Tok und ihrer Kommission für die wichtige Arbeit, dass sie dieses Thema so umfassend aufgearbeitet haben. Ich will aber drei Anmerkungen machen, die mir auch wichtig sind. Anmerkung Nummer eins. Ich finde es schade, dass der Bericht so wenig darauf eingeht, welche Chancen Digitalisierung für Emanzipation, für Gleichberechtigung, für Partizipation hat. Digitalisierung kann auch ein Treiber dafür sein, wenn man es richtig macht, wenn man die Weichen richtig stellt. Und das kommt in meinen Augen in diesem Bericht ein bisschen zu kurz. Das Zweite, mehr Geschlechtergerechtigkeit in der digitalen Welt ist nicht nur eine politische Aufgabe. Es ist eine gemeinsame Aufgabe von Wirtschaft, Zivilgesellschaft, Wissenschaft und Politik. Und aus diesem Grund haben wir auch im vergangenen Jahr oder vor anderthalb Jahren die Initiative SheTransforms IT gegründet mit Kolleginnen von allen demokratischen Fraktionen mit Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft. Und dieser Initiative SheTransforms IT können sich alle anschließen. Haben sich auch schon viele tolle Menschen angeschlossen, Männer wie Frauen, die sagen, der Zustand, den wir jetzt haben, den können wir so nicht lassen. Wir müssen gemeinsam daran arbeiten, dass es besser wird. Und auf diese gemeinsamen Initiativen müssen wir auch in Zukunft setzen. Ich ermuntere alle, sich dem anzuschließen. Aus dem Grund haben wir auch die Gleichstellungsstiftung des Bundes ins Leben gerufen, die unter anderem ganz explizit im Gesetz genau diesen Auftrag auch hat, eben diese digitalen Entwicklungen in den Blick zu nehmen und hier dafür zu sorgen, dass die derzeitige Situation sich bessert. Und deshalb sage ich, es hilft nicht, wenn wir mit dem Finger aufeinander zeigen. Wir müssen das Thema gemeinsam angehen. Und gemeinsam angehen heißt auch nicht nur, dass wir jetzt irgendwie noch mal eine Regulierung schaffen und neue Gesetze und neue Vorschriften. Gemeinsam angehen heißt auch, dass wir mal auch als Gesetzgeber ganz kritisch hinterfragen müssen, ob wir nicht auch Gesetze haben, die in der digitalen Welt an Bedeutung verloren haben oder sogar kontraproduktiv sind. Beispielsweise das Mutterschutzgesetz. Das Mutterschutzgesetz sieht vor, dass nach 20 Uhr nicht mehr gearbeitet werden darf als Schwangere oder kurz nach der Geburt. Und nur bis 22 Uhr mit Genehmigung der Behörde. Das passt überhaupt nicht zur Lebensrealität einer Frau in der digitalen Branche, die vielleicht lieber mittags ihre Auszeit braucht, wenn sie schwanger ist, oder morgens und die abends sehr gut am Schreibtisch am PC arbeiten kann. Diese Flexibilität ist in dem Fall förderlich. Und wir behindern sie durch unsere Regulierung, die gut gemeint war, aber aus einer Zeit kam, wo wir eher die Fabrikarbeiterinnen im Blick hatten und die auf manche Sachen einfach nicht mehr passt. Wir müssen den Blick weiten. Wir müssen auf digitale Bildung setzen in allen Ländern, damit wir schon früh die Mädchen wie die Jungs gleichermaßen von den tollen Möglichkeiten der Digitalisierung begeistern und sie dann automatisch Lust haben, in diesem Bereich tätig zu sein. Wir setzen auf die tollen Projekte. YouCodeGirls ist genannt worden, viele MINT-Initiativen aus dem Bildungs- und Forschungsministerium und viele Organisationen, die sich genau um diese Themen verdient machen, gerade auch Start-ups und Initiativen wie die Hacker School beispielsweise. Wir müssen dafür sorgen, dass Frauen Finanzierung bekommen, wenn sie den Mut haben, zu gründen. Das ist bisher nicht der Fall. Auch das zeigt der Bericht. Und vor allem müssen wir Vorbilder schaffen. Janina Kugel hat einmal gesagt, wenn wir erfolgreiche Frauen mehr Sichtbarkeit verleihen, sehen Mädchen, dass ihnen alle Berufe offen stehen. Und das gilt ganz besonders für den Digitalbereich. Und deshalb haben alle eine Verantwortung, auch in den Podien, in den Kongressen, im Bundestag, in der Politik, in der Wirtschaft, für Sichtbarkeit zu sorgen. Und daran können alle mithelfen. Danke. Und die nächste Rednerin in dieser Debatte ist Josefine Ortlepp für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren! Vor zwei Jahren hat es in Deutschland, hat in Deutschland der erste Supermarkt eröffnet, bei dem es keine KassiererInnen mehr gibt. Gezahlt wird einfach per App, geöffnet ist der Laden rund um die Uhr. Für viele Menschen ist es praktisch. Sie können spontan einkaufen und brauchen nur eine App auf dem Handy. Für Supermärkte ist das günstig, sie sparen sich das Personal. Doch für uns als Gesellschaft bedeutet dieser technologische Wandel soziale Veränderungen und Umbrüche. Vor allen Dingen für die Frauen und für die Gleichberechtigung in Deutschland. Und für uns bedeutet das hier im Hohen Hause, wir müssen ganz genau hinschauen. Bleiben wir bei dem Beispiel mit dem kontaktlosen Supermarkt. Der Job an der Kasse wird eben oft von Frauen gemacht. Und was passiert mit diesen Frauen, wenn ihre Arbeitskraft durch Geräte oder Computer ersetzt wird? Oder was passiert mit der älteren Kundin, für die das Plaudern an der Kasse häufig der einzige menschliche Kontakt am Tag ist? Denn wer glaubt, der digitale Wandel sei geschlechterneutral, der liegt falsch. Der dritte Gleichstellungsbericht zeigt uns genau das auf. Dank der guten Arbeit der unabhängigen Sachverständigenkommission sehen wir die vielen Dimensionen der Ungerechtigkeit und was sich dringend ändern muss. Die wichtigste Erkenntnis aus meiner Sicht ist folgende. Einerseits spiegelt die digitale Welt die Machtverhältnisse unserer Gesellschaft wider. Andererseits schafft sie auch neue Realitäten. Die digitale Welt und die reale Welt beeinflussen sich gegenseitig. Das heißt für uns als SPD-Bundestagsfraktionen, wir müssen weiter daran arbeiten, Strukturen aufzubrechen, die für Ungerechtigkeiten in unserer Gesellschaft sorgen. Nur so schaffen wir gleichberechtigte Teilhabe in der Technologieentwicklung, bei der Verteilung von Arbeitsplätzen oder bei der Nutzung von sozialen Medien. Zweitens müssen wir erkennen, wenn die Digitalisierung Ungerechtigkeiten verfestigt oder sogar verschärft. Denn Diskriminierungen werden häufig in Algorithmen festgeschrieben und sozusagen in Computersprache übersetzt. Wenn die meisten Entwickler in Deutschland und Designer vor allen Dingen auch von diesen Produkten männlich sind, dann gestalten sie die digitalen Produkte eben oft anhand ihrer eigenen männlichen Lebenswelt. Deshalb sollten wir Unternehmen verpflichten, ihre Algorithmen auf deren Geschlechtergerechtigkeit zu prüfen. Und wie das gelingen kann, zeigt ein Start-up aus meinem Wahlkreis, QuantPi, die mit ihrer Arbeit das Ziel haben, die Entscheidungen, die von Algorithmen getroffen werden, für alle nachvollziehbar zu machen. Das ist ein erster Schritt. Und mit dieser beeindruckenden Arbeit gelingt es, die Gesellschaft gerechter zu machen. Und wenn wir es jetzt noch schaffen, dass der Anteil von Frauen in solchen Start-ups erhöht wird und mehr Frauen den Zugang zu Risikokapital zu ermöglichen, kommen wir der Gleichberechtigung wieder ein Stück näher. Deshalb ist es gut, dass wir uns vorgenommen haben, Gründerinnen im Digitalsektor durch Stipendien zu stärken. Auch bei der Verteilung von öffentlichen Geldern, die in die Digitalbranche fließen, müssen wir Gleichstellung immer mitdenken. Und natürlich müssen wir daran arbeiten, dass Mädchen und junge Frauen sich Informatikberufe zutrauen. Ich denke, wir sind uns einig, wie wichtig es ist, dass Programme wie der MINT-Aktionsplan und die Bundesinitiative klischeefrei weitergeführt werden. Wir dürfen aber auch die vielen Frauen in den prekären Arbeitsverhältnissen nicht aus dem Blick verlieren. Sie verdienen wenig, leisten aber so viel unsichtbare Arbeit. Dazu gehört die alleinerziehende Mutter, die ihre Putzkraft auf einer Internetplattform anbietet. Oder die junge Studentin, die Online-Nachhilfestunden gibt. Denn viele Dienstleistungen, Kinderbetreuung, Haushaltshilfe, Sprachunterricht verschieben sich immer stärker in den digitalen Raum. Jobangebote werden von Nutzern online gestellt und selbstständig organisiert. Das macht zwar viele Frauen flexibel, aber es bestehen auch wirklich Gefahren. Die Gefahr, dass die rechtliche und soziale Absicherung nicht mehr greift. Die Frauen hangeln sich von Auftrag zu Auftrag und können es sich einfach nicht leisten, krank zu werden, kranke Kinder zu betreuen oder in den Urlaub zu fahren. Wir müssen dafür sorgen, dass auch auf digitalen Plattformen gute und faire Arbeitsbedingungen herrschen. Auch die Online-Bewertungen, die auf Internetplattformen geschrieben werden, und Kommentare, die in den sozialen Medien gepostet werden, sind ein Problem. Hier erleben Frauen Hass, Hetze und Sexismus. Manche ziehen sich komplett aus dem Internet zurück. Dagegen müssen wir mit guten Beratungsstrukturen und informierten Behörden ankämpfen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, was der Bericht der Sachverständigenkommission klar macht, gleicher Zugang für Frauen, gleiche Nutzungsmöglichkeiten für Frauen, gleiche Gestaltungsmöglichkeiten für Frauen, das muss immer und überall gelten. Und zwar gleichermaßen für den Arbeitsmarkt, das Lernen, Ausbildung, die Finanzwirtschaft, aber eben auch digitale Plattformen, einfach immer und überall. Denn Gleichstellungspolitik ist auch Gerechtigkeitspolitik. Das gilt für die analoge wie auch die digitale Welt. Und dafür müssen wir kämpfen. Vielen Dank. Vielen Dank, Josefine Ortlepp. Als nächster Redner erhält das Wort Thomas Ehrhorn für die AfD-Fraktion. Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Geschätztes Publikum! Gleichstellungsbericht der Bundesregierung. 276 Seiten, 276 Seiten Geschwurbel, möchte man sagen, 276 Seiten, in denen man das immer gleiche Märchen erzählt von der diskriminierten Frau, die in der heutigen Gesellschaft nicht aus eigener Kraft in der Lage ist, in Chefetagen vorzudringen, die nicht aus eigener Kraft in der Lage ist, mit Digitalisierung fertig zu werden, und die selbstverständlich auch bei gleicher Arbeit nicht den gleichen Lohn erhält. Und die Frage, die sich auftut, ist die nach der Intention dahinter, die Frage, wie bono, wem nützt das? Darauf werde ich noch kommen. Und selbstverständlich gibt es Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Und diese Unterschiede sind beweisbar. Sie zeigen sich zum Beispiel in den völlig verschiedenen Präferenzen, die Männer und Frauen zum Beispiel bei der Berufswahl haben, unterschiedliche Präferenzen bei den angestrebten Studiengängen. Und ja, es scheint auch heute noch so zu sein, dass es bei Frauen eine andere Bereitschaft gibt, zum Beispiel nach der Geburt des zweiten oder dritten Kindes nur noch in Teilzeit zu arbeiten. Und das sind aber eben die Ergebnisse freier, eigener Entscheidungen. Und diese Entscheidungen haben dann natürlich auch Auswirkungen auf die eigene Karriere und die Bezahlung, die zu erwarten ist. Und genauso sieht es auch die kanadische Entwicklungspsychologin Susan Pinker, die in ihren Studien nachweist, dass gerade in einer besonders freien, gerade in wohlhabenden Gesellschaften die Unterschiede zwischen Männern und Frauen, die unterschiedlich gesetzten Prioritäten besonders stark hervortreten. Sie allerdings scheinen all das, was im Leben passiert, nur durch die von Ihnen selbst herbeifantasierten Benachteiligungen erklären zu wollen. Und der letzte Schrei dabei ist scheinbar das sogenannte Gender Care Gap, welches Sie gerade erfunden haben. Und da möchte ich Sie doch mal fragen, definieren Sie doch mal, was ist denn eigentlich häusliche Kehrarbeit? Der Reifen- und Ölwechsel am Familienauto, ist das nicht vielleicht auch Kehrarbeit? Wie sieht es denn aus, wenn am Rasenmäher das Messerstumpf ist und gewechselt und ausgebaut werden muss? Ist das nicht vielleicht auch Kehrarbeit? Und wer macht das denn? Wie sieht es denn aus, wenn nach einem Sturmschaden mit der Kettensäge in der Hand auf dem eigenen Grundstück der Sturmschaden beseitigt wird? Ist nicht vielleicht das auch Kehrarbeit? Und wer macht das? Und erzählen Sie mir doch bitte nicht, dass diese Art von Arbeiten durch Frauen erledigt werden. Aber es spielt auch gar keine Rolle, wer es am Ende macht, weil Familien, weil Paare sehr wohl in der Lage sind, untereinander festzulegen, wer was besser kann, wer etwas lieber macht und wie man Kehrarbeit dementsprechend im eigenen Haushalt am besten aufteilt. Und zwar ohne Ihre einmischende Belehrung. Nein, meine Damen und Herren, was Sie hier eigentlich vorhaben, ist etwas ganz anderes. Sie versuchen, immer größeren Teilen der Bevölkerung einzureden, dass sie auf irgendeine Weise benachteiligt und diskriminiert werden. Sie versuchen, den Chor der Blöden immer größer werden zu lassen, der das Lied von der eigenen Benachteiligung immer lauter singt. Das ist genau der Grund, warum Sie in diesem Hause auch einen Minderheitenhype betreiben seit vielen Jahren, der für die Mehrheitsgesellschaft eigentlich unerträglich ist. Nein, Sie versuchen, Ihr Narrenschiff zu füllen mit den Menschen, die Sie auf diese Weise manipulieren. Und wenn Sie das dann erreicht haben, soll dieses Narrenschiff genau dorthin fahren, wo Ruhr und Grün es immerhin steuern wollte, nämlich direkt in den Sozialismus, meine Damen und Herren. Bedauerlich ist nur eben, dass viele erst merken werden, was sie hier getan haben, wenn der Job und die Ersparnisse weg sind, die Steuerlast bei 70 Prozent, die Wohnung kalt und die Regale im Supermarkt leer geräumt. Vielen Dank. Können Sie bitte in der AfD-Fraktion noch mal die Masken überprüfen, dass sie auch wirklich über Mund und Nase sind. Das wäre sehr nett. Und als Nächstes erhält das Wort die Nicole Bauer für die FDP-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Kennen Sie Tijan Onaran, Annabelle Teness oder Constanze Buchheim? Sie sind maßgebliche Mitgestalterin der digitalen Szene in Deutschland. Constanze Buchheim, die Unternehmerin der ersten Stunde deutscher Digitalwirtschaft. Sie gründete 2009 iPotentials, eine vielfach ausgezeichnete Personalberatung für digitale Spitzenpositionen. Die Professorin und Zukunftsforscher Annabelle Teness, eine der führenden Köpfe für nachhaltige und digitale Bildung. Oder Tijan Onaran, vernetzt in der Initiative Digital Women, digitale Gestalterinnen miteinander zu vernetzen und diese sichtbar zu machen. Sie zeigt uns starke Role Models und ist selbst eines davon. Denn nur wer sichtbar ist, findet auch statt. Und genau deshalb brauchen wir viel mehr weibliche Vorbilder in der digitalen Szene. Denn dort wird unsere Zukunft unseres Landes gestaltet. Und da sollten Frauen mitwirken, mitentscheiden und mitentwickeln. Mit nur 16 Prozent Frauenanteil ist die Digitalbranche weit davon entfernt. Und deshalb bin ich froh, dass wir hier und heute mit dem dritten Gleichstellungsbericht der Bundesregierung zu diesem Thema aufmerksam machen. Denn es ist Zeit, etwas zu verändern, weiblicher und vielfältiger zu werden. Diversity schafft einfach mehr Perspektiven, Kreativität und bessere Lösungsansätze. Nutzen wir also die Chance für den digitalen Wandel, entwickeln wir die besten Lösungen für Zukunftstechnologien und bleiben wir international wettbewerbsfähig. Frauen sind der Business Case, meine Damen und Herren. Also was können wir tun? Erstens auf frühe MINT-Bildung setzen und einen Kulturwandel. Wir wissen, dass geschlechtsspezifische Stereotypen bereits im Alter von sechs Jahren verinnerlicht werden. Deshalb gilt es, früh anzusetzen und MINT-Programme in der frühkindlichen Bildung zu verankern. Und ich weiß es selbst, wie prägend es ist, als Mächtchen den technischen Zugang ermöglicht zu bekommen. Und so fand ich auch persönlich meinen Weg in einen MINT-Beruf als Ingenieurin und deckte meine Leidenschaft für Innovation. Leider mit viel zu wenigen Frauen um mich herum. Vor allem, wenn es im Karriereweg weiter nach oben ging. Deshalb brauchen wir einen Kulturwandel für mehr Frauen auf Top-Management-Ebene. Und die Zauberformel lautet dabei nicht fix the women, sondern fix the company. Zweitens brauchen wir viel mehr Frauen in Tech-Gründungen. Denn noch gründen Frauen wesentlich weniger. Und auch noch erkennen Investoren nicht das Potenzial der Frauen wegen unbewusster Vorurteile und veralteter Rollenbilder. Unser Ziel muss es sein, berufliches Selbstverständnis der Frauen zu haben, ihre Selbstverwirklichung voranzutreiben in der digitalen Branche. Einen fairen Zugang zu Gründungs- und Wagniskapital zu schaffen. Und wir brauchen viel mehr Business Angels. All das haben wir in unserem Koalitionsvertrag. Und wir wären wirklich gut beraten, wenn wir dies in die Tat umsetzen. Und drittens brauchen wir viel mehr freie Individualität und eine moderne Arbeitswelt. Denn nicht nur die Corona-Pandemie hat gezeigt, wie wichtig es ist, mehr berufliche Flexibilität zu haben, um Erwerbsarbeit und Care-Arbeit unter einen Hut zu bringen. Zeitlich, örtlich unabhängiges, mobiles Arbeiten hilft dabei. Selbstverständlich ist es nicht automatisch, dass deshalb die unbezahlte Sorgearbeit besser zwischen den Geschlechtern aufgeteilt wird. Doch es schafft eine neue Möglichkeit, auch innerhalb der Partnerschaft, die Gender-Care-Share neu zu verhandeln. Also machen wir uns klar und verabschieden wir uns ganz klar von überholter Präsenzkultur in den Unternehmen, veralteten Rollenbildern und Vorurteilen, meine Damen und Herren. Und drittens, eine Sache liegt mir als Liberale ganz besonders am Herzen, wenn wir heute über Digitalisierung sprechen, nämlich die geschlechtsbezogene digitale Gewalt entschlossen zu bekämpfen. Jeden Tag erleiden Mädchen und Frauen digitale Straftaten. Laut Weltmädchenbericht 2020 vom Plan International sind es 58 Prozent der Mädchen, in Deutschland sogar 70 Prozent der Mädchen, die Bedrohungen, sexistischen Kommentaren und Beleidigungen und Diskriminierungen im Netz ausgesetzt sind. Das schüchtert ein, und viele schweigen danach. Das dürfen wir nicht zulassen, meine Kolleginnen und Kollegen. Und genau deshalb ist es für uns als Freie Demokraten klar und eine besondere Herzensangelegenheit auf die Istanbul-Konvention im Schutz für Mädchen und Frauen im digitalen Bereich umzusetzen. Überlassen wir diesen Bereich nicht den Hetzern und Hatern. Ja, die Digitalisierung hat Chancen und Herausforderungen zugleich. Die digitale Transformation eröffnet neue Spielräume in der Arbeitswelt im Allgemeinen, im persönlichen Aufstieg, in der Work-Life-Balance, in der fairen Geschlechterverwirklichung. Und eins ist klar, wir fürchten nicht diesen Fortschritt, sondern wir wollen ganz klar den gemeinsam gestalten. Männer und Frauen gemeinsam. Herzlichen Dank. Es folgt für die Fraktion Die Linke die Kollegin Heidi Reichenegg. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe KollegInnen! Als Mitarbeiterin der Jugendhilfe habe ich mit zahlreichen Mädchen und jungen Frauen gesprochen und vor allem auch über ihre Erfahrungen in den sozialen Medien. Das hat mich oft entsetzt. Ich erinnere mich zum Beispiel noch sehr gut an ein Mädchen, das eindeutig untergewichtig war und sich trotzdem zu dick fand, weil ihr Algorithmus immer neue, verzerrte Bilder vorgesetzt hat. Dazu muss man wissen, 95 Prozent der 10- bis 18-Jährigen nutzen soziale Medien. Die Nutzungsdauer hat sich seit Beginn der Corona-Pandemie sogar verdoppelt. Und dabei sehen junge Menschen im Schnitt 5.000 Bilder pro Woche. Bewusst oder unterbewusst vergleichen sich vor allem Mädchen und junge Frauen mit Bildern, die oft retuschiert oder nachbearbeitet sind und ein extrem schlechtes Körpergefühl vermitteln. Ganz zu schweigen von den Beleidigungen, denen Frauen und Mädchen online ausgesetzt sind. Laut dem vorliegenden Gleichstellungsbericht, wir haben es gerade gehört, werden 70 Prozent der befragten Mädchen in Deutschland online belästigt. Auch hier erinnere ich mich leider an viel zu viele Gespräche über die Folgen dieser Belästigung. Rückzug aus den sozialen Medien, Hilflosigkeit, Angststörungen. Obwohl der dritte Gleichstellungsbericht mittlerweile über ein Jahr alt ist, sehr gute Lösung präsentiert, sehe ich leider bisher recht wenig. Wo ist zum Beispiel die umfassende Förderung von Vorbildern und positiven Beispielen? Im Gegensatz zur letzten und leider auch noch zur aktuellen Regierung sind hier viele junge Menschen bereits aktiv geworden. Es gibt beeindruckende Accounts, die Selbstakzeptanz stärken, Austausch ermöglichen, Unterstützung anbieten. All diesen Menschen möchte ich an dieser Stelle einmal herzlichen Dank dafür sagen, dass sie sich das Internet zurückerobern. Aber auch die Medienschaffenden sind hier in der Pflicht. Auch der Ausbau der Medienbildung ist zentral. Das heißt vor allem eine bessere strukturelle Förderung der Jugendarbeit, damit die KollegInnen dort besser auf die Herausforderungen der sozialen Medien reagieren können und das Personal mit den Kindern und Jugendlichen arbeiten kann, statt einen Antrag nach dem nächsten zu verfassen. Und das hat die Kollegin gerade sehr gut deutlich gemacht, es braucht klares Handeln gegen digitale Gewalt. Überwachungs-Apps, das Veröffentlichen von Intimaufnahmen oder Online-Stalking. Wir brauchen endlich flächendeckende Beratungsangebote und eine Stärkung von Fachkompetenz, vor allem bei Polizei und Justiz. Am besten über verpflichtende Weiterbildungen. Frauenhäuser und Beratungsstellen brauchen IT-Unterstützung, zum Beispiel durch gut erreichbare IT-Kompetenzzentren, die bei Fragen digitaler Gewalt technisch unterstützen. Die To-Do-Liste ist lang. Die letzte Regierung hat das leider verschlafen. Die neue Koalition, die sich Fortschrittskoalition nennt, von der erwarte ich ja einiges. Ich gebe Ihnen einen Vertrauensvorschuss, verspielen Sie den nicht. Die Digitalisierung hat aber seit Corona auch unsere Arbeitswelt komplett umgekrempelt. Die Arbeit im Homeoffice führt zu Dauererreichbarkeit. Arbeitszeiten dehnen sich aus und Ruhephasen werden ausgehebelt. Gerade Frauen übernehmen im Homeoffice zusätzlich auch noch mehr Sorgearbeit als sowieso schon. Ich erinnere kurz. Frauen haben bereits vor Corona 53 Prozent mehr Zeit für Haus- und Sorgearbeit erbracht als Männer. Bei Paaren mit Kindern waren es sogar 83 Prozent mehr. Die Schließung von Kitas und Schulen hat zudem den Betreuungs- und Organisationsbedarf, Stichwort Homeschooling, drastisch erhöht. Und wer hat das größtenteils aufgefangen? Das wird Sie alle sehr überraschen. Es waren die Frauen. Viele Frauen haben deswegen ihre Arbeitszeit reduziert. Und ja, auch Männer haben das teilweise gemacht. Doch nach zwei Corona-Jahren arbeiten die Männer jetzt wieder wie vorher, während jede fünfte Frau immer noch ihre Tätigkeit reduzieren musste, um unplanbaren Betreuungssituationen gerecht zu werden. Und was haben wir nun davon? Vor allem Mütter haben während der Pandemie das Vertrauen in die Politik verloren. Es wurde viel zu wenig getan, um Familien, speziell Mütter und Alleinerziehende, in den letzten zwei Jahren zu entlasten. Stattdessen erleben wir einen Rückfall in alte Muster. Mann verdient Geld, Frau kümmert sich. Und wissen Sie, was das besonders perfide ist? Immer mehr, noch nicht genug, Männer wollen auch Gleichstellung im Privaten. Sie wollen die Sorgearbeit fairer aufteilen, aber stoßen, wie Frauen seit Jahrzehnten übrigens auch, in der Realität an ihre Grenzen. Deswegen muss zum Beispiel endlich das Ehegattenspläne abgeschafft werden, statt mit einer solch fehlgeleiteten Politik weiter die traditionelle Rollenverteilung zu zementieren. Wenn wir uns mit Gleichstellung beschäftigen, dann müssen wir an den Kern der Problematik Betreuungsangebote ausweiten, soziale und pflegerische Berufe, in denen Frauen klassisch überrepräsentiert sind, endlich mit besserer Bezahlung aufwerten, Minijobs nicht ausweiten, wie sie planen, sondern sie in voll sozialversicherungspflichtige Jobs überführen. Aber natürlich können wir stattdessen über einen Bericht diskutieren, der über ein Jahr alt ist. Das hilft nur leider niemandem da draußen, der auf unsere Arbeit angewiesen ist. Vielen Dank. Sie müssen einfach schneller denken, dann verstehen Sie mich auch. Die nächste Rednerin für Bündnis 90 Die Grüne ist Denise Lob, und es ist Ihre erste Rede im Deutschen Bundestag. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen der demokratischen Parteien! Liebe Zuhörerinnen! Wussten Sie, dass biometrische Identifikationssysteme weiße Menschen besser erkennen als schwarze? Dass promovierten Frauen der Zugang zu Umkleide im Fitnessstudio verwehrt wurde, weil das automatische Zugangssystem den Doktortitel ausschließlich Männern zuordnete? Und dass Stellenausschreibungen für Lkw-Fahrer auf einer sozialen Plattform vorrangig Männern angezeigt werden, während Anzeigen für Erzieher vorrangig Frauen gezeigt werden? Diese Beispiele aus dem dritten Gleichstellungsbericht zeigen, Algorithmen führen bestehende Geschlechterstereotype fort, und sie können sie sogar verstärken. Auch deshalb ist es ein großes Problem, dass nur 16 Prozent der Frauen in der Digitalbranche tätig, sie kaum in dessen Führungspositionen vertreten und sie auch bei der Gründung von Start-ups deutlich unterrepräsentiert sind. In anderen Worten, Frauen sind an der digitalen Transformation in diesem Land nicht angemessen beteiligt. Und das hat Einfluss auf die Entwicklung von neuen digitalen Technologien, denn sie sind nie neutral, sie sind immer in gesellschaftlichen Machtverhältnissen und Kontexten eingebettet. Liebe Kolleginnen, Digitalisierung hat Auswirkungen, und zwar ganz reale Auswirkungen, im Alltag und auf die Teilhabechancen von Frauen und Mädchen. Das sieht man zum Beispiel an der Situation von Frauen im Homeoffice während der Pandemie. Auf der einen Seite kann das Arbeiten von zu Hause Chancen bieten, Erwerbs- und Sorgearbeit besser zu vereinbaren. Auf der anderen Seite zeigt sich aber, dass es gerade die Frauen sind, die unbezahlte Sorgearbeit sehr viel stärker ausweiten im Homeoffice als Männer. Das bedeutet, auch hier muss bei der Erarbeitung von gesetzlichen Rahmenbedingungen die Perspektive von Frauen sehr viel stärker berücksichtigt werden. Applaus Eine weitere Realität ist, Frauen sind von digitaler Gewalt im Netz betroffen. Und insbesondere dann, wenn sie sich antirassistisch und queerfeministisch engagieren. Laut einer Studie, wir haben es jetzt heute schon mehrfach gehört, vom Plan International Deutschland, haben 70 Prozent der jungen Frauen in Deutschland im Internet bereits Bedrohung oder Gewalt erlebt. Und leider bestätigen auch aktuelle Zahlen, dass sie sich deshalb aus dem öffentlichen Diskurs zurückziehen. Das ist ein demokratisches Problem. Das müssen wir ändern. Frauen haben ein Recht darauf, auf eine gleichberechtigte und sichere Teilnahme am öffentlichen Diskurs. Digitale Gewalt müssen wir immer und überall bekämpfen. Denn jede Form von Diskriminierung der Frauen begünstigt geschlechtsspezifische Gewalt. Applaus Aus dem dritten Gleichstellungsbericht lässt sich auch ein klarer Auftrag für die Ampelkoalition ableiten. Deswegen bin ich unserer parlamentarischen Staatssekretärin Ekin Deligöz sehr dankbar für ihre deutlichen Worte und die Bitte, diese wichtigen Themen auch im Haushalt zu fahren kann. Denn wir brauchen dieses Geld, um die Handlungsempfehlung des Berichts in der ressortübergreifenden Gleichstellungsstrategie zu berücksichtigen, um die Digitalisierungsstrategie, um eine geschlechtersensible Perspektive zu erweitern und um MINT-Programme zu fördern, damit Geschlechtsstereotype und Zugangsbarrieren für Frauen und Mädchen in der IT-Branche abgebaut werden. Alle diese Maßnahmen sind notwendig. Denn wir wollen doch alle in einer Gesellschaft leben, in der nicht nur die technischen Aspekte, sondern auch die Menschen in ihrer gesamten Vielfalt berücksichtigt werden. Wir wollen in einer Gesellschaft leben, in der sich alle unabhängig vom Geschlecht, sicher, diskriminierungsfrei und gleichberechtigt an den digitalen Transformationsprozessen beteiligen, damit alle Menschen gleichermaßen von den vielen Chancen der Digitalisierung profitieren. Vielen Dank. Vielen Dank. Als nächste Rednerin hält das Wort die Kollegin Dr. Katja Leikert für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Eigentlich müsste der Name Karin Dorrepal jedem ein Begriff sein. Sie hat im Jahr 2004 geschafft, was noch keiner Frau in Deutschland vorher gelungen war. Sie war die erste Frau im Vorstand eines DAX-Konzerns. Und von da an hat es lange, 15 Jahre gedauert, bis der nächste Meilenstein tatsächlich dann erreicht war. Mit Jennifer Morgan bezog 2019 zum ersten Mal eine Frau das CEO-Büro in einem DAX-Konzern. Jetzt herrschen heute nicht mehr die Verhältnisse von 2004, aber ein Frauenanteil in den Vorstandsbüros der 200 größten Unternehmen von gerade einmal 15 Prozent zeigt, dass die Chancengleichheit für Frauen in vielen Unternehmen immer noch Utopie ist. Und sehr geehrter Kollege Ehrhorn, ob Sie es glauben oder nicht, es ist gar keine angeborene Eigenschaft von Frauen, nach dem zweiten oder dritten Kind freiwillig zu Hause zu bleiben oder nur halbtags zu arbeiten. Und es ist die Aufgabe von uns allen hier, diese Zustände endlich zu ändern. Denn auch außerhalb der Vorstandsetagen sieht es mit Frauen in der IT-Branche mager aus. 2021 lag der Frauenanteil in Deutschland bei 18 Prozent. In Informatikstudiengängen liegt der Frauenanteil knapp bei einem Viertel. Auf offene Positionen im Bereich Programmierung und IT bewerben sich je nach Position nur 10 bis 20 Prozent Frauen. Im Start-up-Umfeld ist es kaum besser. An der Gründung mit vorwiegend digitalen Geschäftsmodellen und Plattformen sind nicht einmal 16 Prozent Frauen in den Gründungsteam verbreitet. Und das, liebe Kolleginnen und Kollegen, darf so nicht bleiben. Viele dieser Entwicklungen stützt auch der dritte Gleichstellungsbericht der Bundesregierung, den wir heute hier beraten. Auf 276 Seiten liegt die Sachverständigenkommission da, wo der Handlungsbedarf für die Gleichstellung von Frauen in der Digitalbranche einer digitalisierten Gesellschaft bestehen. Und dass es im Jahr 2022 noch einen 276-seitigen Bericht zu dem Thema braucht, veranschaulicht genau die große Herausforderung, vor der Frauen heute stehen, wenn sie im digitalen Kosmos Fuß fassen wollen. Und diese Herausforderungen anzugehen, und das sollten wir hier alle gemeinsam tun, müssen wir ein zweischichtiges Problem angehen. Erstens die Tatsache, dass Frauen immer noch zu selten in digitalen Jobs und Studiengängen vertreten sind. Und zweitens, dass Frauen noch immer zu selten in Führungspositionen zu finden sind. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, Arbeitgeber können es sich schlichtweg nicht leisten, auf weibliche Fachkräfte zu verzichten. Und was es hier braucht, ist ein Dreiklang, früh Aufmerksamkeit zu schaffen, Vorbilder aufzuzeigen. Und ja, liebe Männer, auch Karrieren von Frauen nicht im Weg zu stehen. Es muss bereits im jungen Alter Aufmerksamkeit für die MINT-Berufe bei Mädchen erzeugt werden. Zielgerichtete Kampagnen wie YouCodeGirls sind der eine von vielen. Verpflichtende Angebote in Kitas und Grundschulen und geschultes Personal sind von großer Bedeutung. Und ganz zentral sind natürlich auch Vorbilder. Das wissen wir Frauen am allerbesten. Weniger Klischees, mehr Role Models. Wir brauchen weibliche Führungskräfte in IT-Berufen. Die die Diversität in Unternehmen erhöhen und einen Multiplikatoreneffekt haben. Unbewusste Vorteile, dass DAX-Vorstände grauhaariger Anzugträger zu sein haben, müssen endlich der Vergangenheit angehören. Und was es hierfür braucht und es muss auch im Jahr 2022 immer noch angesprochen werden, sind eben auch Männer in Führungspositionen, die diesem gesamtgesellschaftlichen Prozess offen gegenüberstehen. Denn sie sind es meistens die Einstellungen, Vornehmen und Beförderung entscheiden. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich könnte jetzt noch weiter ausführen, wie wichtig genügend Kita-Plätze sind und Betreuungsangebote. Ganz unabhängig von der Branche, digital oder analog, möchte ich gerne die Bundesregierung dazu auffordern, sich weiter für den Ausbau dieser Plätze einzusetzen. Sehr verehrte Damen und Herren, ich hoffe inständig, dass es zukünftig keines fast 300-seitigen Berichts mehr braucht, um Frauen gleichzustellen und dass es bald der Vergangenheit angehört. Bitte lassen Sie uns endlich PS auf die Straße bringen. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Und als nächste Rednerin erhält das Wort Dr. Caroline Wagner für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Werte Kolleginnen und Kollegen! Guten Morgen! Und falls wir uns heute nicht mehr sehen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht. Die meisten von Ihnen dürften jetzt das grinsende Gesicht von Jim Carrey vor Augen haben, der im Film Die Truman Show der Star seiner eigenen Serie ist, ohne davon zu wissen. Wie sollte er auch? Immerhin, so die Story des Films, ist der 29-jährige Truman bereits als Baby in das Filmsetting quasi eingepflanzt worden. Und dieses wurde ihm als Wirklichkeit verkauft. Eine simulierte Realität, die zu bröckeln beginnt, als ihm eines vermeintlich normalen Tages plötzlich ein Scheinwerfer vom Himmel vor die Füße knallt. Truman beginnt daraufhin zu zweifeln. Er schaut genau hin und erkennt mehr und mehr, dass das, was er als Wirklichkeit begriffen hatte, purer Schein ist. Und er beginnt, erbittert dagegen anzukämpfen. Ziemlich ähnlich gelagert ist die Frage um die Gleichstellung. Denn strukturelle Diskriminierung gegenüber Frauen in unserer Gesellschaft ist ein Faktpunkt. Denn, werte Kolleginnen und Kollegen, vom Geschlecht hängen natürlich zahlreiche biologische Faktoren ab. Aber vom Geschlecht hängen eben weder Wissen noch Können Talent, Know-how, Neigung oder Interesse ab. Aber ich sage auch ganz klar, dies ist die Ausgangsbasis für Gleichstellungsarbeit. Und wer diese Ausgangsbasis nicht teilt, so wie ich es heute ja schon in Wortmeldungen herausgehört habe, wer das nicht teilt, der erkennt natürlich auch nicht den Sinn und den Nutzen der Maßnahmen, die strukturelle Diskriminierung beseitigen. Und wer das alles nicht sehen will, der blickt nur auf eine Kulisse, wie sie die Berge, der Himmel und das Meer in der Truman Show sind. Und das ist sehr, sehr tragisch in der Konsequenz, werte Kolleginnen und Kollegen. Denn diese fallen ja deshalb nicht weg, nur weil man das Problem nicht erkennt und wahrhaben will. Und was ist die Konsequenz dieser strukturellen Diskriminierung? Was ist die Konsequenz dieser wirkmächtigen Rollenklischees, die ständig repliziert werden? Die Konsequenz ist, dass wir viele Talente in diesem Land ungenutzt liegen lassen. Ganz deutlich zeigt sich dies mit einem Blick auf die IT- und Technikbranche. 16 Prozent, das ist der Frauenanteil in der IT-Branche in der Bundesrepublik Deutschland, 18,5 Prozent sind es in der gesamten EU. Und das, obgleich diese Branche eine Zukunftsbranche ist und unsere wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und Anschlussfähigkeit ganz erheblich davon abhängen, Digitalisierung und Informatik voranzutreiben. Nun ist klar, es können ja im Beruf nur mindestens so viele Frauen eingesetzt werden, wie sich in der entsprechenden Ausbildung auch begeben. Also lassen Sie uns auf die Ingenieurs- und Informatikstudiengänge schauen. Der Anteil an Absolventinnen in der Abschlusskohorte liegt hierbei gerade einmal 25 Prozent beziehungsweise 21 Prozent für die Informatik. Und natürlich muss man auch hier auf die vorherige Stufe der Bildungsbiografie gucken. Auch als Schulfach wird die Informatik von Mädchen weniger häufig auf erhöhtem Anforderungsniveau gewählt als von Jungen. Und nun kann man sich aufgrund dieser Datenlage, aufgrund dieser Fakten auch einfach ganz bequem zurücklehnen, so wie es der Herr Ehrhorn eben tut, und sagen, ja mei, das dürften doch dann die Frauen selber wählen, wird ihnen doch nicht vorgeschrieben, ob sie Informatik studieren. Ja, das stimmt vielleicht, aber es stimmt eben auch, dass Frauen auf dem Weg zu einem solchen Studium und somit auf dem Weg zu einer Karriere in der IT- oder Technikbranche mit ungeheim mehr Hindernissen und Stolpersteinen konfrontiert sind als ihre männlichen Weggefährten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und, ja, Herr Ehrhorn, den Wirkungszusammenhang, den Wirkungszusammenhang, den kann ich Ihnen auch noch erklären. Ja, Mädchen erfahren ganz früh, dass es schon irgendwie seltsam ist, wenn sie sich für Technik interessieren, wenn sie gern in der Werkstatt tüfteln oder am Computer programmieren. Und es braucht eine hohe innere Antriebskraft und innere Stärke, sich dieser spürbaren Konfrontation zu entziehen und dran zu bleiben am Interesse für Technik. Diese Erfahrung machen viele Mädchen und junge Frauen, die sich für eine solche Laufbahn entscheiden. Und deshalb ist es unglaublich wichtig, schon früh im Bildungsprozess anzufangen mit dem Abbau derartiger Rollenklischees und Stereotype. Und deswegen sind Projekte wie der Girls' Day, der Boys' Day, der Nationale Pakt für Frauen in MINT und andere Maßnahmen so wichtige Bausteine auf dem Weg dorthin. Und bei all diesen Maßnahmen geht es darum, Kindern allgemein und im Speziellen Mädchen und junge Frauen frühestmöglich abzuholen, sie zu ermutigen und zu unterstützen. Solche Förderprogramme und Maßnahmen, und das hebt eben die Bundesregierung und der Sachverständigenrat im Gleichstellungsgutachten richtigerweise hervor, können gar nicht früh genug ansetzen. Und diese Programme, sie wirken auch, das weiß ich, aus eigener Erfahrung. Vor dem Antritt meines Mandats im Herbst durfte ich an einer technischen Hochschule in der Oberpfalz ein solches Förderprogramm für junge Frauen in MINT umsetzen. Ziel dieses Programms war die Stärkung des MINT-Interesses von Schülerinnen in der Abschlussphase und beim Übergang zu einem Studium. Also genau dann, wenn die Gefahr besteht, dass es zum Bruch kommt mit dem eigentlichen Interesse. Das Bestärken dieser Schülerinnen in ihrem MINT-Interesse ging aber auch stark einher mit dem Bewusstmachen geschlechtsspezifischer Wirkmechanismen. Viele der Mädchen, die bei diesem Projekt mitgemacht hatten, denen knallte ebenso wie Truman Burbank irgendwann plötzlich ein Scheinwerfer vor die Füße. Und sie wurden sich bewusst, wie ihre Umwelt auf sie als technikbegeisterte Mädchen reagierte und was das auch mit ihnen selbst wiederum machte. Dieses Erkennen bestärkte viele von ihnen ihren Weg in ein technisches Studium oder eine technische Ausbildung auch wirklich umzusetzen. Dass also Projekte wie dieses zur Verbesserung führen, das sieht man auch insgesamt an leichten Anwüchsen beim Anteil der Frauen in MINT-Studiengängen. Es sind keine großen Sprünge, die sich hier zeigen. Aber der Anteil wächst. Er wächst langsam, aber er wächst. Denn immerhin geht es darum, lange institutionalisierte Muster und Denkweisen in unserer Gesellschaft aufzubrechen. Und das ist eben auch keine leichte Aufgabe, sondern ein langer Weg, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und auch hierbei können wir uns ein Beispiel an einer Frau aus der Naturwissenschaft nehmen, denn schon die zweifache Nobelpreisträgerin für Chemie und Physik, Marie Curie, sagte, ich habe gelernt, dass der Weg des Fortschritts weder kurz noch unbeschwerlich ist. Und Gleiches gilt für den Weg der Gleichstellung der Geschlechter. Deshalb lassen wir uns aber nicht aufhalten. Gehen wir weiter, brechen wir weiterhin Rollenklischees auf und entfesseln damit viele Talente in diesem Land. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank. Ich möchte den Abgeordneten Fahle bitten von der AfD-Fraktion, doch bitte auch, seine Maske immer aufzubehalten. Als nächste Rednerin erhält das Wort für die AfD-Fraktion Mariana Harder-Kühnel. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, dieser Bericht ist ein Paradebeispiel dafür, wie Steuergelder verschwendet werden. 276 Seiten voller Ideologie, 276 Seiten voller hohler Phrasen über die geschlechtergerechte Gestaltung der Digitalisierung. Über 100 sogenannte Experten setzen sich mit Pseudoproblemen auseinander. 388 Mal ist von Gender die Rede und 827 Mal von Gleichstellung. 827 Mal, das ist geradezu obsessiv. Sie wollen mit aller Macht, auch in der Digitalisierung, die Gleichstellung der Geschlechter durchsetzen. Wir brauchen aber keine Gleichstellung im Sinne von Ergebnisgleichheit. Wir brauchen vielmehr Gleichberechtigung im Sinne von Chancengleichheit. Chancengleichheit muss selbstverständlich gegeben sein. Das bedeutet aber nicht, dass man in allen Bereichen und mit aller Macht einen 50-prozentigen Anteil von Frauen erzwingen muss, sondern einfach, dass es auch jeder Frau möglich sein muss, jeden Beruf zu ergreifen, den sie möchte. Und wenn sich trotz Chancengleichheit nur 16 Prozent der Frauen für eine Karriere in der Digitalbranche entscheiden, dann ist das eben so. Akzeptieren Sie einfach die Unterschiedlichkeit der Geschlechter. Lassen Sie Frauen Frauen und Männer Männer sein. Mehr als jedes ideologisch versiffte Gleichstellungsprogramm würde Frauen Wertschätzung helfen. Wertschätzung für das, was sie sind und für das, was sie leisten. Zum Beispiel, indem man die Anerkennung ihrer Erziehungsleistungen der Rente endlich schafft. Und wissen Sie was? Im angeblich ach so konservativen, ach so erzkatholischen Kohlen propagiert kein übergriffiger Staat, welche Rollen Mann und Frau in Familie, Beruf oder eben in der digitalen Welt zu spielen haben. Das Ergebnis, in Polen liegt der Anteil von Frauen in Führungspositionen bei 44 Prozent, im Bund diversen Deutschland nur bei 28 Prozent. Also nehmen Sie doch bitte mal Frauenpolitischen Nachhilfeunterricht bei unseren östlichen Nachbarn, meine Damen und Herren. Diskriminierung findet in Deutschland zwar statt, aber an ganz anderer Stelle als in der Digitalbranche. Diskriminierend ist es, Frauen als Dummchen darzustellen, die es ohne staatliche Quotenregelung zu nichts bringen. Diskriminierend ist es, die Lebensleistung von Frauen nur anhand ihres Berufslebens zu messen, während ihr Einsatz für Kinder und Familie unberücksichtigt bleibt. Und wer sich den Gleichstellungsbericht kritisch durchliest, der erkennt schnell, dass die dort angeführte angebliche Diskriminierung nichts weiter ist als ein Vorwand. Ein Vorwand, vor die von der Ampel bereits auf allen Ebenen praktizierte Transformation. Die Transformation, mit der man die Gesellschaft umformen will, um das eigene ideologisch verblendete Weltbild zu etablieren. Dass dies unter anderem durch staatlich erzogene, frühkindliche Bildung erreicht werden soll, zeigt die Gefährlichkeit dieser Regierung auf. Denn Kinder sind keine ideologischen Projekte, sondern unsere Zukunft. Vielen Dank. Als nächste Rednerin erhält das Wort für die FDP-Fraktion die Kollegin Katja Adler. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Seit nunmehr 14 Jahren erinnert der Equal Pay Day an den langen Weg zur Entgeltgleichheit zwischen Frauen und Männern. Der Equal Pay Day zeigt jedes Jahr, dass die Gleichstellungsdebatte nicht mehr nur über die rechtliche Gleichstellung geführt werden darf, sondern über tatsächliche gleiche Verwirklichungschancen geführt werden muss. Der nun dritte Gleichstellungsbericht der Bundesregierung beschreibt die aktuelle Situation von Frauen, insbesondere im Digitalbereich, und gibt uns allen Handlungsempfehlungen und Hausaufgaben auf. Heute sind wir zwar gesellschaftlich angesprochen und sensibilisiert, weil sich zum Beispiel unternehmerischer Erfolg nachweislich in diversen Teams besser einstellt als in homogenen Teams. Dennoch werden gerade einmal 15,7 Prozent der Start-ups in Deutschland von Frauen gegründet. Nur 10 Prozent der Frauenteams erhalten Kapital von Business Angels und nur 8 Prozent erhalten Risikokapital. Selbst bei staatlichen Fördermitteln erhalten nur 21 Prozent der Frauenteams eine Förderung. Und das, obwohl Unternehmen, die von Frauen gegründet werden, oftmals viel nachhaltigeren Erfolg nachweisen können. Und haben Frauen den Schritt in die Digitalbranche gewagt, bleiben sie oft nur kurz dort. Die hohe Fluktuation wirft auch im Bericht ein Schlaglicht auf die Arbeits- und Unternehmenskultur. Verbreitete Stereotype Vorstellung von Frauen in einem männlich geprägten Arbeitsumfeld. Und manche Elemente der in diesem Unternehmen verbreiteten Arbeitsmethoden werden als zentrale Gründe dieser geringen Verweilder von Frauen in der Digitalbranche gesehen. Schaffen wir also den Rahmen für einen Wandel der Arbeits- und Unternehmenskultur, um mehr Frauen langfristige Perspektiven zu bieten. Verschaffen wir mehr Frauen Zugang zu Finanzierung und zu Förderung. Verhelfen wir mehr Frauen zu mehr Sichtbarkeit. Zeigen wir, dass wir tolle Frauen in der Digitalbranche haben. Nur dies ist unser Weg zu dauerhaften Erfolg und zur Konkurrenzfähigkeit auch im europäischen Vergleich. Ein Wandel der Arbeits- und Unternehmenskultur ist auch bedingt durch einen Wandel unserer gesellschaftlichen Kultur insgesamt. Denn solange Mütter, die neben ihrer Familie auch ihre Karriere verfolgen, als Rabenmütter dargestellt werden, haben wir noch einen langen Weg vor uns hin zu einem wirklichen Kulturwandel in unserer gesamten Gesellschaft. Für diesen Kulturwandel braucht es mutigere Ansätze. Dafür braucht es alle Menschen unserer Gesellschaft. Es braucht Frauen, die sich für eine Karriere im Digitalbereich einstellen. Und es braucht Männer, die diesen Wandel aus voller, aus tiefer Überzeugung mittragen. Kommen Sie bitte zum Schluss, Frau Kollegin. Und die nächste Rednerin ist Ulle Schaus für Bündnis 90 Die Grünen. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Liebe Kolleginnen und Kollegen, dieser dritte Gleichstellungsbericht, den debattieren wir hier, weil sich die Bundesregierung es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Erkenntnisse aus der Geschlechterforschung ernst zu nehmen, seine Handlungsempfehlungen in die konkrete politische Arbeit einfließen zu lassen. Und viele Empfehlungen stehen schon im Koa-Vertrag und auch im Regierungsprogramm, wie beispielsweise Gewalt gegen Frauen, die auch im digitalen Raum ausgeübt wird. Hier muss deutlich stärker gendersensibler Schutz gewährleistet werden. Die Regierung setzt auf Synergien und siedelt den kommenden Gleichstellungsbericht in der neuen Bundesstiftung Gleichstellung an. Das ist gut. Das wird jetzt gemacht. Aber, Kolleginnen und Kollegen, was nicht vorhersehbar war, das war die Pandemie und ihre Auswirkungen. Und unter Corona hat dieser dritte Gleichstellungsbericht Digitalisierung geschlechtergerecht gestalten besonders Aktualität bekommen. Wir haben als Gesellschaft in der Pandemie einen Digitalisierungssprung gemacht. Aber was nicht gelungen ist, ist geschlechtergerecht durch die Corona-Krise zu kommen. Frauen haben in den letzten zwei Jahren zu oft und zu lange bis zur Erschöpfung das Unmögliche versucht. Homeoffice, Homeschooling, Haushalt, alles gleichzeitig. Nicht wenige, die systemrelevant sind oder nicht im Homeoffice arbeiten können und gleichzeitig keine Kinderbetreuung zur Verfügung haben, kündigten ihren Job. Da müssen wir ehrlich sein, Kolleginnen und Kollegen. Die besten Rahmenbedingungen helfen Frauen nicht weiter, wenn sie nicht entlastet werden, wenn es keine Umverteilung von Care-Arbeit gibt. Und vor allem, wenn nahezu erwartet wird, dass die Frauen es schon irgendwie machen, dass sie zurückstecken. Nein. Wenn die digitale Zukunft der Arbeit gestaltet wird, ist es zentral, Erwerbs- und Sorgearbeit zusammenzudenken. Wirksame Regelungen zu schaffen und Kinder und Job partnerschaftlicher aufzuteilen. Und die Vorhaben der Ministerin Spiegel sind hier gut und wichtig. Sie wurden gestern im Ausschuss vorgestellt. Das gehen wir jetzt an. Und ich freue mich auf die Umsetzung dieser Maßnahmen. Vielen Dank. Vielen Dank. Als nächste Rednerin erhält für die CDU-CSU-Fraktion die Kollegin Dorothee Bär das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, der dritte Gleichstellungsbericht verbindet zwei Querschnittsthemen. Auf der einen Seite Digitalisierungspolitik, auf der anderen Seite Gleichstellungspolitik. Und wenn man auf die Handlungsempfehlungen des Berichts schaut, sieht man sofort, dass nicht nur sämtliche Bundesministerien betroffen sind, sondern auch alle politischen Ebenen angesprochen sind. Und wenn man sich anschaut, dass das ja jedes für sich genommen schon eine wahnsinnige Mammutaufgabe ist, sind es natürlich beide zusammen erst recht und beide Themen absolute Herzensthemen von mir. Und ich weiß, dass wir in beiden Bereichen schneller vorankommen müssen, weil wir es ganz besonders unseren Töchtern auch schuldig sind. Und deswegen habe ich nicht ganz verstanden, Herr Ehrhorn, Frau Harder-Kühnel, wie Sie hier solche Reden halten können. Sie haben im Kirchner stehen, dass Sie auch Kinder haben. Ich weiß jetzt nicht, ob Töchter dabei sind. Aber es ist schon etwas befremdlich. Und ich frage mich, ob Sie sich morgen überhaupt nach so einer Rede wieder in Ihre eigene Familie zurücktrauen. Im Mittelpunkt. Und ganz ehrlich, Sie können froh sein, dass das, was Sie alles die ganze Zeit reden, Unterhaltungen untereinander sind. Wir sind ja dank der FDP so nah dran, dass wirklich auch die Privatunterhaltungen, da tut einem alles weh. Wirklich, da gehen alle Haare, sträuben sich da zu Berge unterirdisch, was Sie hier alles von sich geben. Ganz, ganz schlimm. Nicht nur hier am Rednerpol. Für mich steht im Mittelpunkt die Frage, und dafür ist dieser Bericht auch da, Wie kann auch Digitalisierung geschlechtergerecht ausgestaltet werden? Weil sich eben unter den Bedingungen des digitalen Wandels Ungleichheiten noch mal ganz neu zeigen. Es haben sehr viele Vorrednerinnen heute schon von sich gegeben. Und sie zeigen sich auch alle anders. Wir haben schon den Gender Pay Gap besprochen. Wir haben den Gender Care Gap besprochen, wo auch nur von Ihnen unflätige Dinge reingerufen werden. Und den Motorölwechsel, liebe Leute, das glauben Sie doch nicht selber, was Sie hier von sich geben, Herr Ehrhorn. Aber ich möchte mich gar nicht lange mit Ihnen beschäftigen, weil es wirklich auch verlorene Liebesmüh ist. Ich möchte einen weiteren Begriff einführen, nämlich den des Gender Data Gaps. Das bedeutet eben, dass anteilsmäßig, ich weiß, dass Fremdwörter für Sie Glückssache sind, aber Sie können ja mal zuhören, anteilsmäßig gibt es mehr Daten über Männer, die gesammelt werden, als über Frauen. Und es ist auch so, dass diese nicht nach Geschlechtern unterschieden werden. Und das führt eben nicht, wie man vielleicht auf den ersten Blick glauben könnte, erst mal zu einer Gleichbehandlung, sondern eben zum Gegenteil. Weil geschlechterspezifische Verschiedenheiten, die Sie ja auf der einen Seite immer rausholen, die werden eben ignoriert mit zum Teil fatalen Konsequenzen. Das berühmteste Beispiel ist sicherlich, was jetzt nicht originär digital ist, aber das beste Beispiel, was alle kennen, ist nämlich das Thema der Crash-Test-Gummys, dass die immer überwiegend männlich waren. Ja, vielen Dank. Und der Bundestag diskutiert über den Gleichstellungsbericht der Bundesregierung. Denn die Bundesregierung ist laut Grundgesetz dazu verpflichtet, die Durchsetzung der Gleichberechtigung von Männern und Frauen auch zu fördern. Und da gibt es dann regelmäßig einen Bericht darüber, inwieweit der Staat dieser Verantwortung nachkommt. Und der Bericht, über den jetzt diskutiert wird, der wurde schon im vergangenen Sommer noch unter der damaligen Bundesregierung vorgestellt, wird jetzt eben diskutiert. Er konzentriert sich besonders auf die Digitalisierung und inwieweit da eine Gleichberechtigung von Männern und Frauen stattgefunden hat. Oder eben, das kam hier in der Debatte raus, schon eher nicht. Und wir haben noch die Möglichkeit, zumindest zwei Redner von dieser Debatte zu hören. Deswegen wollen wir jetzt gleich ins Plenum geben, um auch die Opposition zu hören. Für diese spricht Dorothee Bär, die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Unionsfraktion. Um Sonderfälle zu minimieren. Und deswegen, wenn dann in Datensätzen nur wenige Frauen vorkommen, werden diese vom Algorithmus als irrelevante Abweichungen ignoriert. Und deswegen ist das natürlich ein ganz, ganz wichtiges Thema an der Stelle, weil Frauen natürlich keine irrelevante Abweichung sind. So sieht es also der Algorithmus, wenn wir nicht gegensteuern. Und deswegen brauchen wir, um diese Ungerechtigkeiten zu beheben, Veränderungen auf mehreren Ebenen, beispielsweise bei der Gleichbehandlung der Bewerberprofile. Es ist schon viel darüber gesprochen worden, wo wir ansetzen müssen, in den Kindergärten, in den Schulen. Aber wir können es auch nicht nur den Kindergärten und den Schulen überlassen. Wir brauchen auch an den Nachmittagen Angebote. Und ich möchte jetzt mal einen großen Werbeblock hier an dieser Stelle machen, weil das wirklich ein ganz, ganz, ganz tolles Instrument ist, was wir in der letzten Legislaturperiode leider nur singulär in Deutschland haben einführen können. Ich gebe ganz offen zu, ich habe mir es anders vorgestellt, in der Hoffnung, dass wir regieren, dass wir es flächendeckend in Deutschland ausrollen. Aber ich möchte an die Fraktionen der Ampel eine Bitte mitgeben, ob sie es sich mal anschauen können und vielleicht umsetzen können. Wir haben nämlich auf Bestreben der Bundeskanzlerin ein sogenanntes digitales Lernzentrum mit Namen TUMO in Berlin hier eingeführt. TUMO ist ein Zentrum außerhalb der Schule, freiwillig für Kinder von 12 bis 18 Jahren. Es ist dauerhaft, es ist kostenlos, es ist regelmäßig. Und es ist gerade für Mädchen ganz großartig, weil es nennt sich nämlich nicht nur digital, sondern es heißt zum Beispiel ein Center for Creative Studies, weil Sprache auch wahnsinnig viel macht. Weil Kreativität, da fühlen sich Mädchen besser angesprochen. Es ist leider immer noch so, dass es heißt, oh, Jungs machen mal Mathe, Mädchen sollen lieber Sprachen lernen. Dann sagen wir ja, Programmiersprachen beispielsweise. Und ich kann alle Kolleginnen und Kollegen nur ermuntern, sich das hier in Berlin mal anzuschauen. Mein Wunsch wäre es, dass wir es analog der Mehrgenerationenhäuser in jedem Landkreis in Deutschland, in jeder kreisfreien Stadt einrichten, weil das jeder wirklich vor Ort auch in seinen Wahlkreisen gut brauchen könnte. Nicht nur in Berlin, wo es hervorragend funktioniert. Aber da würde ich Sie bitten, wirklich uns zu unterstützen an dieser Stelle. Liebe Bundesregierung, liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie haben uns als Union an Ihrer Seite, wenn wir die Handlungsempfehlungen der Sachverständigenkommission ernst nehmen, wenn wir sie in konkrete Umsetzungsschritte eben auch umsetzen werden. Holen wir also die weiblichen Crashtest-Dammys weg vom Beifahrersitz, holen sie hinters Steuer, bauen wir diese Ungleichheiten ab. Und liebe Mädchen, die ihr heute alle zugeschaut habt, liebe Frauen, ihr werdet an den Debatten sehen. Ihr könnt nie, die AfD werden es nicht zu eurem Besten. Vielen Dank. Dorothee Bär war das. Der Bundestag diskutiert über Gleichstellung von Männern und Frauen. Und auch für die CDU, CSU ist das natürlich ein Thema. Denn auch, wenn man sich mal anschaut, Julia Klöckner hat gerade neulich den Landesvorsitz in Rheinland-Pfalz aufgegeben. Und so gibt es in der CDU momentan nur noch männliche Landesvorsitzende. Wir kommen zur letzten Rednerin schon in dieser Debatte. Das ist Ariane Fescher für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Interessierte an den Bildschirmen. In der Pandemie waren die Menschen durchschnittlich über zehn Stunden täglich online. Aktuell sind es immer noch mehr als sieben Stunden. Der dritte Gleichstellungsbericht der Bundesregierung fokussiert daher mit gutem Grund auf die digitale Welt. Und wie in der realen Welt, sind auch in der digitalen Welt Mädchen und Frauen im Netz wesentlich häufiger Gewalt ausgesetzt. Hier knüpfe ich an an die Debatte zum Internationalen Frauentag und möchte noch mal verstärken. Menschenrechte, Frauenrechte, es ist eins. Die vorgestern vorgestellte Kriminalitätsstatistik zeigt, dass Opfer von Straftaten gegen sexuelle Selbstbestimmung zu 92 Prozent Frauen und zu 50 Prozent unter 21 Jahren alt sind. Die Fälle von sexuellem Missbrauch von Kindern haben um 6,3 Prozent zugenommen, die Verbreitung pornografischer Schriften um 88 Prozent. Die virtuelle Welt wird dabei als Tatort immer relevanter. Es gibt eine Vielzahl von Formen von Gewalt an Frauen und Mädchen im Netz. Cybermobbing, Hate Speech, Bloßstellen und Anschwärzen, sogenanntes Doxing, Cyberstalking, Nötigung oder Erpressung, Verbreiten von Gerüchten und Schmähungen, Identitätsmissbrauch und auch die offene Androhung von Gewalt. Begünstigt durch die Anonymität des Netzes und in räumlicher Distanz zum Opfer. Das bedeutet, das Netz ermächtigt somit auch Feiglinge zum Täter zu werden. Unser Gehirn ist ein Wunderwerk. Es merkt sich über sogenannte Spiegelneuronen, Erfahrungen und Gefühle, damit wir in einer künftigen Situation Muster erkennen, gewappnet sind, schnell reagieren können. Das soll unser Überleben sichern. Doch das heranreifende Gehirn eines unter 18-Jährigen unterscheidet nicht zwischen wirklich erlebten Szenen und virtuell erlebten Erfahrungen und Emotionen. Ein Spiel, ein Film, eine Diffamierung im Netz wird genauso stark erlebt und genauso als Wirklichkeit abgespeichert. Das Internet prägt auf diese Weise direkt Selbst- und Rollenbilder. Welchen Einfluss hat das Internet auf unsere Vorstellungswelten? Unendlich viele Fotos, Selfies werden verschickt, vermeintlich verschönt durch Filter. Das eigene Spiegelbild kann dann mit diesem virtuellen Ich nicht mehr mithalten. Und das führt in der Realität zu Gefühlen von Minderwertigkeit, meist bei Frauen. Dazu kommen neue Vorbilder. InfluencerInnen, gecastet, um durch Schönheit Einfluss zu nehmen. Schönheit, Erfolg und Ware werden somit eine Einheit. Es entsteht ein auf Benutzen und Verbrauchen, ein auf Konsumieren ausgelegtes Menschen- und insbesondere Frauenbild. 35 Prozent des Datenverkehrs im Internet sind Zugriffe auf Pornos. Neun von zehn Konsumenten sind Männer. Der Erstkonsum ist gewöhnlich im Alter von elf bis zwölf Jahren. Und 71 Prozent der 14- bis 17-Jährigen gucken mehrfach wöchentlich Pornodarstellungen. Wir erinnern uns an die Spiegelneuronen. Anhand dieser Bilder prägen sich die Vorstellungen der jungen Männer von Frauen und von Sex. Es prägt sich ein Selbstbild von einem Mann, der das Recht hat, alles, was er will, von der Frau zu bekommen. Es ist nötigenfalls auch zu nehmen. Diese Bilder von Frauen als Objekt führen zur Enthemmung und zu höherer Gewaltbereitschaft gegenüber Frauen. Der Anteil polizeilich gemeldeter Vergewaltigungen und schwerer sexueller Nötigung ist seit 2010 von 9,4 auf 11,9 Fälle pro 100.000 Einwohner gestiegen. Wo kommt das her? Was ist zu tun? Das Bundesfrauenministerium hat 2019 die bundesweite Initiative Stärke als Gewalt gestartet. Auf der Online-Plattform Aktiv gegen digitale Gewalt gibt es gesammelte Informationen über Formen digitaler Gewalt, was dagegen getan werden kann und wo es Hilfe für Betroffene und Fachkräfte gibt. Es gilt, das Wissen zu stärken, empfiehlt der Gleichstellungsbericht. Bei Straftaten soll erfasst werden, ob digitale Medien eine Rolle spielen. Fachberatungsstellen sollen ihre Kompetenzen im Bereich geschlechterbezogene digitale Gewalt auf- und ausbauen. Ein Schutzschirm könnte Opfern unter anderem bei der Sicherung von Beweismitteln, dem Löschen von Hasskommentaren oder dem Schützen ihrer Accounts helfen. Zentral bleibt als Forderung die Reform internationalen gesetzlichen Kinder- und Jugendmedienschutzes, denn bis jetzt ist es ein einziger Klick, ich bin 18, um auf der Pornoseite zu landen. Die Kinder und Jugendlichen sollen einerseits vor ungeeignetem Inhalt, aber insbesondere vor Interaktionsrisiken wie Mobbing, sexualisierter Anmache, Hassrede, aber auch vor Kontaktaufnahme von Tätern geschützt werden. Die Kombination aus Sensibilisierung, digitalem Jugendschutz und einem funktionierenden Hilfesystem haben wir im Koalitionsvertrag als wichtige Eckpfeiler des Gewaltschutzes verankert. Das Thema gehört auch an den runden Tisch gegen Gewalt an Frauen, und diesen werden wir im Mai fortsetzen. Greifen wir darüber hinaus an der Wurzel an. Das sind die gelebten Rollenbilder und Vorbilder, die Männer und Frauen, Mütter und Väter geben. Aber lassen Sie uns auch pädagogisch und in Kampagnen Menschen und Rollenbilder prägen, in denen jeder Mensch gleich viel wert ist und darüber hinaus alles, was er oder sie möchte, sein kann. Lassen Sie uns noch etwas völlig Verrücktes tun, nämlich unser Grundgesetz ernst zu nehmen, indem wir die Würde des Menschen, die Würde der Frau, wieder als unantastbar anerkennen. Frauenrechte sind Menschenrechte in der realen und in der virtuellen Welt. Vielen Dank. Ariane Fischer ruft hier dazu aus, etwas völlig Verrücktes zu tun und das Grundgesetz ernst zu nehmen. Die Gleichberechtigung schreitet voran, allerdings gibt es doch immer noch einige Lücken. Das ist zum Beispiel ganz besonders deutlich beim Verdienst. Aber es ist eben auch deutlich, wenn man sich die Digitalwirtschaft anschaut, wo Frauen immer noch unterrepräsentiert sind. Nur 30 Prozent der Firmengründer sind weiblich. Und es ist auch immer noch deutlich, dass künstliche Intelligenz-Algorithmen zum Beispiel Frauen mitunter diskriminieren. Das trifft allerdings nicht nur Frauen, sondern auch andere Minderheiten, sogenannte Minderheiten. Das unter anderem steht im Bericht der Bundesregierung, im Gleichstellungsbericht im Dritten. Der wird jetzt überwiesen an die entsprechenden Ausschüsse. Federführend ist der Ausschuss für Familien, Senioren, Frauen und Jugend. Und dann wird er dort weiter diskutiert und kommt dann irgendwann hier wieder ins Plenum zur weiteren Debatte. Wir kommen jetzt zum nächsten Tagesordnungspunkt. Da geht es um das Kurzarbeitergeld, beziehungsweise die möglichen Steuernachzahlungen. Die Linksfraktion hat einen Antrag eingereicht, in dem sie fordert, diese zu verhindern. Genaueres werden jetzt die Linken erläutern. Ihr Abgeordneter Christian Görke beginnt die Debatte. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wie Sie wissen, haben wir Tausende Beschäftigte gehabt, die in der Krise in Kurzarbeit sich befunden haben. Und ich finde, wenn diese Beschäftigten oft schmerzhafte Einschnitte hinnehmen mussten und jetzt fette Steuernachzahlungen aufgedrückt bekommen, das geht nicht und muss auch hier diskutiert werden. Kurzarbeit, liebe Kolleginnen und Kollegen, heißt nicht nur weniger Geld. Kurzarbeit heißt natürlich, Angst davor zu haben, den Job zu verlieren, Angst, seine Miete nicht bezahlen zu können, Angst, mit der Familie nicht über die Runden zu kommen. Und das Letzte, was man dann noch in dieser bescheidenen Situation gebrauchen kann, ist Post vom Finanzamt mit einer besagten Nachzahlung. Warum diese Nachzahlung? Nun, das Kurzarbeitergeld ist zwar steuerfrei, aber im Einkommensteuersatz gibt es eine Tücke, den sogenannten Progressionsvorbehalt. Ein schreckliches Wort. Was heißt das? Um den richtigen Steuersatz auf das zu versteuernde Einkommen zu ermitteln, wird das Kurzarbeitergeld mit dem sonstigen Einkommen dazugerechnet. Hier mal ein gutes Beispiel aus der Lebenswirklichkeit aus meinem Wahlkreis in der Lausitz. Eine alleinstehende Köchin hat letztes Jahr 40.000 Euro verdient, musste aber einige Monate in Kurzarbeit und hat währenddessen 5.000 Euro Kurzarbeitergeld bekommen. Wäre diese 40.000 Euro ihr einziges Einkommen, lege ihr durchschnittlicher Steuersatz bei 21,1 Prozent. Die 5.000 Euro Kurzarbeitergeld werden aber bei der Berechnung des Steuersatzes obendrauf geschlagen. Das Problem ist, dass die Köchin also zu wenig Einkommensteuer gezahlt hat und muss deshalb 652 Euro nachzahlen, die ganz schön wehtun können. Umdrehen, liebe Kolleginnen und Kollegen, müssen 100.000 Kurzarbeiter aufgrund dieser Sachlage eine Einkommensteuererklärung abgeben. Das haben viele auch nicht auf dem Schirm. Der erste Brief vom Finanzamt ist dann die Mahnung. Der zweite Brief ist dann die schmerzhafte Nachzahlung. Zwei Briefe, die man sich, ich glaube, kneifen kann. Meine Damen und Herren, liebe Kollegen, ich habe die Regierung befragt, über welche Summe wir hier reden. Aus dem Proventionsvorbehalt ergeben sich allein für 2020 und 2021 eine zusätzliche Steuerbelastung von 3,5 Milliarden Euro. Auf der anderen Seite sind diese 3,5 Milliarden Euro natürlich Einnahmen, die beziehungsweise von denjenigen hier gezahlt werden, die es unbedingt brauchen. Diese Ungerechtigkeit zu stoppen und nebenbei auch die Lohnsteuerhilfe für Ein- und Steuerberater zu entlassen, wollen wir das Kurzarbeitergeld von diesem Progressionsvorbehalt Tempo ausnehmen. Liebe Kolleginnen und Kollegen von der FDP, sehr geehrter Herr Brand, Ich darf Sie daran erinnern, aber Sie wissen es ja selbst, das haben Sie im Jahr 2020 als FDP-Fraktion hier in diesem Bundestag beantragt. Wir haben damals zugestimmt und heute stellen Sie den Finanzminister. Und ich finde, jetzt könnten Sie einfach mal Nägel mit Köpfen machen. Sie als FDP, mit Bündnis 90 Grünen und den Sozialdemokraten, die ja auch im Wahlkampf so oft die Entlastung vor allen Dingen über die gesprochen haben, die es nötig haben, die einen schmalen Geldbeutel. Es wäre jetzt das Mindeste, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Kurzarbeiter von diesen Nachzahlungen auszunehmen und zu schützen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Christian Görke war der Sprecher für Finanzpolitik der Linken und übrigens auch Interviewgast bei uns morgen im Phoenix-Doppelinterview um 8.45 Uhr vor der Plenardebatte. Dagmar Andres folgt auf ihn. Sie ist SPD-Mitglied und als MdB auch Mitglied des Finanzausschusses des Deutschen Bundestags. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen der demokratischen Fraktion! Liebe Linke, grundsätzlich finde ich Anträge, die darauf abzielen, die Steuerlast bei kleinen und mittleren Einkommen zu senken, ja sehr charmant. Und damit läuft man bei mir eigentlich offene Türen ein. Was wir aber in der SPD-Fraktion so gar nicht mögen, ist eine Ungerechtigkeit. Und diese Ungerechtigkeit würden wir weiter ausbauen, wenn wir diesem Antrag folgen würden. Wie der Kollege eben schon richtig erklärt hat, es gibt einen Grundfreibetrag, der liegt bei knapp 10.000 Euro. Bis zu dem wird gar keine Einkommensteuer bezahlt. Mit steigendem Einkommen steigt dann auch der persönliche Steuersatz, und zwar von einem Eingangssteuersatz in Höhe von 14 Prozent bis zu einem Spitzensteuersatz von maximal 45 Prozent für die besonders Reichen. Und das gilt ab rund 255.000 Euro zu versteuerndes Einkommen pro Person. Wer mehr verdient, muss also auch mehr Steuern zahlen. Und das ist vollkommen richtig so. Anstatt des Arbeitslohns oder auch zusätzlich zum Arbeitslohn kann man aber auch sogenannte Lohnersatzleistungen beziehen. Das sind zum Beispiel Elterngeld, Mutterschaftsgeld, Krankengeld oder eben auch das im Antrag erwähnte Kurzarbeitergeld. Diese Lohnersatzleistungen sind steuerfrei, stehen aber unter dem völlig korrekten Progressionsvorbehalt. Das heißt, für diese Lohnersatzleistungen zahlt man zwar keine Einkommensteuer, aber diese steuerfreien Bezüge fließen in die Berechnung des persönlichen Einkommensteuersatzes mit ein. Also zahlt man für den Arbeitslohn einen höheren Steuersatz, als man ohne Kurzarbeitergeld gezahlt hätte. Und jetzt hatte ich eigentlich auch ein Beispiel, das versuche ich jetzt schnell anzupassen, an die Köchin A und an die Köchin B. Also wenn die Köchin A 40.000 Euro bei einer Vollzeittätigkeit im Kalenderjahr an Einkünften erzielt hat und darauf ihre Einkommensteuern zahlt. Und ich vergleiche damit jetzt die Köchin B, die neun Monate im Jahr Vollzeit gearbeitet hat und drei Monate in Kurzarbeit gearbeitet hat. Die hat also 40.000 Euro Einkommen und 5.000 Euro Kurzarbeitergeld aus ihrem Beispiel. Warum soll die jetzt die gleiche Steuerlast tragen wie die Köchin, die nur 40.000 Euro hatte? Köchin 40.000 Euro weniger Steuern, Köchin 45.000 Euro mehr Steuern. Was soll denn dagegen sprechen, dass eine höhere Leistungsfähigkeit eben auch höhere Steuern verursacht? Laut Bundesverfassungsgericht nichts. In der Begründung einer übrigens unanfechtbaren Entscheidung führt das Bundesverfassungsgericht nämlich aus, und mit Erlaubnis der Präsidentin möchte ich zitieren, Der Progressionsvorbehalt berücksichtigt das Leistungsvermögen des Steuerpflichtigen in der verfassungsrechtlich gebotenen Weise. Es liegt auf der Hand, dass Steuerpflichtige, die im Kalenderjahr neben eigenen Einkünften auch Lohnersatzleistungen bezogen haben, wirtschaftlich leistungsfähiger sind als Steuerpflichtige, die gleich hohe Einkünfte ohne zusätzliche Lohnersatzleistungen erzielt haben. Die Einbeziehung der Lohnersatzleistungen zur Berechnung des Steuersatzes begegnet daher keinen verfassungsrechtlichen Bedenken. Zitat Ende. Warum Die Linke den Progressionsvorbehalt nur aus dem Kurzarbeitergeld nehmen will, nicht aber aus den anderen Lohnersatzleistungen, wird im Antrag nicht erläutert. Dieser Antrag ist nicht neu und auch nicht besser als all Ihre diesbezüglichen Anträge zuvor. Wir empfänden das immer noch als ungerecht und werden ihn noch wieder ablehnen. In der Fortschrittskoalition der Ampel setzen wir nämlich darauf, mit vielen gerechten und vor allen Dingen geeigneten Maßnahmen insbesondere kleine und mittlere Einkommen zu entlasten. Und das werden meine Kolleginnen und Kollegen in dieser Debatte sicherlich noch ausführlich darlegen. Dafür lasse ich denen jetzt auch 35 Sekunden mehr Zeit. Vielen Dank. Jetzt schauen wir mal, ob die die 35 Sekunden bekommen. Als erstes darf ich mal eben nur fragen, ist das Mikrofon irgendwie auf den Boden gefallen? Liegt da irgendwo jetzt noch was rum? Alles klar. Dann erhält jetzt das Wort für die CDU-CSU-Fraktion der Kollege Olaf Gutting das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin! Werte Kolleginnen und Kollegen! Die letzten zwei Jahre waren für viele Menschen in diesem Land in einer herausfordernden Zeit. Wir haben in der Regierung und im Parlament viel dafür getan, um die Belastungen für die Menschen möglichst niedrig zu halten, um die Belastungen abzumildern. Und eine Maßnahme davon war, dass wir das Kurzarbeitergeld so genutzt haben, dass Beschäftigte bei ihren Unternehmen auch beschäftigt bleiben konnten. Und diese Maßnahme wurde von uns ja auch immer wieder verbessert. Sie wurde verlängert. Und wir haben zudem ermöglicht, dass Arbeitgeber auch steuerfreie Zuschüsse auf das Kurzarbeitergeld zahlen konnten. Die aktuelle Ampelkoalition hat diese sinnvollen Maßnahmen fortgeführt. Es bleibt dabei, dass die Zugangsvoraussetzungen zum Kurzarbeitergeld bis zum 30. Juni diesen Jahres herabgesetzt bleiben. Und die maximale Bezugsdauer für das Kurzarbeitergeld wird befristet von 24 Monaten auf 28 Monate verlängert. Nun, das Kurzarbeitergeld, wir haben es vorhin schon gehört, beträgt ja in der Regel 60 bzw. 67 Prozent der Nettoentgeltdifferenz. Und das ist in vielen Lohngruppen tatsächlich ein sehr niedriger Auszahlungsbetrag. Er erhöht sich zwar ab dem vierten Monat dann auf 70 bzw. 77 und ab dem siebten Monat auf 80 bzw. 87 Prozent der Nettoentgeltdifferenz. Aber das ist natürlich nicht vergleichbar mit dem normalen Bruttolohn. Zusätzlich kann der Arbeitgeber diesen Betrag noch mit einer steuerfreien Zahlung erhöhen. Das wird auch oft von den Arbeitgebern gemacht. Und man muss diese Zahlen, denke ich, auch nennen, denn es geht ja hier am Ende um den Vergleich zwischen den Nettobeträgen zwischen normalem Arbeitnehmer und Kurzarbeiter. Es geht also darum, was hat man am Ende in der Tasche. Und hier ist der Antrag der Linken, bei dem es ja faktisch um die Abschaffung des Progressionsvorbehaltes für Kurzarbeitergeld geht, einfach falsch gedacht. Die Linke will mit ihrem Antrag einen anerkannten steuerlichen Grundsatz aushebeln, nämlich die Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit. Und nur der Progressionsvorbehalt stellt die Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit sicher. Wer mehr verdient, wer leistungsfähiger ist, der muss natürlich höhere Steuern bezahlen als der, der weniger hat. Das ist richtig und das ist korrekt. Mit ihrer Forderung nach der Verhinderung von möglichen Steuernachzahlungen, das ist ja nicht überall der Fall, aber mit ihrer Forderung nach dieser Verhinderung setzen Sie von den Linken nun dieses Prinzip außer Kraft. Tatsache ist, die Lohnersatzleistungen und eben damit auch das Kurzarbeitergeld sind steuerfrei. Und Sie sind das und Sie bleiben es auch. Es wird ja lediglich zur Berechnung des individuellen Steuersatzes diese Lohnersatzleistungen mit einbezogen. Und wer Kurzarbeitergeld erhält, der zahlt für diesen Zeitraum in jedem Fall auch weniger Steuern als beim Bezug des normalen Bruttoarbeitslohns. Völlig egal, ob Köchin oder anderer Berufe. Es ist so, wer Kurzarbeitergeld bezieht, zahlt für diesen Zeitraum weniger Steuern. Würden jedoch Lohnersatzleistungen bei der Berechnung des individuellen Steuersatzes, bezogen auf das gesamte Jahreseinkommen, und darum geht es ja, nicht berücksichtigt, dann wäre das gegenüber den übrigen Steuerpflichtigen schlicht ungerecht. Es würde nicht nur den vollständigen Steuerausfall für diese Ersatzleistung bedeuten, sondern eben auch die Anwendung eines niedrigen, eben dann nicht mehr angemessenen Steuersatzes für die übrigen Einkünfte. Und das kann man tatsächlich nicht befürworten. Wenn Sie von den Linken die mögliche Steuerbelastung für Kurzarbeiter nur isoliert betrachten, dann verabschieden Sie sich von diesem Prinzip der leistungsfähigen Besteuerung, der leistungsgerechten Besteuerung. Wenn es Ihnen bei diesem Antrag denn um eine generelle, grundsätzliche Steuersenkung ginge, dann sind wir offen für Gespräche. Da können wir gemeinsam gerne nach Lösungen suchen. Aber Sie wollen ja hier nur die steuerliche Behandlung des Kurzarbeitergeldes aussetzen und nicht den Progressionsvorbehalt auch bei den anderen Lohnersatzleistungen, wie zum Beispiel Insolvenzgeld oder Arbeitslosengeld, mit abschaffen. Und da zeigt sich eben auch dieser kurzfristige Effekt. Und da zeigt sich eben auch der Unterschied zwischen Oppositionsparteien. Ich bin Ihnen dankbar, dass Sie noch einmal erwähnt haben, dass die FDP, als sie noch in der Opposition war, auch so einen ähnlichen Antrag gestellt hat. Aber das ist halt der Unterschied. Wir sind auch in der Opposition vernünftig. Wir sind auch in der Opposition verantwortungsbewusst. Und wir wechseln hier nicht das Hemd von Populismus zu Regierung, sondern das ist der Unterschied in der Opposition. Wir sind auch hier in der Opposition eine verantwortungsbewusste Fraktion. Zusätzliche Belastungen für die Menschen, die schon unter den wirtschaftlichen Folgen der Pandemie gelitten haben, sollen verhindert werden. D'accord, selbstverständlich. Da gibt es überhaupt kein Vertun. Das wollen wir auch. Aber wir in der Union stehen eben auch für den Grundsatz der Gleichmäßigkeit der Besteuerung, konkretisiert durch das Leistungsfähigkeitsprinzip. Und das werden wir hier nicht ausblenden. Aktive Arbeitnehmer dürfen im Ergebnis nicht schlechter gestellt werden als Empfänger von Ersatzleistungen. Und genau das würde mit Ihrem Vorschlag in vielen Fällen geschehen. Fazit. Wir halten fest. Unter dem Gesichtspunkt einer gerechten Besteuerung ist dem Einkommensteuerrecht Der Progressionsvorbehalt beim Kurzarbeitergeld folgerichtig und er ist deswegen beizubehalten. Und ergo lehnen wir deswegen Ihren Antrag hier heute ab. Soweit schon die Ankündigung von Olaf Gutting, CDU, CSU, zum Antrag der Linksfraktion, der hier debattiert wird in der Corona-Pandemie, hat die Bundesregierung Sonderregelungen verabschiedet, um den Zugang zu Kurzarbeitergeld zu erleichtern. Und das hat nun, kann nun eben sich in der Steuernachzahlung von Kurzarbeitergeldempfängern bemerkbar machen. Olaf Gutting spricht jetzt für, pardon, Sascha Müller spricht jetzt für die Grünen. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Gäbe es das Kurzarbeitergeld nicht, man müsste es erfinden. Zahlreiche Beschäftigungsverhältnisse konnten während der Corona-Pandemie erhalten bleiben, eben weil es das Kurzarbeitergeld gibt. Auch ich war zu Anfang der Corona-Pandemie in Kurzarbeit. Wenn auch nicht wie in anderen Branchen zu 100 Prozent, sondern nur mit reduzierter Arbeitszeit. Für mich als Sportjournalist gab es nur mal weniger zu tun, als alle Sportveranstaltungen abgesagt wurden, die Bundesliga komplett aussetzen musste, die Werbeeinnahmen ausblieben. Und in der Redaktion haben wir uns in dieser Zeit genau darauf geachtet, nicht länger zu arbeiten, als es die strengen Regeln der Kurzarbeit erlaubt hatten. Was bei einer journalistischen Tätigkeit gar nicht so einfach ist. Artikel müssen recherchiert, mit Informanten muss gesprochen werden, Interviews müssen redigiert und autorisiert werden. Manches geführte Interview konnte, wie ich aus anderen Ressorts weiß, daher gar nicht erscheinen. Nun, insgesamt waren wir aber froh, unseren Beruf weiter ausüben zu können, denn die demokratische Öffentlichkeit braucht guten Journalismus, Journalismus und auch Journalismus ist systemrelevant. Woran wir sicherlich seinerzeit überhaupt nicht gedacht haben, war der Progressionsvorbehalt. Progressionsvorbehalt, das ist bereits gesagt worden, beim Kurzarbeitergeld bedeutet, dass das Kurzarbeitergeld zwar steuerfrei ist, der gezahlte Betrag wird aber zur Ermittlung des Steuersatzes auf das eigentliche Erwerbseinkommen herangezogen. Oft ergeben sich dadurch Steuernachzahlungen, ja, aber das sind nicht zwingend. Es könnte auch der gegenteilige Effekt eintreten. Und zugegeben, emotional kann ich das Anliegen des vorliegenden Antrags aus der Fraktion der Linken durchaus nachvollziehen. Natürlich ist es ärgerlich, wenn du zuerst staatliche Hilfe bekommst und dann zeitverzögert über die Einkommensteuer wieder was zurückzahlen sollst, obwohl das Kurzarbeitergeld doch eigentlich steuerfrei ist. Hier könnte der Eindruck einer gefühlten Ungerechtigkeit entstehen. Was aber passieren würde, wenn wir dem vorliegenden Antrag folgen würden, wäre, wir würden aus einer vielleicht gefühlten Ungerechtigkeit eine tatsächliche Ungerechtigkeit machen. In Ziffer 2 des vorliegenden Antrags streichen Sie die Notwendigkeit nach der Kurzarbeit, eine Einkommensteuererklärung abzugeben. Nun, für viele Steuerzahlerinnen und Steuerzahler bliebe diese Notwendigkeit dennoch erhalten, zum Beispiel, wenn Sie einen Antrag auf Lohnsteuerermäßigung beantragt haben oder wenn Sie bei Verheirateten, wenn Sie die Steuerklassen 3 und 5 gewählt haben, die es für den im Antrag genannten Zeitraum ja noch gibt. Und wie Sie wissen, wollen wir als Ampel ja hier ran. Das Ganze wird auch nicht besser, wenn Sie den Progressionsvorball in Ziffer 1 des Antrags ganz streichen. Damit hebeln Sie, auch das ist schon gesagt worden, heben Sie den Grundsatz der Besteuerung nach Leistungsfähigkeit aus. Und Sie verschärfen den Unterschied und damit auch vielleicht eine weitere dann gefühlte Ungerechtigkeit zwischen jedem, die als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Hilfen in Form von Kurzarbeit erhalten haben und etwa zum Beispiel Soloselbstständigen, die ihre Überbrückung zur Neustarthilfe, das ist ein anderes Instrument, klar, aber dennoch nenne ich es, sogar nicht nur mit Progressionsvorbehalt, sondern insgesamt versteuern müssen. Und eine... Nebenbei eine bessere Absicherung, eine Art von Kurzarbeitergeld für Soloselbstständige, wäre uns meine Überlegung wert. Da war das nur am Rande. Nein, das rückwirkende Streichen des Progressionsvorbehalts für die Jahre 2020 bis 2022, wie im Antrag vorgelegt, kommt für uns in der Tat nicht in Frage. Die damit einhergehenden Steuerentlastungen wären zudem, und darauf kommt es heute gerade besonders an, zu dieser Zeit noch nicht einmal zielgerichtet. Für mich und ich glaube auch für meine damaligen Kolleginnen und Kollegen ebenso, war der sich ergebende höhere Steuersatz kein wirkliches Problem. Wenn sich Steuernachzahlungen ergeben haben, dann haben wir diese Steuern gerne gezahlt, damit der Staat sich um die Hilfen für die wirklich betroffenen Branchen und beispielsweise auch um Kunst- und Kulturschaffende kümmern konnte. Natürlich, das haben Sie aber leider nicht gemacht. Sie hätten ja Vorschläge machen können. Könnte man darüber nachdenken, wie diese eingangs erwähnte gefühlte Ungerechtigkeit in der Zukunft abzumildern wäre? Das ist vielleicht auch eine Frage der Kommunikation. Da sind mehrere Möglichkeiten denkbar. Sie hätten beispielsweise einen Freibetrag, ab dem der Progressionsvorbehalt erst gilt, beantragen können. Haben Sie leider nicht. Wir hätten natürlich nachdenken können, was könnte man in der Zukunft ändern, um diese Besteuerung nach Leistungsfähigkeit einerseits zu erhalten und andererseits für die Betroffenen die böse Überraschung einer Steuernachzahlung zu vermeiden oder, das wird schwer gehen, aber vielleicht zumindest zu minimieren. Das tun Sie mit dem vorliegenden Antrag aber nicht. Deshalb können wir uns auch nicht mit ihm anfreunden. Aber wir freuen uns auf die weitere Diskussion im Ausschuss. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Als nächste Rednerin hält für die AfD-Fraktion Gerrit May das Wort. Hui war das Wort. Entschuldigung. Und Gerrit Hui ist Obfrau im Ausschuss für Arbeit und Soziales für die AfD. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Die Linken sprechen in Ihrem Antrag ein Problem an, das sich in vielen Fällen staatlicher Subventionspolitik widerfindet. Sie ist nicht ehrlich. Genauer gesagt, Ihre Zahlen sind nicht ehrlich. So fließt in vielen Fällen gar nicht die angekündigte Subventionssumme an den Fängern, sondern eine reduzierte Summe. Für den Fall des Corona-Kurzarbeitergeldes heißt das in der Regel, dass am Ende weniger als die angekündigten 60 oder 67 Prozent des vorherigen Einkommens im Portemonnaie des Kurzarbeiters landen. Warum? Vielfach gesagt schon, die Zahlung überliegt dem sogenannten Progressionsvorbehalt. Sie fließt zwar formal steuerfrei vom Staatsempfänger, erhöht aber die Steuern auf sein übriges Einkommen, sodass ihm am Ende netto weniger verbleibt als angekündigt. Und nicht genug, dass weniger Geld bei ihm landet. Er muss dafür auch noch eine Steuererklärung abgeben, was besonders ärgerlich ist, wenn er das zuvor nicht gebraucht hat. Schon bei einem Bezug von nur 410 Euro Kurzarbeitergeld wird sie dann fällig, die Steuererklärung, was nicht nur beim Empfänger des Geldes, sondern auch in den Finanzbehörden einen erheblichen Mehraufwand auslöst. Die Regierung kann diesen Mehraufwand zwar nicht genau beziffern, aber einige Millionen zusätzliche Steuererklärungen dürften es schon sein. Und das erinnert fatal an andere hochbürokratische Regierungsvorhaben, wie zum Beispiel die Grundrente, die etwa 1,3 Millionen Rentnern zugutekommen soll. Es ist sehr erfreulich und es ist auch höchste Zeit, dass diese 1,3 Millionen Rentner, die jahrzehntelang Rentenbeiträge eingezahlt haben, einen Aufschlag auf ihre viel zu niedrigen Renten erhalten. Dass dafür aber 1.000 neue Mitarbeiter in der Rentenanstalt eingestellt werden mussten, zeigt, dass auch die Grundrente wie so vieles andere ein bürokratischer Murks ist. Ein neuer Mitarbeiter für 1.300 Grundrenten. Der Steuerzahler muss ihr Gehalt, die Nebenkosten, Bürokosten und die Verwaltungskosten zahlen. Geht es nicht auch mal einfacher? Oder muss jede neue Regierungsidee gleich immer in ein Arbeitsbeschaffungsprogramm ausarten? Aber einfache Lösungen, die man verstehen und nachvollziehen kann, mag die Regierung offenbar nicht. Man muss ja schon Steuerexperte sein, um beim Kurzarbeitergeld noch durchzublicken. Aber egal, ob man es versteht oder nicht, zahlen muss man immer. Und die Größenordnung hat es in sich. Von den 12,6 Milliarden Euro ausgezahlten Kurzarbeitergeld in 2020 flossen rund 2,1 Milliarden Euro wieder an den Fiskus zurück. Das sind knapp 17 Prozent, die die Kurzarbeiter im Schnitt weniger im Portemonnaie hatten als angekündigt. Das gleiche Spiel im Jahr 2021. 8,1 Milliarden Euro wurden als Kurzarbeitergeld gezahlt. 1,4 Milliarden Euro flossen als Steuern wieder an den Fiskus zurück. Wieder gut 17 Prozent. Das ist doch nicht fair. Die meisten Kurzarbeiter hatten große Mühe, mit dem Corona-bedingten Einkommensverlust zurechtzukommen. Und dann sollen wir am Ende noch Steuern nachzahlen. Und das auch noch bei der aktuellen Mehrbelastung durch die hohe Inflation. Geht's noch? Wir finden, die Regierung sollte sich ehrlich machen und dem Bürger grundsätzlich sagen, was Sache ist. Es wäre technisch übrigens überhaupt nicht schwierig, den Kurzarbeitern die Steuererklärung abzunehmen. Das würde helfen. Man würde den Progressionsvorbehalt abschaffen. Die Steuer, die Kurzarbeiter hätten mehr Geld und die Behörden hätten weniger Arbeit. Das wäre doch eine Lösung. Ähnliches gilt übrigens auch für die Rentenempfänger, die zunehmend in die Besteuerung ihrer Rente hineinrutschen. Viele von Ihnen haben in ihrem ganzen Berufsleben keine Steuererklärung ausfertigen müssen. Aber im Alter verlangt man es plötzlich von Ihnen. Am besten noch elektronisch. Oder sollen Sie dafür einen Steuerberater sich nehmen? Auch hier gilt es, dass es technisch sehr wohl möglich wäre, Rentnern, die aus ihrer Rente nichts anderes zu versteuern haben, dieses Problem einfach in den Finanzbehörden abzunehmen. Denn denen liegen alle nötigen Daten vor. Es wäre schön, wenn man den Behörden auch die Möglichkeit dazu einräumen würde. Aber zurück zur faktischen Besteuerung des Kurzarbeitergelds. Liebe Linke, wir von der AfD können aus den dargelegten Gründen sehr gut verstehen, dass Sie diesen Antrag gestellt haben. Was wir nicht verstehen können, ist, dass Sie einen fast gleichenlautenden Antrag von uns, den wir schon im Jahr 2020 und dann noch einmal im Jahr 2021 gestellt haben, rundweg abgelehnt haben. Das war wohl auch nicht ganz ehrlich. Danke. Das Kurzarbeitergeld kann dazu führen, dass die übrigen steuerpflichtigen Einkünfte der Beschäftigten höher besteuert werden. Und das kann eben bedeuten, dass viele Menschen, die in den vergangenen Monaten aufgrund der Corona-Pandemie Kurzarbeitergeld empfangen haben, nun mehr Steuern kriegen. Darüber diskutiert der Bundestag. Vielen Dank, Frau Präsidentin! Sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen! Es ist ja schon angedeutet worden, dieser Antrag ist mir nicht ganz unbekannt. Um es mal ganz vorsichtig auszudrücken, eigentlich müsste man Lizenzgebühren dafür verlangen. Denn er ist eins zu eins abgeschrieben worden. Man könnte auch ansatzweise eine Urheberrechtsklage daraus machen. Aber es ist halt schlecht gemacht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Denn gute Ideen sind halt nur dann gut, wenn sie auch zum richtigen Zeitpunkt kommen. Und gute Ideen verlieren ihre Wirkung auch dann, wenn sie zum falschen Zeitpunkt kommen. Sie kehren ihre Wirkung geradezu teilweise um. Und das werde ich Ihnen gleich erläutern. Aber auch ich komme nicht umhin, kurz darauf zurückzukommen, was der Progressionsvorbehalt eigentlich ist. Wir haben halt in Deutschland Einkünfte, die sind steuerfrei und andere, die sind steuerpflichtig. Und in der Mitte liegen die, die dem Progressionsvorbehalt unterliegen. Das ist ja schon erläutert worden. Da werden die Einkünfte berücksichtigt, um den Steuersatz zu ermitteln. Und da es in den meisten Fällen diesbezüglich auch zu Nachzahlungen kommt, nicht in allen, aber in den meisten Fällen zu Nachzahlungen kommt, hat der Gesetzgeber auch vorgesorgt und hat gleich für eine Erklärungspflicht für diese Dinge, für diese Fälle gesorgt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich will das nicht nur aus formalen Gründen ablehnen, Herr Kollege Görke, sondern da gibt es wirklich jetzt, was Ihren Antrag angeht, inhaltlich handfeste Gründe dafür. Im Ursprung hatte dieser Antrag in 2020 eine sehr nachvollziehbare und gute Agenda. Man konnte sich entscheiden, der Gesetzgeber ist frei zu entscheiden darüber, ob er Einkünfte steuerfrei stellt, ob er Einkünfte steuerpflichtig stellt oder ob er Einkünfte dem Progressionsvorbehalt unterwirft. Damals hat die Große Koalition unseren Antrag abgelehnt und hat gesagt, ja, wir wollen daran nichts ändern, Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit etc. Wir hätten uns damals dafür entscheiden können, diesen coronabedingten Provisionsvorbehalt auszusetzen, auch die Erklärungspflicht auszusetzen. Es wäre eine große Unterstützung seinerzeit für die Menschen gewesen. Es wäre auch eine Unterstützung für die Verwaltung gewesen. Nun aber, in 2022, ist es eigentlich zu spät. Nein, es ist nicht eigentlich zu spät. Es ist zu spät, diesen Fehler der damaligen Großen Koalition zu beheben. Es führt geradezu zu neuen Ungerechtigkeiten, weil sie gleiche Sachverhalte für die Zukunft von der Vergangenheit ungleich behandelt werden. Und sie werden nicht, wie Sie in Ihrem Antrag schreiben, für Bürokratieentlastung sorgen. Sie werden sogar für deutlich mehr Bürokratie sorgen. Denn wie wollen Sie das denn in der Praxis handhaben? Das müssten Sie mir mal erläutern. Die 20er-Erklärungen sind ja schon längstens abgegeben, jedenfalls in den meisten Fällen. Auch die 21er-Fälle. Die müssten ja dann rückwirkend korrigiert werden. Wollen Sie das nur auf Antrag machen? Soll das die Verwaltung von Amts wegen machen? Das sind alles Fragen. Ist das rechtlich überhaupt noch möglich? Interessiert Sie vermutlich gar nicht, ob das rechtlich möglich ist. Also das ist in der Tat, dieses Prozedere, das ist einfach zu kompliziert und führt zu einer, aus meiner Sicht, erheblichen Mehrarbeit für die Verwaltung, wenn jetzt die 20er- und auch 21er-Fälle wieder aufgerollt werden müssen. Deshalb denke ich, ist dieser Antrag überhaupt nicht durchdacht, jedenfalls für die Vergangenheit. Und ehrlich gesagt, bin ich immer noch am Überlegen, ob es eher für mich spricht, dass Sie diesen Antrag abgeschrieben haben oder ob es eben gegen Sie spricht, dass Sie den so unreflektiert übernommen haben, auch aus der Vergangenheit. Herzlichen Dank. Markus Herbrandt, der finanzpolitische Sprecher der FDP und ich habe es vorhin schon bei Christian Görke gesagt und so, das trifft auch Markus Herbrandt zu. Morgen wird er bei dem Phoenix-Doppelinterview sein, ab 8.45 Uhr, unter anderem zum Corona-Steuerhilfegesetz hier aus dem Deutschen Bundestag. Barsa Mavi spricht jetzt für die SPD-Fraktion und das ist seine erste Rede, die er hier im Plenarsaal hält. Vielen Dank, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren. Dem Antrag der Fraktion Die Linke können wir nicht zustimmen, weil er, wie schon verschiedene Rednerinnen und Redner hier ausgeführt haben, von seiner Systematik her unstimmig ist und als Einzelforderung unausgegoren ist. Damit ist Ihr Antrag das glatte Gegenteil von der überaus zielgerichteten und wirksamen Wirtschafts-, Arbeits- und Sozialpolitik, die wir seit zwei Jahren zur Eindämmung dieser Corona-Krise einsetzen und nicht zuletzt von der SPD in der Regierungsverantwortung vorangetrieben wurde und sich jetzt ganz konkret in der Arbeit dieser Ampelkoalition niederschlägt. Ich versuche jeden Antrag, naja, fast jeden Antrag, den ich ablehne, möglichst etwas Positives abzugewinnen. Und ich werde auch bei Ihnen fündig. Ganz zu Beginn Ihres Antrags finden sich ja durchaus anerkennende Worte für unsere Politik zur Corona-Krisenbewältigung. Sie haben recht, dass das Modell der Kurzarbeit, das wir schon bei der Wirtschafts- und Finanzkrise 2008-2009 erfolgreich erprobt haben mit dem damaligen Arbeitsminister Olaf Scholz und jetzt wieder mit Hubertus Heil, unsere Gesellschaft vor starken Job- und Wohlstandsverlusten bewahrt hat und der Spitze bis zu zwei Millionen Jobs gerettet hat. Herr Müller hat es ausgeführt, ganz lebensnah, welche Branchen davon betroffen waren. Das Instrument der Kurzarbeit, das alleine in meiner Bundesagenturregion Karlsruhe Rastatt über 9000 Unternehmen in der Spitze genutzt haben und die steuerfreie Lohnersatzleistung Kurzarbeitergeld waren und sind ein ganz zentraler Baustein und Markenzeichen unserer Krisenpolitik, die international Anerkennung und Nachahmer gefunden hat und die unsere Volkswirtschaft bis heute stabilisiert. Millionen von Beschäftigten haben bisher vom Kurzarbeitergeld profitiert, das wir immer wieder in den letzten zwei Jahren, Herr Guttinger hat es, glaube ich, ausgeführt, optimiert haben mit einem Auszahlvolumen von über 42 Milliarden Euro. Und die aktuelle Krisenlage, die sich verschärften, Lieferkettenprobleme, die enorm wirtschaftlich sind, folgen des russischen Angriffskrieges in der Ukraine, zeigen, dass das Kurzarbeitergeld eine ganz wichtige Leistung ist, die dringend gebraucht wird. Aber damit bei dieser langen Debatte zu Ihrem Antrag nicht der Eindruck verfängt, dass wir uns im Zuge von Maßnahmen zur Stabilisierung und Entlastung nur einzig und allein auf das Kurzarbeitergeld konzentrieren müssten, helfe ich Ihnen gerne auf die Sprünge, wie umfassend das Antikrisenmanagement dieser letzten zwei Jahre war und wie umfassend es vor allen Dingen noch werden wird. Wir bringen Millionen von Beschäftigten und Unternehmen durch viele durchdachte Maßnahmen durch diese Krise. So haben zehntausende Antragstellende Unternehmen profitiert, 181 Milliarden Euro, die im Übrigen voll zu versteuern sind. In der Regel hat der Staat während der Pandemie an Unternehmen ausgezahlt als sofort über Brückungs- oder Neustarthilfen, über KfW-Kredite und den Wirtschaftsstabilisierungsfonds für große Unternehmen. Neben der Kurzarbeit haben genau diese Maßnahmen zum Erhalt von Arbeitsplätzen und zur Vermeidung von Insolvenzen beigetragen. Im Jahr 2021 gab es knapp 14.000 Insolvenzen. Das waren 12 Prozent weniger als im Vorjahr und 25 Prozent unter Vorkrisenniveau. Hinzu kommen konjunkturstützende Maßnahmen, die wir ganz konkret noch in dieser Woche in erster Lesung beim Corona-Steuerhilfegesetz und beim Steuerentlastungsgesetz im Bundestag beraten werden. Auch die Bürgerinnen und Bürger entlasten wir in diesem Jahr mit einer Vielzahl von konkreten Maßnahmen in den Bereichen Mobilität, Energie und Steuernachlässen mit einem Volumen von mehr als 30 Milliarden Euro. Das genau kommt Familien und Beschäftigten, die Ihnen ja auch so wichtig sind als linke Fraktion, enorm zugute. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das alles zeigt, die Ampelkoalition handelt umfassend und entschlossen, um unser Land gut durch die aktuellen Krisen zu führen. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und Unternehmen können sich sicher sein, dass diese Koalition zu zielgenauen Maßnahmen greift, die entlasten, Jobs und Wohlstand sichern. Sie können sich auf die Ampelkoalition verlassen. Wir haben eine abgestimmte Strategie. Das ist weitaus wichtiger als das ganz kleine Karo, das die Linke hier versucht, mit ihrem Antrag zu spielen. Wir werden diesen Antrag guten Gewissens ablehnen und unsere Arbeit einfach weitermachen. Vielen Dank. Das kommt Kasa Mavi hier an. Für die SPD-Fraktion auch ihm folgt nun Michael Meister, Mitglied der CDU-CSU-Fraktion. Und er sitzt im Finanzausschuss hier in der Debatte zum Antrag der Linksfraktion mit dem Titel Steuernachzahlung für Kurzarbeiterinnen und Kurzarbeiter verhindern. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Kurzarbeit und das Kurzarbeitergeld ist eigentlich ein etabliertes Instrument, was wir in Deutschland haben, um Beschäftigung bei Schwankungen in der Nachfrage zu stabilisieren. Und deshalb ist es auch ein dauerhaftes Instrument, was wir in diesem Land haben. Allerdings haben wir bei der Finanzkrise und jetzt auch in der Corona-Pandemie die Zugangsregeln vereinfacht. Und wir haben die Bezugszeiten deutlich erweitert, um damit sozusagen diesem Schock, der auf den Arbeitsmarkt gegangen ist, sozusagen entgegenzuwirken und zu einer Stabilisierung der Beschäftigten beizutragen. Und ich glaube, das war eine richtige Entscheidung. Jetzt muss man sehen, dass dieses keine Wohltat des Staates ist, sondern das Kurzarbeitergeld wird finanziert durch Beiträge von Arbeitnehmern und Arbeitgebern. Und deshalb will ich an der Stelle mal daran erinnern, wenn jetzt Anfang diesen Monats fast alle Maßnahmen im Zusammenhang mit Corona ausgelaufen sind, dass wir auch mal darüber nachdenken müssen, ob an der Stelle aus Fairnessgründen zu denen hin, die das Ganze bezahlen, nämlich die Arbeitnehmer und Arbeitgeber, die Beiträge entrichten, wir dann auch über die Frage Auslaufen der Sonderregelungen dringend nachdenken müssen. Ich glaube, das ist dringend geboten. Als Fairness gegenüber denjenigen, die das Ganze bezahlen. Der Antrag, der hier gestellt wird von der Fraktion Die Linke, bezieht sich jetzt auf den Progressionsvorbehalt nach § 32b Einkommenssteuergesetz und bezieht sich ausschließlich auf die Jahre 2020 bis 2022. Ich habe eben eingangs gesagt, das Kurzarbeitergeld gibt es immer. Gegen nur die Sonderregelungen, Zugang und Dauer sind befristet. Und deshalb müssten Sie eigentlich denklogisch, wenn Sie so einen Antrag stellen, den Antrag dauerhaft stellen. Das tun Sie ausdrücklich nicht. Und deshalb ist das, wie man sieht, ziemlicher Unsinn. Zum Zweiten. Sie stellen steuerpolitische Grundsätze hier infrage. Das kann man tun. Man kann über die Frage, ob etwas steuerpflichtig ist oder nicht, diskutieren. Worüber man nicht diskutieren sollte, nach meiner Meinung, ist das Prinzip der Leistungsfähigkeit. Das Prinzip der Leistungsfähigkeit ist ein vorhandener Grundsatz. Und Sie stellen dieses Prinzip jetzt hier infrage mit Ihrem Antrag. Und das könnte man, wie gesagt, durchaus in die Diskussion bringen. Dann müssten Sie aber bitte schön nicht nur das vorhandene Prinzip infrage stellen, sondern Sie müssten einen neuen Satz von Prinzipien auf den Tisch legen, über den man diskutiert, dass wir dann eine neue Grundlage für unsere Steuerpolitik in diesem Land haben. Das tun Sie aber nicht. Sondern Sie machen einen einzelnen Griff, stellen ein Prinzip infrage, heben es auf und setzen nichts Neues an diese Stelle. Das nenne ich Willkür. Und ich möchte in diesem Land keine willkürliche Steuerpolitik. Und jetzt fand ich es eben, fand das eben sehr charmant, Herr Brandt, wie Sie für die FDP argumentiert haben. Es gibt Zeiten, da kann man Prinzipien außer Kraft setzen und statt mit Willkür arbeiten. Und es gibt andere Zeiten, wo man nicht mit Willkür arbeitet. Nee, ich sage, wenn man Prinzipien hat, dann gelten die dauerhaft. Und dann muss man dauerhaft für diese Prinzipien eintreten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und das sollten Sie sich für die nächste Phase der Opposition der FDP gut überlegen, wenn Sie dann wieder Anträge formulieren, ob Sie da nicht ein paar Prinzipien aufrechterhalten. Meine Damen und Herren, das Kurzarbeitergeld selbst ist nicht steuerpflichtig. Und es wird aus dem Kurzarbeitergeld auch keine Steuern gezahlt, sondern das ist eine steuerfreie Leistung als Einkommensersatzleistung. Worauf Steuern gezahlt werden müssen, ist das sonstige Einkommen, was man jenseits des Kurzarbeitergeldes hat. Aber es ist, glaube ich, unstreitig, dass durch den Bezug des Kurzarbeitergeldes die Leistungsfähigkeit gesteigert wird. Und dann ist es angemessen, wenn meine Leistungsfähigkeit steigt, die Kollegen haben das ausgeführt, dass dann ein höherer Steuersatz auf dieses Einkommen fällig wird. Und dann wird diese Steuer aus dem sonstigen Einkommen gezahlt. Und deshalb bleibt das Kurzarbeitergeld vollkommen steuerfrei, meine Damen und Herren. Und ich bin schon überrascht, dass dieser Antrag jetzt gerade von den Linken kommt. Sie tragen uns bei vielen Debatten hier vor. Je höher jemand Einkommen hat und je höher seine Leistungsfähigkeit ist, umso höher müsste besteuert werden. Und Sie mahnen uns permanent, die Steuern in Deutschland für Menschen, die höhere Einkommen beziehen, seien zu niedrig. Und jetzt argumentieren Sie bei dem Antrag genau denklogisch umgekehrt. Sie sagen, es gibt ja aber Gründe, wo jemand höhere Leistungsfähigkeit hat, aber den wollen wir nicht besteuern. Das hat auch nichts mit Ihrer Logik zu tun, die Sie von morgens bis abends vortragen. Wer mehr hat, soll bitte mehr zahlen. Meine Damen und Herren, und an der Stelle will ich auch mal deutlich sagen, ich habe vorhin gesagt, Kurzarbeitergeld wird von den Beitragszahlern finanziert. Das ist eine Solidarleistung der Menschen, die jeden Tag arbeiten, an diejenigen, die aktuell ein Problem haben. Dann muss ich aber bitte schön verlangen, dass diejenigen, die Solidarität empfangen, die diese bekommen, nämlich das Kurzarbeitergeld, auch selbst einen Solidarbeitrag leisten, indem sie vernünftig ihre Steuern entrichten. Und der Meinung bin ich. Und deshalb werden wir diesem Antrag nicht beitreten. Es ist richtigerweise vorhin gesagt worden, das Bundesverfassungsgericht hat sich 1995 mit der Frage befasst und hat in zweierlei Hinsicht sehr deutlich gesagt, dass der Progressionsvorbehalt verfassungsgerecht ist. Zum einen bezogen auf Artikel 3 Absatz 1, den allgemeinen Gleichheitssatz. Verfassungsgericht hat ausdrücklich festgestellt, er wird nicht verletzt. Und zum Zweiten aber auch bezogen auf das Sozialstaatsprinzip, dass durch die Einbeziehung der Lohnersatzleistungen in den Anwendungsbereich des Progressionsvorbehalts kein Verfassungsbruch steht. Und deshalb glaube ich, ist es gut, wenn wir Ihren Antrag diskutieren. Es ist genauso gut und wichtig, dass wir ihn dann aber auch ablehnen. Vielen Dank. Das Pult wird natürlich noch Corona-konform nach jedem Redner desinfiziert. Und nun kommt Wolfgang Stringmann-Kuhn, Obmann im Ausschuss für Arbeit und Soziales für Bündnis 90 Die Grünen im Deutschen Bundestag. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, es gibt ja in Deutschland durchaus einige Gerechtigkeitsprobleme. Wenn man sich die Armutszahlen anguckt, wenn man Ungleichheit betrachtet, es gibt auch im Steuersystem Gerechtigkeitsprobleme, es gibt im Sozialversicherungssystem Gerechtigkeitsprobleme, bei der Grundsicherung. Und jetzt stellt die Linke, kleinste Fraktion im Bundestag, einen Antrag und lässt uns hier 68 Minuten über den Progressionsvorbehalt reden. Ich verstehe das ehrlich gesagt nicht. Ich gebe zu, ich habe auch schon mal mit dem Progressionsvorbehalt zu tun gehabt. Ich habe nicht Kurzarbeitergeld bezogen, sondern Arbeitslosengeld. Und war dann auch erst mal etwas irritiert, dass ich arbeitslos geworden bin. Und dann musste ich am Ende dann noch zusätzlich Steuern zahlen. Das ist ein Ungerechtigkeitsgefühl, was viele Menschen haben. Mein Kollege Sascha Müller ist da schon drauf eingegangen, beim eigenen Beispiel. Aber es ist schon von fast allen Rednerinnen und Rednern gesagt worden, es gibt da ein paar Ausnahmen, dass es aber gerecht ist, der Progressionsvorbehaltung. Ich habe überlegt, wie erkläre ich das noch mal, nachdem so viele Leute das schon genannt haben. Und da gibt es in steuerpolitischen Debatten ein bewährtes Instrument. Liebe Claudia, Lothar Binding ist nicht mehr im Bundestag, aber er hat den Zollstock weitergegeben. Und wir stellen uns jetzt mal drei Leute vor. Die eine Person hat Erwerbseinkommen, was ungefähr so hoch ist. Dann gibt es eine zweite Person, die hat Erwerbseinkommen, was ebenso hoch ist. Wir hatten das schon mal ähnlich beim Zahlenbeispiel von der Frau Andres. Dann kommt zu dem Erwerbseinkommen noch Kurzarbeitergeld hinzu. Das ist die zweite Person. Und dann gibt es noch eine dritte Person, die hat ein Erwerbseinkommen, was insgesamt so hoch ist. Also A, B und C. So, und wir sind uns eigentlich ja einig, wer ein höheres Einkommen hat, soll auch eine höhere Steuer zahlen. Auch Sie von den Linken. Oder täusche ich mich da? Ich sehe Nicken, auch bei den Linken. Also, das ist gerecht im Steuersystem. Wer ein höheres Einkommen hat, soll höhere Steuern zahlen. Klar ist, wenn man A und C miteinander vergleicht, da sind wir uns einig, die Person muss mehr Steuern zahlen als diese. Aber was ist mit der Person in der Mitte? Die hat ja nun Arbeitseinkommen und zusätzlich Kurzarbeitergeld. Das Kurzarbeitergeld wird nicht besteuert. Das heißt, das Arbeitseinkommen ist nur das. Wenn es nach den Linken geht, würde die Person die gleichen Steuern zahlen wie die, obwohl die in der Mitte ja ein höheres Einkommen hat. Das ist ungerecht. Das ist auch schon gesagt worden. Es wäre aber auch nicht gerecht, wenn die Person das Gleiche an Steuern zahlen würde wie diese. Weil die hat Kurzarbeitergeld. Das Kurzarbeitergeld wird nicht versteuert. Und was ist die Lösung, die wir im Steuerrecht haben? Das ist dieser Progressionsvorbehalt, in dem gesagt worden wird, das Arbeitseinkommen wird besteuert, aber nicht mit dem Steuersatz der Person A, sondern mit dem Steuersatz der Person C. Sodass wir im Endeffekt bei der Steuer ein Ergebnis haben, A zahlt am wenigsten Steuern, B am zweitwenigsten und C am meisten Steuern. Und das ist gerecht und das ist gut so. Und deswegen ist der Antrag der Linken nicht sinnvoll und nicht gerecht. Und da bleiben wir auch als Grüne dabei, ob Opposition oder Regierungspartei. Aber es gibt beim Kurzarbeitergeld durchaus auch Gerechtigkeitsprobleme. Und die Ampelkoalition will da auch dran gehen. Wir haben nämlich bei der Frage, schützt das Kurzarbeitergeld in ausreichendem Maß vor Armut? Eine Debatte, die wir in der letzten Legislaturperiode auch intensiv geführt haben. Die Grünen haben immer das Instrument eines Mindestkurzarbeitergelds ins Gespräch gebracht. Das wäre eine wichtige Gerechtigkeitsfrage. Und wir haben als Ampel... Die Gerechtigkeitsfrage schützt es vor Armut. Und wir haben als Ampel vereinbart, dass wir das Kurzarbeitergeld, die Kurzarbeiter-Sonderregeln in Bezug auf den Schutz bei geringem Einkommen evaluieren wollen. Wir wollen das jetzt nicht im laufenden Prozess machen, sondern nach der Corona-Pandemie. Aber dann werden wir uns dieser Frage noch mal stellen. Das wäre eine wirklich wichtige Gerechtigkeitsfrage. Und wir werden uns dieser Frage stellen. Der Progressionsvorbehalt ist es nicht. Vielen Dank. Wolfgang Strengmann-Kuhn hat hier an Lothar Binding erinnert. Ein SPD-Politiker, über 20 Jahre saß er im Bundestag, war langjähriger finanzpolitischer Sprecher der SPD. Und zu ihm gehörte es praktisch zu jeder Rede dazu, einen Zollstock zu haben und mit diesem seine Argumente anschaulich darzustellen. Also hier eine kleine Hommage an den Kollegen. Jan Wenzel-Schmidt spricht jetzt für die AfD-Fraktion. Entschuldigung, Herr Schmidt hat seine erste Rede. Und deswegen herzlich willkommen dazu. Wir freuen uns auch. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Sehr geehrte Damen und Herren, meine erste Rede im Deutschen Bundestag widme ich allen arbeitenden Bürgern in Deutschland. Ich rede von den Menschen, die jeden Tag morgens aufstehen, zur Arbeit gehen, die ihre Familien ernähren und am Ende des Monats, wenn sie Glück haben, mit Ach und Krach noch eine Null auf ihrem Kontoauszug lesen. Millionen dieser Menschen ist wegen Lockdown und Corona-Zwangsmaßnahmen die Existenzgrundlage streitig gemacht worden. Das weiß jeder, der normale Menschen persönlich kennt und nicht nur durch die abgedunkelten Scheiben seines Dienstwagens sieht. Wer gestern noch Vollzeit beschäftigt war, konnte dank Corona-Krise schon morgen in Kurzarbeit sein. Und während dieses Hohe Haus vor einigen Stunden eine alberne Debatte zur Impfpflicht geführt hat, sind Stand jetzt immer noch über eine halbe Million Menschen in Kurzarbeit. Das, meine Damen und Herren, sind die unsozialen Prioritäten dieser Regierung. Noch unsozialer ist nur die Steuerpolitik, die unsere in Kurzarbeit gefangenen Bürger zur Kasse bittet. In Deutschland gibt es den sogenannten Progressionsvorbehalt. Der sorgt dafür, dass zur Berechnung der Steuerlast das eigentlich steuerfreie Kurzarbeitergeld herangezogen wird. Heißt im Klartext, sie haben brutto insgesamt weniger Geld, weil das Kurzarbeitergeld dem Verdienstausfall nur zum Teil ausgleicht. Aber gleichzeitig erhöht das Kurzarbeitergeld ihre Steuerlast. Ausgerechnet diejenigen, die arbeiten wollen, aber nicht arbeiten dürfen, werden jetzt nachträglich von Herrn Lindner per Steuerbescheid abkassiert. Das muss wohl diese liberale Steuerpolitik sein, die uns die FDP immer versprochen hat. Und jetzt kommt ausgerechnet die Linkspartei aus ihrer unter Fünf-Prozent-Ecke gekrochen und möchte die Kurzarbeiter steuerlich entlasten. Werte Kollegen der Linke, ich bin froh, dass die Genossen auch mal zwischen Antifa-Demo, Gendergedöns und Deutschlandhass etwas Zeit finden, um soziale Politik für das eigene Volk zu simulieren. Aber da war selbst Erich Honecker glaubwürdiger, als Sie es sind. Denn diesen Vorschlag zur Entlastung der Kurzarbeiter hat die AfD schon vor zwei Jahren gemacht. Lesen Sie es nach. Drucksache 19, schräger 271. Was Sie mit zwei Jahren Verspätung beantragt haben, wurde von uns vor langer Zeit in einem viel größeren Paket für die gesamte arbeitende Bevölkerung gefordert. Aber so ist es immer im Sozialismus. Gerechtigkeit wird spätestens dann egal, wenn man das falsche Parteibuch innehat. Unseren Antrag zur Entlastung der Kurzarbeiter haben Sie damals abgelehnt. Und jetzt legen Sie hier dieses billige Plagiat vor. Wir nehmen das als Ansporn. Als Ansporn, um weiter für eine Entlastung aller arbeitenden Deutschen zu kämpfen. Als Ansporn, dass man sozial sein kann, ohne dabei rot zu werden. Jan Benzel-Schmidt war das für die AfD-Fraktion in der Debatte zu Steuernachzahlungen beim Kurzarbeitergeld. Auf ihn folgt nun Maximilian Morthorst. Er sitzt auch im Finanzausschuss für die FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, ich weiß nicht, ob Sie die Debatte gerade anwesend waren. Es wurde ja gerade sogar noch, falls man es per Audio nicht mitbekommt, noch mal mit dem Zollstock anschaulich erklärt, dass die Gerechtigkeitslücke, das Gerechtigkeitsproblem, das Sie hier gerade herbeifabuliert haben, schlicht und ergreifend nicht vorhanden ist, sondern dass es so gut funktioniert, wie es ist. Deswegen wundere ich mich über die ein oder andere Debatte. Und auch das, was hier so insinuiert wird, das so getan wird, als wäre die Ampelkoalition nicht in der Lage, insbesondere für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in diesem Land etwas zu tun. Ich darf noch einmal darlegen, ich wollte auf das Referat zum Progressionsvorbehalt jetzt verzichten. Ich finde, das wurde schon sehr anschaulich von Kollegen erklärt, inwiefern wir Menschen gerade entlasten. Wir werden morgen noch mal über das vierte Corona-Steuerhilfegesetz sprechen. Und wir werden sehr konkrete Maßnahmen auf den Weg bringen, die Menschen in der Mitte der Gesellschaft entlasten und ihnen helfen. Steuerfreie Sonderzahlungen vom Arbeitgeber bis zu 3.000 Euro, Homeoffice-Pauschale, degressive Abschreibung, Verlustrücktrag, Steuerberaterfristenverlängerung, auch ein Vorschlag, den Sie gemacht haben, den wir verbessert haben, Verlängerung Investitionsfristen und zwei Entlastungspakete, also EEG-Umlage, viele andere Bereiche, Direktzahlung an Menschen, die es besonders brauchen. Sie brauchen uns, glaube ich, nichts von liberaler, aber auch von sozialer Steuerpolitik zu erzählen. Und deswegen bin ich der Linken auch dankbar, dass dieses Thema hier noch mal aufgemacht wurde. Es wurde jetzt, finde ich, sehr anschaulich erklärt, warum es weder systematisch noch zeitlich gerade passt und es vielleicht nicht so sinnvoll ist, Ideen, die man von anderen nimmt, aus der Zeit heraus einfach ein paar Jahre später noch mal Wort für Wort zu übernehmen. Das ist aber auch immer so ein bisschen ein Zeichen, denn es war ja eigentlich ein sinnvoller Impuls, der damals kam, der jetzt nicht mehr passt, aber der damals kam, der dann so ein bisschen den Eindruck erweckt, ja, die Linke, die hat auch bei Entlastung ordentlich was auf der Pfanne und ordentlich Ideen und möchte konkrete Sachen im Einkommenssteuergesetz ändern. Ich habe da bezüglich dessen, weil das ja auch immer so ein bisschen so eine Fassade ist, die Sie aufbauen, die möchten nicht meinen eigenen Antrag beschließen, das gibt es dann auch oft von der anderen Seite, habe ich mal geguckt, was Sie so wirklich steuerlich für die Menschen in Deutschland wollen und wenn man so die Wahl hätte, wofür man sich entscheiden kann. Sie wollen eine Vermögenssteuer von 5 Prozent jährlich, Sie wollen eine Erbschaftssteuer erhöhen, Sie wollen weitere ökologische Steuern, Sie wollen die Anhebung der Kapitalertragssteuer und bei den Vorschlägen und Ideen, die Sie so den Menschen machen, was Rente angeht, was Sozialversicherung angeht, werden auch noch die Sozialversicherungsbeiträge steigen. Also selbst wenn wir das machen würden, was Sie jetzt machen, abgesehen davon, dass es bürokratisch, systematisch und zeitlich nicht passt, würden wir andere Sachen von Ihnen beschließen, dann hätten wir ein Mittelstands- und Mittelschichtsvernichtungsprogramm in Deutschland. Ich glaube, das wäre nicht sinnvoll und bin deswegen sehr froh, dass wir seriös sind, auch hinter die Fassade ein bisschen blicken und diese kleinen Tricks nicht mitmachen. Vielen Dank. Nadine Hieselhaus hat das Wort für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Corona-Krise zeigt, wie wichtig ein handlungsfähiger und aktiver Sozialstaat ist. Für viele ging es ganz schnell um das wirtschaftliche Überleben. Wir brauchten einen schnellen Kraftakt, der eine deutlich tiefere Rezession abwenden konnte. Und das ist uns erfolgreich gelungen. Der Internationale Währungsfonds bestätigte Deutschland, wirtschaftlich deutlich besser durch das Krisenjahr 2020 gekommen zu sein, als alle anderen großen europäischen Volkswirtschaften. Dabei ist das Kurzarbeitergeld eine echte Erfolgsgeschichte. Mit einer Kombination aus Kurzarbeitergeld, steuerlichen Entlastungen und befristeten Steuersenkungen sowie einem erleichterten Zugang zu Leistungen der Grundsicherung konnten wir viele Existenzen sichern. Es ist ein großer Erfolg dieser Politik, dass wir die Einkommen so stark stabilisieren konnten. Zu Beginn der Krise wurden Zuschüsse zum Kurzarbeitergeldsteuer freigestellt. Damit haben wir Betriebe dazu animiert, das Kurzarbeitergeld ihrer Mitarbeitenden zu erhöhen und das Absinken der Gehälter abzumildern. Diese Regelung wollen wir um sechs Monate bis Ende Juni verlängern. Wir haben die Mehrwertsteuer befristet gesenkt, um einen Impuls für den Konsum zu setzen und die Menschen mit geringem Einkommen beim alltäglichen Bedarf zu entlasten. Das zweite Corona-Steuerhilfegesetz brachte schnell wirkende konjunkturelle Stützmaßnahmen. Dabei war es Ziel, die Kaufkraft der Bürgerinnen und Bürger und insbesondere der Familien mit Kindern zu stärken. Denn Familien mit Kindern und insbesondere Alleinerziehende sind in Zeiten der Corona-Pandemie durch besondere Einschränkungen belastet. Mit einem Kinderbonus von insgesamt 450 Euro, der nicht auf Sozialleistungen angerechnet wird, haben wir vor allem Familien mit kleinem und mittleren Einkommen direkt gestärkt. Um die außergewöhnliche Belastung von Alleinerziehenden während der Pandemie zu berücksichtigen, wurde der jährliche Entlastungsbetrag um über 2.000 Euro erhöht. In Anerkennung der Situation von Alleinerziehenden insgesamt gilt der Betrag seit diesem Jahr unbefristet. Wir haben das Steuerrecht genutzt, um den Belastungen der Pandemie gezielte Entlastungen für die Menschen in Deutschland entgegenzusetzen. Mit der Einführung der Homeoffice-Pauschale können bis zu 600 Euro pro Jahr als Währungskosten geltend gemacht werden. Damit haben wir steuerlich nachvollzogen, was für viele Menschen zu ihrem neuen Alltag geworden war. Wir haben einen Schutzschirm für Ausbildungen aufgespannt, weil wir wollen, dass alle junge Menschen eine Ausbildung beginnen und auch erfolgreich abschließen können. Deshalb haben wir die Ausbildungsprämien noch verdoppelt auf 4.000 Euro, wenn das Ausbildungsangebot gleich bleibt, und auf 6.000 Euro, wenn sich die Zahl der Ausbildungsplätze erhöht, beziehungsweise wenn Auszubildende aus insolventen Betrieben übernommen werden. Auch durch Fristverlängerungen für die Abgabe der Steuererklärungen werden Steuerpflichtige und ihre Beraterinnen und Berater entlastet. Wir haben die Fristen für Steuererklärungen verlängert und verlängern sie erneut. Damit leistet die Steuerpolitik der Ampel einen wichtigen Beitrag zur Bewältigung der Folgen der Corona-Pandemie und unterstützt eine schnelle Erholung nach der Krise. Meine Damen und Herren, die meisten meiner Vorrednerinnen und Vorredner haben bereits ausgeführt, warum es inhaltlich nicht angebracht und vor allem nicht gerecht wäre, das Kurzarbeitergeld aus dem Progressionsvorbehalt auszunehmen. Wenn wir dem Antrag der Linken folgen würden, dann würden wir den Grundsatz der Steuergerechtigkeit über Bord werfen. Frau Kollegin, möchten Sie eine Zwischenfrage zulassen aus der AfD? Nein, möchte ich nicht. Für den sozialen Zusammenhalt in Deutschland brauchen wir ein durchdachtes Gesamtkonzept. Morgen debattieren wir das vierte Corona-Steuerhilfegesetz. Darin enthalten ist die Verlängerung der steuerfreien Zuschüsse zum Kurzarbeitergeld bis Ende Juni. Das ist eine Maßnahme, die tatsächlich sozial gerecht ist und den Menschen in Kurzarbeit mehr Einkommen ermöglicht. Vielen Dank. Der Antrag der Linksfraktion wird nach dieser Debatte dann an die entsprechenden Ausschüsse überwiesen. Federführung wird der Finanzausschuss haben. Also dann werden die Politikerinnen und Politiker auch noch mal über ihn diskutieren. Zwei Redner haben wir allerdings noch in dieser Debatte. Vorletzter Redner ist Sebastian Brehm aus der CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, heute dürfen wir einen Antrag der Linken diskutieren. Der Wortgleich übrigens mit dem Antrag der FDP aus dem Jahr 2020 ist. Es wurden lediglich die Veranlagungszeitrahmen 2020, den Sie gestellt haben, auf 2020, 21 und 22 ausgeweitet. Doch leider wird durch mehrmaliges Vortragen und Stellen eines solchen Antrags der Antrag nicht besser. Oder ich will den Kollegen Herbrand von heute zitieren. Es ist halt einfach schlecht gemacht. Liebe Kolleginnen und Kollegen, um was geht es in Ihrem Antrag? Und es ist ja heute schon viel diskutiert worden, aber vielleicht hilft es, wenn man es noch mal vorträgt, dass man auch eine gewisse steuerliche, sage ich mal, lehrreiche Veranstaltung mitnimmt. Es geht um Steuernachzahlungen von Beziehungen von Kurzarbeitergeld. Und Kurzarbeitergeld ist grundsätzlich als Lohnersatzleistung steuerfrei. Das betrifft zum Beispiel auch das Insolvenzgeld, das Mutterschaftsgeld, Arbeitslosengeld und die vielen, die in § 32b Einkommenssteuergesetz genannten Lohnersatzleistungen. Nun haben wir in Deutschland das Prinzip nach der Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit. Das bedeutet, wer mehr Geld bekommt, zahlt auch mehr Steuern. Wir haben einen progressiven Steuertarif. Der Steuertarif steigt ab dem Grundfreibetrag progressiv an, sodass die prozentuale Besteuerung ebenfalls ansteigt. Nun ist die Frage, ob diese Lohnersatzleistungen, also auch das Kurzarbeitergeld, weiterhin in diese progressive Berechnung einberechnet werden sollen oder nicht. Der dritte Punkt des Antrages ist die Steuererklärungspflicht nach § 46 Einkommenssteuergesetz. Wer über 410 Euro Lohnersatzleistung jährlich bezogen hat, ist eben verpflichtet, eine entsprechende Steuererklärung abzugeben. Das betrifft eben auch die Bezieher vom Kurzarbeitergeld. Und jetzt will ich auf den springenden Punkt. Ihre pauschale Aussage, die Sie auch heute vorgetragen haben, Herr Kollege Görke, es käme zu Steuernachzahlungen und deshalb sei der Progressionsvorbehalt abzuschaffen, stimmt definitiv so nicht. Es kommt eben darauf an, wenn zum Beispiel ein Arbeitnehmer teilweise 100 Prozent in Kurzarbeit war über zwei, drei Monate und in den anderen Monaten voll gearbeitet hat, dann ist in diesen Monaten, in denen er voll gearbeitet hat, überdurchschnittlich Lohnsteuer abgezogen worden. In dem Moment kriegt er Steuer zurück. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten. Wenn man zum Beispiel weniger Kurzarbeit hat, 30 Prozent, dann wird durch den Progressionsvorbehalt es zu einer Steuernachzahlung kommen. Also es kommt auf den Einzelfall darauf an, wenn einer 100 Prozent in Kurzarbeit war, das gesamte Jahr, wird er keine Steuern zahlen. Und deswegen will ich bloß mal sagen, Ihre Aussage ist definitiv falsch. Und Sie fordern doch immer eine gerechte Besteuerung. Jetzt stellen Sie sich mal vor, ein Ehegatte ist in Kurzarbeit, der andere Ehegatte hat Vermietungseinkünfte und ist nicht in Kurzarbeit. Wie wollen Sie das rechtfertigen, dass dann der Ehegatte, der voll arbeitet und Vermietungseinkünfte zum Beispiel hat, dass der geringer besteuert wird, weil man die Einkünfte aus der Kurzarbeit, aus dem Progressionsvorbehalt rausnimmt? Also das ist doch, glaube ich, mit Ihrer, der Kollege Dr. Meister hat es ja gesagt, mit Ihrer Ansicht von einer gerechten Besteuerung überhaupt nicht vereinbar. Schauen Sie sich wirklich mal den Paragraf 32b in Gänze an. Sie haben ja bloß den ersten Satz gelesen. Der 32b hat mehrere Buchstaben bis zu K, A bis K. Und da ist das Mutterschaftsgeld zum Beispiel drin. Da ist das Elterngeld zum Beispiel drin. Und diese Lohnersatzleistungen lassen Sie vollkommen außer Betracht. Also ich weiß nicht, wie Sie das rechtfertigen wollen. Aber wenn man das Kurzarbeitergeld aus dem Progressionsvorbehalt rausnimmt, was sagen Sie dem Kranken? Was sagen Sie der jungen Familie, die Mutterschaftsgeld bezieht? Sollen die mehr zahlen als der, der in Kurzarbeit ist? Also ich glaube, das Ganze ist ein völlig falscher und undurchdachter Antrag und zeigt auch, dass er letztlich populistisch ist. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, hinzu kommt ja auch noch die unterschiedliche Berücksichtigung der Sozialversicherungsbeiträge. Lassen Sie auch komplett weg. Das kann sein, wenn Sie das Kurzarbeitergeld steuerfrei stellen. Das ist sogar teilweise so ist, dass derjenige, der in Kurzarbeit ist und steuerfreie Bezüge hat, also nicht Progressionsvorbehalt, dass der sogar mehr netto hat als derjenige, der arbeitet aufgrund der sozialversicherungsrechtlichen Fragestellungen. Und was wollen Sie zum Beispiel der Krankenschwester sagen? Der Krankenschwester, die in der Pandemie unendliches Vieh geleistet hat, die Nachtschichten gemacht hat, die Doppelschichten gefahren hat, wollen Sie ihr sagen, du bist weniger wert, du musst mehr Steuern zahlen? Das würden Sie mit Ihrem Antrag so machen. Deswegen hat das Bundesverfassungsgericht das Ganze auch schon im Jahr 1995 als verfassungswidrig erklärt. Eine partielle Abschaffung des Progressionsvorbehalts ist insofern nicht möglich. Ich kann Ihnen aber sagen, wir haben in der letzten Legislaturperiode auch darüber nachgedacht, das Thema der Entgelt oder dieser Zusatzleistungen steuerfrei zu stellen. Es ist aber leider an den Kolleginnen und Kollegen der SPD gescheitert. Wenn, muss man hier ein komplett neues System aufstellen. Da sind wir auf jeden Fall gesprächsbereit. Aber es muss dann alle Einkünfte betreffen. Ja, offensichtlich würden Sie gerne die Zwischenfrage zulassen. Und da es noch über 20 Sekunden sind, die Sie danach Zeit haben, können Sie sich jetzt schon überlegen, was der Schlussakkord ist. Bitte schön. Ja, wenn Sie, Kollege Brehm, vielen Dank zunächst einmal, dass Sie die Frage zulassen, sagen, dass Sie sich Gedanken darüber gemacht haben, es komplett steuerfrei zu stellen, frage ich Sie, würde die Leistung dann denn nicht mehr zur Verfügung stehen, zur Besteuerung der Leistungsfähigkeit, zur Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit? Was ich sagen will, der Gesetzgeber hat die Möglichkeit, das ist Aufgabe des Gesetzgebers, zu sagen, ja, das eine ist steuerfrei, das andere ist steuerpflichtig, andere stehen unter dem Progressionsvorbehalt, aber es ist Aufgabe des Gesetzgebers. Und zur Leistungsfähigkeit steht es auch dann zur Verfügung, wenn es steuerfrei ist und nicht unter dem Progressionsvorbehalt steht. Sehen Sie das anders? Lieber Kollege, erst mal herzlichen Dank für die Zwischenfrage, verlängert meine Redezeit. Ich habe ja gerade gesagt, wenn man diese Einkünfte aus dem Progressionsvorbehalt rausnehmen würde, dann braucht man ein komplett neues System. Wenn man es nur jetzt einfach rausnimmt und steuerfrei macht, glaube ich, ist die Leistungsfähigkeit der Besteuerung oder Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit nicht gegeben, weil dann eben die Ungerechtigkeiten sind. Wenn, muss man sich ein neues System überlegen, die auch die Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit widerspiegelt. Wie gesagt, da sind wir gesprächsbereit. Wir haben auch darüber nachgedacht, gerade in der Pandemie, auch im Zuge Ihres Antrages 2020, wie man das System machen kann. Aber wir sind hier in den Gesprächen auch zu den Jahressteuergesetzen nicht weitergekommen. Aber wir können uns gerne auch über eine entsprechende Systematik unterhalten. Ich will bloß noch mal sagen, wenn Sie wollen, dass wir die kleinen und mittleren Einkünfte entlasten, dann sage ich Ihnen, das wollen wir auch. Und morgen ist die Gelegenheit dazu, unseren weitergehenden Antrag, den wir stellen, zu weiteren Entlastungen von kleineren und mittleren Einkommen zuzustimmen. Ich bin gespannt, was Sie morgen um 9 Uhr machen. Sie werden es wahrscheinlich als Ampel ablehnen, kleinere und mittlere Einkünfte noch weiter zu entlasten. Deswegen lade ich Sie morgen ein, 9 Uhr, zu einer wunderschönen Debatte, dass wir eben genau dort die Entlastungen machen, wo sie notwendig sind, bei den Menschen, die in der Pandemie viel geleistet haben, bei den kleineren und mittleren Einkommen. Ich bin gespannt, wie Sie morgen abstimmen. Herzlichen Dank. Diese Abstimmung werden wir natürlich auch übertragen. Und wir kommen damit zum letzten Redner in dieser Debatte. Das ist Michael Schrodi, der finanzpolitische Sprecher der Sozialdemokraten im Deutschen Bundestag. Bevor dann dieser Antrag der Linken an die entsprechenden Ausschüsse überwiesen wird. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, Herr Brehm, was wir morgen sagen werden, werden Sie auch hören. Ich weiß aber jetzt schon und kann Ihnen schon versprechen, dass wir Ihnen darlegen werden, dass die Maßnahmen, die Sie morgen in dem Antrag aufgeschrieben haben, gerade nicht kleinen und mittleren Einkommen dienen, sondern an der oberen Einkommensgrenze. Deswegen werden wir es ablehnen. Und wenn Sie sagen, dass Sie auch für Vernunft in der Opposition stehen, sage ich Ihnen, es ist vernünftig, dass Sie in der Opposition sind. Das ist richtig an dieser Stelle. Ich bin froh, dass die Linke den Antrag gestellt hat. Denn sie hat uns zum einen gezeigt, welche Verachtung die AfD für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer übrig hat. Sie nannte das Kurzarbeitergeld bürokratische Subvention. Wir haben bis zu drei Millionen Arbeitsplätze gerettet mit dieser Maßnahme. Wir haben mit Schur, mit dem europäischen Programm, europäische Solidarität auf den Weg gebracht. Wir haben gezeigt, wie ein starker Sozialstaat dabei hilft, sozialen Zusammenhalt beizutragen. Und deswegen bin ich dankbar für den Antrag, dass man gezeigt hat, wofür diese AfD tatsächlich steht. Zum anderen, liebe Kolleginnen und Kollegen der Linken, was mir nicht gefällt, Sie vermengen in Ihrem Antrag Arbeitslosengeld und Kurzarbeitergeld in Ihrer Begründung und sagen da, es gäbe bei beiden schmerzhafte Einkommenseinbußen und sozialen Ausschluss vom Arbeitsplatz. Das ist doch nicht richtig. Es ist gerade das Instrument Kurzarbeitergeld kein Ausschluss vom Arbeitsplatz. Es ist eine Fortsetzung einer versicherungspflichtigen Beschäftigung und genau nicht ein Herausnehmen aus dem Arbeitsverhältnis. Und die Einkommenseinbußen mit der Dauer auch des Bezugs des Kurzarbeitergelds steigt ja, damit wir eben die Härten auch abfedern. Und ich glaube, deswegen ist es ungut, wenn Sie dieses Instrument in der Weise vermengen zwischen Kurzarbeitergeld und Arbeitslosengeld. Es ist doch so, wenn Sie mir recht geben, wer Kurzarbeitergeld erhält, zahlt am Ende weniger Steuern, als wenn bei gleichem Lohn zu versteuernder Arbeitslohn weiter bezogen wird. Das Kurzarbeitergeld wurde gesagt, ist komplett steuerfrei. Natürlich erhöht es dann den individuellen Steuersatz, aber am Ende bleibt mehr Geld übrig. Ich kann Ihnen das noch mal ein Beispiel verdeutlichen. 3.000 Euro Lohn, neun Monate in Kurzarbeit, drei Monate vorher normal gearbeitet. Jahresgehalt am Ende 21.000 Euro, Einkommensteuer dann 680 Euro. Was ist denn jetzt eigentlich, was passiert denn eigentlich bei einer Einzelhandelskauffrau, bei einer Putzkraft, die durchgehend gearbeitet hat im Krankenhaus, Einzelhandelskauffrau, die im Supermarkt gestanden ist, bei jeder und höchsten Inzidenz und hat ebenfalls das Jahresgehalt von 21.000 Euro, die hat 1.500 Euro an Steuern gezahlt. Das sind 800 Euro mehr als der oder diejenige in Kurzarbeit. Und Sie wollen mit Ihrem Antrag diese Lücke noch vergrößern. Das ist weder gerecht noch entspricht es der Besteuerung nach Leistungsfähigkeit. Insofern ist das kein Antrag, dem man zustimmen kann. Ich danke trotzdem noch mal für die Gelegenheit aller Rednerinnen und Redner, die unglaublich guten Maßnahmen, die wir auf den Weg gebracht haben, in den letzten zwei Jahren zur Bekämpfung dieser Pandemie noch mal in dieser Breite darzulegen. Vielen Dank hierfür. Und ich freue mich auch dann auf die nächsten Anträge der Linke. Der Kollege Rottweck hat den Wunsch nach einer Kurzintervention. Ja, da können Sie ruhig stöhnen. Also, Kollege Schrudi, normal kenne ich Sie ja tatsächlich als einen sehr vernünftigen Kollegen, mit dem man auch reden kann. Normal kenne ich Sie auch so, dass Sie zuhören und dann auch verstehen und begreifen. Aber hier erstens meiner Kollegin das Wort im Munde umzudrehen, das sind Methoden, die Sie seit langem annehmen. Das kann ich hier so nicht stehen lassen. Sie hat ganz klar formuliert, und das sagen wir auch mal im Finanzausschuss, wir sollten viele Dinge automatisieren und entsprechend schon in der elektronischen Datenverarbeitung vornehmen. Und insoweit ist es ein bürokratisches Monster. Aber wenn Sie in der Finanzverwaltung als angebliche Arbeitnehmer mal Vertreter fragen würden, dann würden die Ihnen nämlich tatsächlich sagen, Moment, das sind Millionen von Anträgen, die wir jetzt bekommen wegen des Progressionsvorbehalts. Und das ist der Steuerzahler ja eigentlich auch zu verpflichtet. Und sich vielleicht deshalb einen Steuerberater nehmen zu müssen, ist schon ziemlich heftig. Dass Sie aber auch noch an partielle Amnesie und Kurzzeitgedächtnis leiten. Das würde ich Ihnen dann gerne mal vorlesen, was der DGB noch vor einem Jahr zum Kurzarbeitergeld und zum Progressionsvorbehalt geschrieben hat. Da schreibt nämlich Ihr DGB, ich weiß ja nicht, wie da der Haussegen schief hängt, es ist schlichtweg nicht nachvollziehbar, warum die Koalition, da waren Sie noch in der GroKo oder wollte sogar die CDU eigentlich hier eine Entlastung vornehmen, aber ich zitiere weiter, die Kurzarbeitergeld erhalten an dieser Stelle im Regen stehen lässt. Wer mit dem Kurzarbeitergeld erhebliche Einkommensbußen hinzunehmen hat, soll nicht auch noch mit Steuernachzahlungen zu kämpfen haben, so Stefan Kürzel, DGB-Vorstand. Haben Sie zur Kenntnis genommen, dass diese Menschen, die Kurzarbeit machen, dann vielleicht auch bei den Renten entsprechend bestraft werden, weil nämlich die Rentenzahlungen, die dann gemeinsam geleistet werden, entsprechend auf das zu niedrige Kurzarbeitergeld angerechnet werden, die Beiträge. Auch da werden die benachteiligt. Und dann hier meiner Kollegin zu sagen, wo wir hier stehen. Wir haben ganz klar gesagt, was Ihr DGB sagt, das soll passieren, dass die Linke schlecht kopiert. Gut, da können wir dann an der Stelle nichts für. Aber dann bleiben Sie bei den Fakten und drehen hier nicht die Tatsachen um, so wie es Ihnen beliebt an dieser Stelle, lieber Kollege. Denn tatsächlich, das Kurzarbeitergeld in dieser Form bei den technischen Möglichkeiten ist ein bürokratisches Monster. Das hat aber nichts damit zu tun, dass das eventuell steuerfrei tatsächlich zu stellen ist, auch wenn ich bei Herrn Meister in vielen Ausführungen bin. Ich bin über die Grenze zwischen Kurzintervention und Rede gekommen. Und ich frage Herrn Schrodi, ob er reagieren möchte. Das will er. Dieter Lachaus, ja. Sehr geehrter Herr Gottschalk, ich kann ja nichts dafür, was Ihre Kollegin hier am Pult vorne sagt. Sie sprach davon, dass es ein Bürokratiemonster sei, dass es einer der zahlreichen Subventionen sei, die also unwirksam seien, die also nicht richtig seien an der Stelle. Und das habe ich kritisiert. Ich habe Ihnen vorgehalten, dass entsprechend Sie dieses Instrument, das uns so gut durch die Krise gebracht hat, verächtlich gemacht haben. Und das habe ich wiederholt und habe das Ihnen vorgehalten. Das müssen Sie aushalten, ad 1, ad 2. Sie suggerieren hier, leider ähnlich wie die Linke, dass am Ende des Jahres bei denjenigen, die Kurzarbeitergeld bekommen, am Ende noch massiv hier und ungerechterweise mit Steuern nochmal was weggeschlagen wird. Wir haben Ihnen nochmal erklärt, was der Progressionsvorbehalt ist, wie er wirkt und wie Menschen, die ein gleiches Einkommen haben, die einen Kurzarbeitergeld, die anderen dauerhaft gearbeitet haben, am Ende derjenige mit Kurzarbeitergeld weniger Steuern zahlt als derjenige, der durchgehend gearbeitet hat und Steuern gezahlt hat. Ab 2. Und ab 3. Sie wollen sich ja jedes Mal und tun so und scheitern ja sich darstellen als diejenigen, die die kleinen Menschen vertreten wollen. Es gibt dazu die Studie des ZDW vor der Bundestagswahl, in der deutlich gemacht wurde, verglichen wurde mal die Steuerprogramme der einzelnen Parteien, was für sie so übrig ist. Für kleine und mittlere Einkommen war da nichts dabei. Wo sie mit ihrem Steuerprogramm entlastet hätten, wäre bei den höchsten Einkommen gewesen. So viel. Sie haben ein großes Herz für Besserverdiener, aber nichts für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in unserem Land. Soweit also noch die Kurzintervention von Kai Gottschalk und die Erwiderung von Michael Schrody. Wir verlassen den Bundestag allerdings nur für kurze Zeit, denn hier stehen jetzt einige Überweisungen im vereinfachten Verfahren oder Beratung ohne Aussprache an. Und deswegen möchten wir gerne die Zeit für andere Dinge nutzen. Erst einmal sehen Sie ja schon, dass wir in Kürze das Pressestatement von US-Außenminister Antony Blinken erwarten. Er ist in Brüssel auch bei den Beratungen der NATO-Außenminister. Aber bis Herr Blinken kommt, möchten wir gerne die Zeit nutzen, um Ihnen ein Statement vom ukrainischen Außenminister Dmitry Kuleba zu zeigen. Denn auch er hat sich in Brüssel bei den Gesprächen beteiligt. Auch hier geht es um Beschlussfassungen zu Vorlagen, zu denen keine Aussprache vorgesehen ist. Erste Beschlussfassung des Wahlprüfungsausschusses zu Einsprüchen anlässlich der Wahl zum 20. Deutschen Bundestag am 26. September 2021. Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 1100, die in den Anlagen 1 bis 238 ersichtlichen Beschlussempfehlungen zu Wahleinsprüchen anzunehmen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Wer stimmt dagegen? Enthaltungen? Die Beschlussempfehlung ist angenommen. Bei Enthaltungen der AfD-Fraktion, alle anderen haben zugestimmt. Tagesordnungspunkt 25 b. Abstimmung über den Antrag der Fraktionen von SPD, CDU, CSU, Bündnis 90 die Grünen, FDP, AfD und Die Linke, auf Drucksache 19-1207 mit dem Titel Erneute Überweisung von Vorlagen aus früheren Wahlperioden. Wer stimmt für diesen Antrag? Stimmt jemand dagegen? Enthält sich jemand? Dann ist dieser Antrag einstimmig angenommen. Wir kommen zu den Beschlussempfehlungen des Petitionsausschusses. Sammelübersicht 63 auf Drucksache 1134. Es handelt sich um 68 Petitionen. Wer stimmt dafür? Dagegen? Enthaltungen? Damit ist die Sammelübersicht 63 einstimmig angenommen. Sammelübersicht 64 auf Drucksache 1135. Hier handelt es sich um 94 Petitionen. Wer stimmt dafür? Wer stimmt dagegen? Enthaltungen? Diese Sammelübersicht ist ebenfalls einstimmig angenommen. Sammelübersicht 65 auf Drucksache 1136. 114 Petitionen. Wer stimmt dafür? Wer stimmt dagegen? Herr Baumann, was machen Sie? Zustimmen? Ich war schon bei dagegen. Wer stimmt dagegen? Enthaltungen? Niemand. Damit ist auch diese Sammelübersicht einstimmig angenommen. Sammelübersicht 66 auf Drucksache 1137. Die Sammelübersicht 67 auf Drucksache 1138. Wer stimmt dagegen? Enthaltungen? Die Fraktion Die Linke stimmt dagegen. Alle anderen dafür? Damit ist die Sammelübersicht angenommen. Sammelübersicht 67 auf Drucksache 1138. Wer stimmt dafür? Wer stimmt dagegen? Gibt es Enthaltungen? Die Sammelübersicht 68 auf Drucksache 1139. Die Sammelübersicht ist angenommen. Die Sammelübersicht ist angenommen. Bei Gegenstimmen der AfD. Alle anderen haben zugestimmt. Sammelübersicht 68 auf Drucksache 1139. Es geht um eine Petition. Wer stimmt dafür? Wer stimmt dagegen? Enthaltungen? Vielen Dank. Die Sammelübersicht ist angenommen. Dagegen haben gestimmt die AfD und die Linke. Alle anderen waren dafür. Sammelübersicht 69 auf Drucksache 1140. Hier geht es um eine Petition. Bevor wir zur Abstimmung über diese Sammelübersicht kommen, erteile ich der Kollegin Martina Stamm-Fiebig das Wort zur ergänzenden Berichterstattung. Bitte schön. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! In der vergangenen Sitzungswoche hat der Petitionsausschuss einstimmig beschlossen, eine Petition an das Bundesministerium des Inneren und für Heimat zur Erwägung zu überweisen, soweit es um die Vereinfachung des eigenen Zugangs von Angehörigen zur Beihilfe im Rahmen des Paragrafen 51 Absatz 7 der Bundesbeihilfeverordnung geht. Ich möchte das kurz erklären, worum es bei dieser herrlich komplizierten Petition geht. Der Stein des Anstoßes einer jungen Frau wurde in der Praxis des Petenten zur Psychotherapie vorstellig. Als sie aber dann davon erfuhr, dass ihr Vater durch die geltende Rechtslage aller Wahrscheinlichkeit nach ohne jede Einwilligung der jungen Frau von der Therapie erfahren würde, verzichtete sie komplett auf diese Therapie. Aufgrund schwieriger Familienverhältnisse war dieser Bruch der Privatsphäre für sie nicht hinnehmbar. Wie kommt es zu einer solchen unsäglichen Konstellation? Das ist im Kern recht einfach. Die junge Frau ist die Tochter eines Beamten. Sie ist deshalb wie die meisten Angehörigen über die Beihilfe und die private Krankenversicherung abgesichert. Und wer so mitversichert ist, ist zwar mitversorgt, aber hat eigentlich keinen eigenen Beihilfeanspruch. Das betrifft nicht nur Minderjährige, denn auch volljährige Kinder sind oft über ihre Eltern mitversichert. Personen, die in solchen Situationen eine Therapie in Anspruch nehmen, müssen in Kauf nehmen, dass die Beihilfeberechtigten im Rahmen der Rechnungsstellen informiert werden. § 51 Absatz 7 bietet zwar die Möglichkeit, auf ein eigenes Antragsrecht von Angehörigen auszusehen, setzt aber eine Anhörung des Beihilfeberechtigten vor. Nun können wir uns hier alle gut ausmalen, dass man bei ohnehin problematischen Familienverhältnissen diesen Weg nicht unbedingt wählen möchte. Die Anwendung dieses Paragrafen verhindert zwar, dass Informationen über die konkrete Therapie an den Beihilfeberechtigten weitergegeben werden. Gleichzeitig wird aber natürlich deutlich, dass etwas verborgen werden soll. Dazu sagen wir, das ist nicht zeitgemäß. Es ist gefährlich und es ist gerecht, auch ohnehin nicht. In unserem Land räumen wir der informationellen Selbstbestimmung aus gutem Grund einen hohen Stellenwert ein. Da ziehen wir auch die diversen Begründungen nicht, die wir in der letzten Wahlperiode gehört haben. Eine Ungleichbehandlung bleibt eine Ungleichbehandlung, egal wie man es dreht und wendet. Das können und wollen wir an dieser Stelle nicht akzeptieren. Und letztlich demonstriert dieser Fall sehr deutlich die besondere Rolle des Petitionsausschusses. Er wird mit Problemen konfrontiert, die ansonsten unter den Tisch fallen würden, weil nicht viele Menschen betroffen oder schlicht die große Aufmerksamkeit fehlt. Lassen Sie mich zum Abschluss noch einen Dank aussprechen. Einmal an den Petenten, der uns auf dieses Problem hingewiesen hat. Und zum anderen die Mitglieder des Ausschusses, den ich seit einigen Monaten nun leiten darf. Wir sehen im Plenum und in den Fachausschüssen oft, wie verhärtet die Fronten zwischen den Fraktionen teilweise sind. Darauf, dass wir im Petitionsausschuss immer noch über alle Fraktionsgrenzen hinweg uns einigen können, darauf bin ich sehr stolz. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Und dem Dank schließen wir Sie natürlich allen als Vorsitzende und bedanken uns bei den Mitgliedern des Petitionsausschusses, die eine sehr wichtige, oft nicht ganz so sehr gesehene Arbeit machen. Und deswegen einen ganz besonderen Dank, ich glaube, im Namen des gesamten Hauses. Ich komme zur Abstimmung über die Sammelübersicht 69. Wer stimmt dafür? Wer stimmt dagegen? Enthaltungen? Das war einstimmig. Herzlichen Dank. Sammelübersicht 70. Auf Drucksache 1141. 15 Petitionen stehen hier zur Abstimmung. Wer stimmt dafür? Wer stimmt dagegen? Enthaltungen? Auch das war einstimmig. Sammelübersicht 71. Auf Drucksache 1142. Hier geht es um 22 Petitionen. Wer stimmt dafür? Wer stimmt dagegen? Enthaltungen? Die AfD hat dagegen gestimmt. Alle anderen dafür. Damit ist die Sammelübersicht angenommen. Sammelübersicht 72. Auf Drucksache 1143. Hier geht es um 43 Petitionen. Wer stimmt dafür? Wer stimmt dagegen? Enthaltungen? Wir haben dafür gestimmt die Fraktionen der SPD, von Bundesneuersicht die Grünen, der FDP und der Linken. CDU, CSU und AfD waren dagegen. Die Sammelübersicht ist angenommen. Ich komme zum Zusatzpunkt 3c. Antrag der Fraktion der AfD auf Drucksache 1148. Mit dem Titel Tag der Freiheit auch im Deutschen Bundestag. Wer stimmt für diesen Antrag? Wer stimmt dagegen? Gibt es Enthaltungen? Vielen Dank. Der Antrag ist abgelehnt. Bei Zustimmung der einbringenden Fraktion und alle anderen Fraktionen haben dagegen gestimmt. Ich rufe jetzt auf Zusatzpunkt 4 sowie Tagesordnungspunkt 10a die Wahl eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin der Präsidentin im dritten Wahlgang sowie die Wahl eines Mitglieds des Parlamentarischen Kontrollgremiums. Dazu liegen Wahlvorschläge der Fraktion der AfD auf Drucksache 19 393 und 1287 vor. Zunächst bitte ich um Ihre Aufmerksamkeit für einige Hinweise zum Wahlverfahren. Ich bitte schon jetzt die Schriftführerinnen und Schriftführer, ihre Plätze an den Ausgabetischen und den Wahlurnen in der Abgeordnetenlobby einzunehmen. Den für diese Wahlen erforderlichen grauen Ausweis können Sie soweit noch nicht geschehen, den Stimmkartenfächern in der Westlobby entnehmen. Der Stellvertreter der Präsidentin ist nach unserer Geschäftsordnung im dritten Wahlgang gewählt, wenn er die Mehrheit der abgegebenen Stimmen auf sich vereinigt. Also die Zahl der Ja-Stimmen größer ist als die Zahl der Nein-Stimmen. Enthaltungen bleiben mithin unberücksichtigt. Bei der Wahl des Mitglieds des Parlamentarischen Kontrollgremiums sind die Stimmen der Mehrheit der Mitglieder des Bundestages also mindestens 369 Ja-Stimmen erforderlich, die sogenannte Kanzlermehrheit. Da die Wahl des Stellvertreters der Präsidentin geheim durchzuführen ist, erhalten Sie für diese Wahl zusätzlich einen passenden Wahlumschlag. Sie können bei dieser Wahl auf beiden Stimmzetteln neben dem jeweiligen Kandidatenvorschlag das Kreuz bei Ja, Nein oder Enthalte mich machen. Wenn Sie bei einem Namen mehr als ein Kreuz oder kein Kreuz machen oder andere Namen oder Zusätze oder Zeichnungen eintragen, ist diese Stimme ungültig. Der gelbe Stimmzettel ist in den gelben Wahlumschlag zu legen. Dies muss in der Wahlkabine erfolgen. Für den grünen Stimmzettel erhalten Sie keinen Wahlumschlag, da es sich hier um eine offene Wahl handelt. Ich weise explizit darauf hin, dass das Fotografieren oder Filmen der ausgefüllten Stimmkarte bei der geheimen Wahl einen Verstoß gegen das Wahlgeheimnis darstellt und die Ordnung und Würde des Hauses verletzt. Für den Fall, dass ich von solchen Verstößen gegen das Wahlgeheimnis in dieser Sitzung oder später Kenntnis erlange, behalte ich mir jetzt schon vor, Ordnungsmaßnahmen zu ergreifen. Nach Verlassen der Wahlkabine übergeben Sie bitte der Schriftführer oder dem Schriftführer an der Wahlurne ihren Wahlausweis. Erst danach werfen Sie den gelben Wahlumschlag und den grünen Stimmzettel in die entsprechenden farblich gekennzeichneten Wahlurnen. Der Nachweis der Teilnahme an der Wahl kann nur durch Abgabe des Wahlausweises erbracht werden. Sie haben zur Abgabe Ihrer Stimmen 60 Minuten Zeit. Wir bitten Sie sehr, wir haben immer noch Pandemie, nicht alle gleichzeitig zur Wahl zu gehen. 60 Minuten Zeit, das heißt, dass wir um kurz vor 19 Uhr diese Wahl schließen werden. Ich muss jetzt fragen, ob die Schriftführerinnen und Schriftführer alle Plätze eingenommen haben. Das sieht gut aus. Da ist ein Daumen nach oben. Herzlichen Dank. Das ist der Fall. Deswegen eröffne ich die Wahl und sage noch einmal, schließen tun wir sie um kurz vor 19 Uhr. Jetzt rufe ich auf den Tagesordnungspunkt Nummer 11. Beratung des Antrags der Bundesregierung zur Fortsetzung der Beteiligung bewaffneter deutscher Streitkräfte an der durch die Europäische Union geführten Operation EUNAVOR med IRINI. Es ist verabredet, hier 39 Minuten zu debattieren. Sie ist nicht da. Wir warten noch mal. Ich habe gedacht, Sie sind nicht da. Ich habe sie nicht gesehen. Deswegen habt ihr... Nee, ich habe sie eben nicht gesehen. Aber... Nee, sie standen drin. Und damit sind wir wieder im Deutschen Bundestag. Denn hier geht es jetzt weiter mit der Aussprache. Da wird es um den Bundeseinsatz im Mittelmeer zur Überwachung des UN-Waffenembargos gegen Libyen gehen. Deutschland soll sich, so will es die Bundesregierung, wie bisher mit bis zu 300 Soldaten an diesem europäischen Einsatz beteiligen. EU-Nervor med IRINI heißt er. Das genauer erläutern wird jetzt die zuständige Ministerin Christine Lambrecht. Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Es fällt schwer, dieser Tage an etwas anderes zu denken oder darüber zu sprechen, als den brutalen Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Die Bilder von den schrecklichen Verbrechen auf Zivilistinnen und Zivilisten in den Vororten von Kiew machen fassungslos und, ich kann nachvollziehen, manchen auch richtig wütend. Russland überschreitet alle Grenzen, begeht Kriegsverbrechen, bringt furchtbares Leid über die Menschen. Und wenn wir an all die Gefallenen und Ermordeten denken, die Verwundeten, die Traumatisierten, Vertriebenen und Geflüchteten, wenn wir an all die Menschen denken, die unter diesem furchtbaren Krieg leiden, dann ist es kaum auszuhalten, dann ist es kaum möglich, ruhig und besonnen zu bleiben. Aber genau das, Ruhe und Besonnenheit, wird jetzt von uns verlangt, denn wir brauchen auf diese Grausamkeiten eine wirkungsvolle Antwort. Das Einzige, womit wir den Menschen in der Ukraine wenigstens ein Stück weit helfen können, ist ein sehr wohl entschlossenes, dabei aber besonnenes und planvolles Vorgehen. Und genau so halten wir es in der Bundesregierung. Meine Damen und Herren, auch wenn es schwerfällt, wir dürfen angesichts dieses verbrecherischen Krieges nicht vergessen, es gibt viele weitere Brandherde auf dieser Welt. Einer dieser Brandherde steht heute auf der Tagesordnung, nämlich Libyen. Nach Jahren des Bürgerkriegs herrscht dort mittlerweile ein brüchiger Waffenstillstand. Doch der Einheitsprozess ist ins Stocken geraten. Die für Dezember geplanten Wahlen eines landesweiten Parlaments wurden wegen Uneinigkeiten abgesagt. Es droht eine erneute Spaltung des Landes. Ein Wiederauflammen des Konflikts muss unbedingt verhindert werden. Im Sinne des Friedens in Libyen, der Menschen in Libyen. Und wir gehen aus der Debatte einmal kurz raus, um US-Außenminister Antony Blinken zuzuhören. Und nicht zuletzt auch im Sinne der Sicherheit Deutschlands und Europas. Libyen darf kein sicherer Hafen für Terroristen und Menschenschmuggler sein. Und dazu gilt es, das Waffenembargo durchzusetzen, das die UN gegen Libyen verhängt hat. Und die illegalen Ölexporte zu erschweren, mit denen sich die Konfliktparteien finanzieren. Und außerdem ist es wichtig, dem Menschenschmuggel entgegenzuwirken, der von dort aus operiert und sich festgesetzt hat. Genau diese Ziele verfolgen wir in der EU mit der Operation IRINI, eine Aufklärungs- und Kontrollmission im Zentralen Mittelmeer, deren Augen jedoch auch in die Luft und auf das Festland gerichtet sind. Unsere Bundeswehr unterstützt diese Operation. Mit bis zu 300 Soldatinnen und Soldaten, mit einem Aufklärungsflugzeug und bis zu zwei Schiffen bzw. Booten. Und das alles in einem Einsatzgebiet, das so groß ist wie ganz Deutschland. Heute ersuche ich Sie, dieses Mandat zu verlängern. Denn unsere Bundeswehr leistet damit einen wertvollen Beitrag nicht nur für den Frieden und die Stabilität in der Region, sondern auch für die gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik in Europa. Wir haben dieses Mandat sorgfältig überprüft und auch angepasst. Die bisher vorgesehene, aber faktisch nie durchgeführte Ausbildung der libyschen Küstenwache und Marine, die haben wir gestrichen. Libysche Einheiten haben sich wiederholt schweren Verfehlungen gegenüber Geflüchteten und Hilfsorganisationen zu Schulden kommen lassen. Ihre Ausbildung ist mit unseren militärischen Grundsätzen nicht vereinbar, mit unseren Werten. Und der Nutzen unseres Einsatzes liegt anderswo, und das bildet dieses neue Mandat ab. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich auch noch kurz über ein Mandat sprechen, das gar nicht auf der Tagesordnung steht, weil wir es beendet haben, nämlich Atalanta. Hier hat unsere Marine großartige Arbeit geleistet, im Mittelmeer. Das haben wir dort gesehen. Seit 2008 ist unsere Marine dort im Einsatz, am Horn von Afrika, ist unsere Marine dort im Einsatz für die EU-Operation Atalanta. Und zwar so erfolgreich, dass wir das Mandat jetzt endgültig beenden können. Die Piraterie ist zurückgedrängt, und alle Schiffe des Welternährungsprogramms, die es zu schützen galt, haben ihren Zielhafen erreicht. Und deswegen kann ich nur sagen, herzliches Dankeschön an alle Soldatinnen und Soldaten für diesen wertvollen Beitrag. Aber es zeigt auch, wir brauchen eine starke Marine, so wie wir sie da erlebt haben, erst recht angesichts der russischen Bedrohung. Und deswegen haben wir unsere Präsenz in der Ostsee noch einmal erhöht und müssen dort auch in Zukunft Stärke zeigen. Umso wichtiger ist es, dass wir die Marine für diese großen Aufgaben auch gut ausrüsten. Unter dem Begriff Zeitenwende hat der Bundeskanzler ein Sondervermögen für die Bundeswehr angekündigt, 100 Milliarden Euro. Es ist wichtig, dass dieses nun auch schnell und nachhaltig aufgesetzt wird. Und ich sage Ihnen, ein Teil davon wird auch in diese wertvolle Arbeit der Marine fließen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Die Kollegin Annette Wittmann-Norz hat jetzt das Wort für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Mit der Berliner Libyen-Konferenz ist es der Bundesregierung vor zwei Jahren gelungen, einen erfolgreichen diplomatischen Prozess zu etablieren, der die internationale Unterstützung für Libyen und den Friedensprozess im Land vorangebracht hat. Seither übernimmt Deutschland in der EU-Mission IRINI Verantwortung für die wichtigen Übereinkünfte dieser Konferenz, den Waffen- und Ölschmuggel über das Mittelmeer und von und nach Libyen zu verhindern und Netzwerke von Schleuserkriminalität und Menschenhandel zu bekämpfen. Ich danke unseren Soldatinnen und Soldaten in der Bundeswehr für ihren Einsatz und für ihren Beitrag zur Rückkehr von Frieden und Stabilität in Libyen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, machen wir uns nichts vor. Die Situation in Libyen ist heute anders als vor einem Jahr. Die für das letzte Jahr angesetzten Wahlen wurden abgesagt. Seit Mitte Februar konkurriert neben der Übergangsregierung eine weitere Regierung um die Macht im Land. Und trotz des großen internationalen Engagements gibt es auch weiter Verstöße gegen das Waffenenborger. Die Operation IRINI allein wird diese Probleme nicht lösen. Sie selbst hat ihre Beschränkungen, wenn ich an das Veto eines Flackenstaats für entsprechende Kontrollen denke. Aber wir dürfen die Operation auch nicht kleinreden, denn sie schafft Rahmenbedingungen. Seit Beginn fanden über 6.000 Abfragen von Frachtschiffen statt. In 22 Fällen wurden verdächtige Schiffe auch durchsucht. Und die Operation steht nicht allein. Deutschland engagiert sich auch mit erheblichen Mitteln im Bereich der humanitären Hilfe und der Entwicklungszusammenarbeit. Eine dauerhafte politische Lösung und Frieden in Libyen kann es aber nicht geben, solange Waffen geliefert werden und sie sich die Konfliktparteien auch durch illegale Ölexporte finanzieren. Die Bundeswehr hat IRINI deshalb von Anfang an unterstützt, mit Fregatten, einem Aufklärungsflugzeug und Startpersonal. Deutschland hat damit unterstrichen, dass es zu seiner Verpflichtung steht, nämlich substanzielle Unterstützung für Einsätze im Rahmen der GSVP der Europäischen Union zu lassen. Die Grünen haben im letzten Jahr ihre Zustimmung zum Mandat noch mit der Begründung verweigert. Das Operationsgebiet würde Flüchtlingsrouten bewusst ausschließen. Mit dem Mandat, das die Bundesregierung heute vorlegt, sind die Grünen jedenfalls in der harten Regierungsrealität angekommen. Denn weder am Einsatzgebiet noch an der Verpflichtung zur Seenotrettung hat sich tatsächlich etwas verändert. Die EU-Operation gehört auch, und darin ist auch beschrieben, die Ausbildung der libyschen Küstenwache und der Marine. Diese Ausbildungskomponente ist unbeschreibbar ein schwieriger Aspekt des Mandats. Die Führung der Operation selbst äußert in ihren Einsatzberichten Besorgnis über das Vorgehen der libyschen Küstenwache. Aus genau diesem Grund hat es auch bislang keine Ausbildung gegeben. Zu unterschiedlich waren und sind die Vorstellungen zwischen der Europäischen Union und Libyen über die Ausbildungsinhalte. Die Bundesregierung, wir haben es gerade gehört, hat diesen Auftrag jetzt aus dem deutschen Mandat herausgenommen. Und damit bin ich bei einem wesentlichen Punkt. Eigentlich müssten wir doch gemeinsam das Interesse haben, dass die libysche Küstenwache nach internationalen Standards und unter Beachtung der Menschenrechte handelt und dafür auch ausgebildet wird. Welches Signal sendet Deutschland an seine Partner in der Europäischen Union, wenn wir eine Komponente des Mandats von vornherein für uns ausschließen? Und das in Zeiten, in denen wir eh international bereits als Zögerer und Zauderer gelten. Statt einsame Wege zu gehen, sollten wir besser gemeinschaftlich agieren. Und das gilt im Übrigen auch für die Mission Atalanta am Herrn von Afrika und die Ausbildungsmission UTM in Mali, bei denen die Regierung entweder ihren Rückzug bereits angekündigt hat oder bereits erwägt. Bevor wir uns irgendwo ausnehmen oder zurückziehen, müssen wir doch bedenken, welche Konsequenzen damit verbunden sind und vor allen Dingen, wem wir dadurch das Feld überlassen. Akteuren wie Russland und China, das wäre weder im deutschen noch im europäischen Interesse. Und es verheißt ganz bestimmt auch nichts Gutes für die Menschenrechte. Also wir haben einiges zu beraten im weiteren parlamentarischen Verfahren. Was wollen wir eigentlich im nördlichen Afrika erreichen? Was sind dort unsere politischen Ziele? Und was sind wir bereit dafür zu tun? Es ist an der Zeit, diesen Mandatstext und das weitere militärische Engagement Deutschlands im Sahel in einem größeren Zusammenhang zu stellen. Und das sollten wir jetzt auch dringend tun. Vielen Dank. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen aus den demokratischen Fraktionen, beim Blick auf die Situation in Libyen werden wir mit einer Lage der Instabilität konfrontiert, eine Instabilität, die sich an zwei miteinander konkurrierenden Präsidenten zeigt, eine Instabilität, die sich an Wahlen äußert, die endlich Einheit schaffen sollen, aber immer wieder verschoben werden, aber vor allem eine Instabilität, die jederzeit wieder in einem Bürgerkrieg münden können. Wenn vor dem Hintergrund dieser fragilen Lage ein politischer Prozess zu mehr Frieden bei den Vereinten Nationen stattfindet und es für mehr Stabilität und Frieden im Land und in der Region eines Waffenembargos bedarf, dann ist es richtig, dann ist es unabdingbar, dann ist es klug, dass wir uns als Bundesrepublik Deutschland unserer Verantwortung stellen und das tun wir mit diesem Bundeswehrmandat, weil das beste Waffenembargo nicht wirkt, wenn es nicht der internationalen Kontrolle unterliegt. Wir wissen, dass trotz der Berliner Libyen-Konferenz die Vereinigten Arabischen Emirate, Ägypten, Russland, die Türkei, Jordanien dazu bereit waren, am Waffenembargo der Vereinten Nationen vorbei völlig ungeniert Waffen an die jeweiligen Kriegsparteien in Libyen zu liefern. Transportflüge, der Transit über Land mit dem Schiff über die Weltmeere, das sind die Wege, auf denen Luftabwehrsysteme dennoch in die Hände von Hafterstruppen und 120 mm Mörsergranaten in die Lager der Zentralregierung gelangt sind. Wir, meine Fraktion Bündnis 90 Die Grünen und ich, vor allem meine Fraktion Bündnis 90 Die Grünen der Vergangenheit, haben genau aus diesem Grund immer verdeutlicht, dass wir die Beteiligung unserer Bundeswehr an der durch die Europäische Union geführten Operation im Mittelmeer für richtig und geboten halten. Mit dieser Marinemission leistet die Bundeswehr einen wichtigen Beitrag zur Überwachung des Waffenembargos und gegen den Ölschmuggel, um so die Finanzströme trocken zu legen. Doch meine Fraktion hat in der Vergangenheit auch immer etwas Weiteres verdeutlicht. Wenn wir eine starke, eine effektive, menschenrechtsgeleitete Mission, IRINI, haben wollen, dann müssen wir die eklatanten Schwächen an diesem Mandat ausräumen. Und das hat die Bundesregierung getan, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ja, Frau Wittmann-Mautz, was? Sie haben ja gerade Ihre Utopie geschildert von der menschenrechtsgeleiteten libyschen Küstenwache. Ich verweise auf die Berichte von Amnesty International. Systematische Folter, sexualisierte Gewalt und Zwangsarbeit. All das, diese Menschenrechtsverletzung, hat Amnesty International dokumentiert in diesem Zusammenhang. Und Realität war, dass die Mandate der letzten Jahre, genau diese Ausbildung der libyschen Küstenwache, dass sie die nicht ausgeschlossen hat, das war von Anfang an falsch und ein Armutszeugnis für europäische Menschenrechtspolitik. Und mit dem vorliegenden Bundeswehrmandat wird dem endlich ein Ende gesetzt. Und liebe Frau Außenministerin Baerbock, liebe Frau Verteidigungsministerin Lambrecht, dafür bedanke ich mich bei Ihnen. Und Frau Wittmann-Mautz, ich habe es Ihnen gerade noch mal rausgesucht. Die Bundesregierung bekennt sich in diesem Mandat endlich eindeutig zur Seenotrettung. Denn da heißt es, für alle im Rahmen von EUNA-Format-Irini eingesetztenen sehgehenden Einheiten gilt die völkerrechtliche Verpflichtung zur Hilfeleistung für in Seenot geratene Personen. Es gab auch Zeiten in diesem Land, als dies nicht selbstverständlich war, liebe Kolleginnen und Kollegen. Alle Irini-Mandate zuvor, die verschlossen vor dieser Frage die Augen und duckten sich vor rechten Stimmen in Europa. Und das haben wir nun geändert. Worin eben auch dieses neue überarbeitete Mandat einen Unterschied macht, liebe Kolleginnen und Kollegen, das sehen wir, wenn wir das Mandat aus dem letzten Jahr hinzuziehen. Denn da heißt es noch, ist ja ganz spannend, darüber hinaus kann ein Mitgliedsstaat veranlassen, dass der Operationskommandeur die Schiffe aus einem Teilbereich für maximal acht Tage zurückzieht und das PSK über einen sogenannten migrationsbezogenen Pull-Faktor entscheiden kann. Das ist vorbei. Die Mandate der letzten Jahre, liebe Kolleginnen und Kollegen, krallten sich an dem Mythos-Pull-Faktor fest. Dieses nicht. Diese Zeiten haben sich geändert. Dieses Mandat vereinbart. Außenpolitik für Frieden und Stabilität in der Region nun endlich mit einer Außenpolitik im Sinne der Menschenrechte. Und deshalb ist es jetzt ein richtiges Mandat. Und deshalb werbe ich dafür, um breite Unterstützung aus diesem Haus. Danke. Werte Kollegen, meine Damen und Herren. Wir debattieren heute über einen Bundeswehreinsatz, der in vielfacher Hinsicht umstritten ist. Irini ist die Nachfolgeoperation der Operation Sophia, die 2019 im Streit, insbesondere zwischen Italien und Deutschland, eingestellt werden musste. Hintergrund der Einstellung von Sophia war der Streit um den Auftrag der Seenotrettung von Migranten, der sich im Widerstreit zum anderen Auftrag befand, nämlich der Eindämmung der Schleuserkriminalität. Mit Recht wies die Regierung Italiens damals auf den Widerspruch hin, dass durch diesen Einsatz die Schleusertätigkeit sogar befeuert wurde, indem die Anwesenheit der Sophia-Schiffe in das Kalkül der Schleuser einbezogen wurde. Zur gleichen Bewertung kam auch das britische Parlament, das den Einsatz von Sophia mehrfach als gescheitert bezeichnete. Kernaufgabe der Nachfolgeoperation Irini ist nun die Umsetzung der Sicherheitsresolution zum Waffenembargo gegen Libyen. Zu den sekundären Aufgaben gehört die Informationsgewinnung über Menschenschmuggel und über illegale Exporte von Erdölprodukten aus Libyen. Wie sieht denn nun die Bilanz der Auftragserfüllung nach zwei Jahren aus? Da ist zum einen die Unausgewogenheit bei der Durchsetzung des Waffenembargos, dies im krassen Gegensatz zum Anspruch der EU, strikte Neutralität gegenüber den streitenden Parteien zu wahren. Die gewählte Regierung Libyens kritisiert, dass sie einseitig durch das Waffenembargo zur See benachteiligt ist, während der Streitgegner Hafta über Land- und Luftverbindungen massiv mit Waffen versorgt sei. Unter den Unterstützern der Regierungsseite befinden sich prominente NATO-Partner, darunter auch drei EU-Mitglieder. Auf der anderen Seite lieferten insbesondere Russland und die Ukraine erhebliche Waffen- und Waffensysteme an Hafta. Und daher, meine Damen und Herren, ist es nicht verwunderlich, dass die Durchsetzungsfähigkeit von Irini beinahe null liegt. Das zeigte sich sehr deutlich bei mehreren Versuchen, Schiffe zu kontrollieren, die im Auftrage der Türkei und unter dem Verdacht des Waffentransports ins westliche Libyen unterwegs waren. Die Türkei wehrte sich vehement gegen die Durchsuchung der Schiffe und setzte sich in allen Fällen durch. Einzig wurde wohl ein Tanker mit Kerosin für Ostlibyen konfisziert, weil dieses angeblich statt für den zivilen Luftverkehr für militärische Zwecke bestimmt war. Und hier sind wir beim Stichwort. Das Ölgeschäft ist, wie jeder weiß, der wahre Hintergrund des andauernden Konflikts in Libyen. Und auch die großen europäischen Ölfirmen sind präsent und erzielen hohe Gewinne. Und auch beide Streitparteien arbeiten im Ölgeschäft gedeihlich zusammen, sodass wenig Interesse an einer Änderung des Status quo besteht. Man muss also zu der Bewertung kommen, dass der Einsatz im Rahmen von IRINI die manadierten Aufträge, wenn überhaupt, nur sehr unzureichend erfüllt. Es handelt sich also im Wesentlichen um ein Schaufenstermandat für die EU, um deren sicherheitspolitische Ambitionen GSVP und PESCO zu befördern. Vor dem Hintergrund der aktuellen sicherheitspolitischen Lage, und da gebe ich Frau Ministerin Lambrecht recht, wäre es weitaus sinnvoller und angebracht, Zeit- und Ressourcenaufwand unserer Marine auf den Kernauftrag der Bundeswehr, nämlich Landes- und Bündnisverteidigung, und vor allem in der Ost- und Nordsee zu konzentrieren. Wir sehen daher dieses neue Mandat IRINI als überflüssig an. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Okay, es ist keine Verwirrung, oder? Der Kollege Ulrich Lechter hat nämlich das Wort für die FDP-Fraktion. Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir kennen ja alle das Bild vom halbvollen Glas. Einige Menschen sehen ein Glas, das halb voll ist. Würde ich mal sagen, ist heute die Koalition. Andere Menschen sehen ein Glas, das halb leer ist. So ist es auch bei der EU-Operation IRINI. Es gibt positive und negative Aspekte, und entsprechend konzentrieren sich Leute entweder mehr auf die eine oder die andere Seite. Aber an beiden Seiten ist etwas dran. Die Vereinten Nationen haben ein Waffenembargo gegen Libyen verhängt, um Waffenlieferungen an die Konfliktparteien im libyschen Bürgerkrieg zu unterbinden. Die Europäische Union hat daher 2020 die gemeinsame Operation IRINI ins Leben gerufen. Um dieses Waffenembargo zu überwachen und umzusetzen. Trotz dieses internationalen Engagements gibt es weiterhin Verstöße gegen das Waffenembargo. Es gibt Lieferungen von Waffen, Material und auch Kämpfern. Hier gibt es also noch einiges zu tun. In dieser Hinsicht ist das Glas also halb leer. Jetzt lassen Sie uns aber auch auf das halbvolle Glas blicken. Woher wissen wir denn so genau über die Brüche des Waffenembargos Bescheid? Das ist ein ganz, ganz erheblicher Verdienst der IRINI-Operation. Die vielseitigen Aufklärungsfähigkeiten der EU von Schiffen über Flugzeuge und Drohnen bis hin zum Satellitenzentrum der Europäischen Union tragen zu einem engmaschigen Lagebild zu den Verstößen gegen das Waffenembargo bei. Eine rare Fähigkeit der Bundeswehr kommt dabei mit unserem Seefernaufklärer P3O-Reihen zum Einsatz. Irini arbeitete sehr eng mit dem Expertenpanel des Libyen-Sanktionsausschusses der Vereinten Nationen zusammen. Durch die Weitergabe der Informationen von der Europäischen Union an die Vereinten Nationen tragen wir erheblich zur Transparenz bei. Diejenigen Staaten, die gegen das Waffenembargo verstoßen, werden somit sichtbarer und der Druck durch die internationale Gemeinschaft auf sie wird erhöht. Deswegen wurde auch die Bedeutung der IRINI-Operation für die Umsetzung des Waffenembargos mehrfach vom Expertenpanel der Vereinten. Soweit also der US-amerikanische Außenminister Antony Blinken. Wir sind zurück im Bundestag und der Bundestag diskutiert über einen Antrag der Bundesregierung einer Fortsetzung eines Einsatzes der Bundeswehr. Auch die Außenministerin Annalena Baerbock verfolgt diese Debatte. Sie spricht selber nicht. Allerdings hat die Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht diese Debatte eröffnet. Und weil wir sie unterbrochen haben, möchten wir Ihnen Ihre Rede jetzt nachliefern. Wir beginnen die Berichte von den abgebrochenen Schiffsdurchsuchungen auf Bitten des Flaggenstaats. Aber letztlich haben wir uns immer für eine Zustimmung zum IRINI-Mandat entschieden, denn die Lage würde sich ohne IRINI nicht verbessern. Die Verstöße gegen das Waffenembargo hören ja nicht auf, nur weil wir nicht mehr so genau hinsehen. Im Gegenteil, das Aufdecken der Missstände ist die Voraussetzung für deren Abstellung. Wir von der FDP haben also das halbvolle und das halbleere Glas gesehen und uns entschieden, dass wir das Glas jedenfalls nicht umstoßen und somit gänzlich leeren wollen. Die Grünen waren sich in der Vergangenheit ebenfalls nicht so ganz sicher, ob das Glas nun halbvoll oder halb leer ist, und hatten sich daher bisher mehrheitlich für eine Enthaltung beim IRINI-Mandat entschieden. Daher freut es mich, dass wir in der Koalition die Grünen jetzt an Bord holen konnten. Vielen herzlichen Dank dafür. Dazu waren natürlich einige Änderungen am Mandat nötig. Durch diesen Diskussionsprozess ist das Mandat aber nur präziser und besser geworden. Dass wir die Unterstützung der libyschen Küstenwache aus dem Mandatstext gestrichen haben, ist nur eine Anpassung an die Realität. Denn das hat Deutschland seit Beginn von IRINI nie umgesetzt. Auch, dass wir die Pflicht zur Seenotrettung von der Begründung in den Mandatstext verschoben haben, ist völlig angemessen. Denn das Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen und weitere Abkommen zur Seenotrettung gehören zweifellos zu unseren geachteten völkerrechtlichen Grundlagen auf unserem Planeten. Und schließlich haben wir eine Evaluation des Einsatzes hineingeschrieben, so wie wir es als Ampel für alle Mandate im Koalitionsvertrag vereinbart haben. Man sieht also, die Ampel wirkt, und unsere Bundeswehrmandate werden präziser und gehaltvoller. Aus diesen Gründen bitte ich Sie alle herzlich um Zustimmung zum IRINI-Mandat. Vielen Dank. Zaki Nasic hat jetzt das Wort für die Fraktion Die Linke. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Im Jahre 2020 begann die EU-Mission IRINI als Nachfolgerin der maritimen EU-Mission SOFIA. Sie soll den Waffenschmuggel im Rahmen des gegen Libyen verhängten Waffenembargos aufklären und verhindern. Die Mission ist aber derart schwach aufgestellt, dass selbst Embargo-Brecher nur müde lächeln können. Zum Beispiel muss ein verdächtiges Schiff, wenn es durchsucht werden soll, erst mal muss um Erlaubnis gebeten werden der Flaggenstaat. Als die Bundeswehr im Jahre 2020 ein unter türkischer Flagge schipperndes Schiff begann zu durchsuchen, mussten die Soldaten wegen des Widerspruchs der Türkei unverrichteten Dinge wieder abziehen. Es kam zu einer diplomatischen Krise zwischen Ankara und Berlin, und die Türkei hat sich bekanntlich durchgesetzt. Und geht man streng dem Mandatstext nach, bleibt IRINI nicht mehr als Symbolpolitik für das heimische Publikum. Und das ist wirklich schade. Wir wissen ja, dass viele der Waffen, die die Kriegsparteien in Libyen benutzen, nicht über dem Seeweg nach Libyen kommen. Und dass Staaten wie Ägypten, Vereinigte Arabische Emirate und ihr NATO-Bündnispartner die Türkei, übrigens allesamt Staaten, die regelmäßig von Deutschland mit Waffen beliefert werden, dass sie alle diesen Konflikt über Luft mit Waffen befeuern. Stoppen auch sie ihre Unterstützung solcher Staaten, die Libyen weiterhin vernichten und Menschenleben zerstören. Und gegen IRINI spricht zusätzlich die Vorgeschichte. Libyen wurde durch die NATO im Jahre 2011 regelrecht zu einem Fail-State gebombt. Der Machthaber Gaddafi wurde weggeputscht, ermordet. Und klugerweise geschah das damals ohne die Zustimmung Deutschlands. Auch das ist übrigens ein Verdienst des damaligen Außenministers Westerwelle. Dann wurde aber Libyen zu einer gigantischen Flüchtlingsquelle. Und zum Aufmarschgebiet des IS und anderer Drittstaaten wie Frankreich, Türkei und Russland. Morde und Chaos sind in Libyen an der Tagesordnung. Um die EU weiter abzuschotten, begann man dann, die sogenannte libysche Küstenwache auszubilden. Und die schuf ein zusätzliches menschenrechtliches Desaster. Folter, Vergewaltigung, Versklavung, Tötung und Verschleppung von tausenden Menschen gehen auf das Konto dieser sogenannten Küstenwache. Eine Schande für die EU. EU-Ermittler haben festgestellt, dass auch in offiziellen Haftanstalten Zitat schwerste Menschenrechtsverletzungen gegen Geflüchtete begangen werden. Wirklich ein Skandal. Kürzlich sind 90 Menschen erneut auf tragische Weise vor der Küste Libyens ertrunken. Und die vier Personen, die gerettet werden konnten, sind nicht etwa in Sicherheit nach Europa gebracht worden. Nein, sie sind zurück nach Libyen gebracht worden. Und das ist wirklich schändlich. Und es hilft auch wenig, dass die Ausbildung der libyschen Küstenwache jetzt rausgenommen wurde, damit das für die Grünen zustimmungsfähig wird. Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht hat hier die Debatte über den Einsatz der Bundeswehr im Mittelmeer eröffnet. Vor einer guten halben Stunde hat sie hier diese Rede gehalten. Jetzt sind wir wieder live in der Debatte dabei, wie es in Libyen weitergeht, wie dort auch die Bundeswehr unterstützen kann, dass das UN-Waffenembargo umgesetzt wird. Und nächster Redner in dieser Debatte ist Christoph Schmid für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Werte Kolleginnen und Kollegen! Das Mandat Irini soll dem Frieden eine Chance geben. Keine Angst, ich bin völlig unmusikalisch. Ich werde hier nicht Give Peace a Chance singen. Und unwürdig gegrölt wurde heute leider in diesem Hohen Haus schon an anderer Stelle. Geben wir dem Frieden eine Chance. Peace, Frieden oder die griechische Friedensgöttin Irini sollten nicht nur eine Chance erhalten, nein, sie sollten für uns eine dauerhafte Verpflichtung sein. Leider sind friedliche Konfliktlösungen nur dann möglich, wenn die Konfliktparteien keinen Gewinn mehr zu erwarten haben. Darum ist es einerseits wichtig, dass man potenziellen Aggressoren nicht wehrlos gegenübersteht. Auf der anderen Seite ist es aber auch wichtig, dass Friedensprozesse begleitet und überwacht werden. Und dafür leistet die Mission Irini einen wesentlichen Beitrag für Libyen. Natürlich richtet sich unser aller Augenmerk gerade vor allem auf die Ostflanke der NATO. Dennoch dürfen wir gerade auch im Sinne unserer eigenen Sicherheit die Südflanke nicht vernachlässigen. Und darum werbe ich aus voller Überzeugung für die Verlängerung des Mandats. Die Lage in Libyen ist nur eingeschränkt stabil. Und es kommt immer wieder zu Verstößen gegen das Waffenembargo der UNO. Durch Kontrollmaßnahmen sollen diese Verstöße aber eben auch verhindert werden. Und ich sage es ganz deutlich, schon allein dieser Auftrag und unsere Präsenz sind ein deutliches Signal dafür, dass es uns sehr ernst mit der Umsetzung des Embargos ist. Wie bereits erwähnt, trägt der Einsatz auch zur Verhinderung von Menschenhandel und illegalen Exporten von Erdöl bei. So wird langfristig verhindert, dass die Erlöse das Land weiter destabilisieren. Wie bei allen Bundeswehrmandaten wird nun auch Irini fortlaufend evaluiert werden und der aktuellen Lage angepasst. Nicht mehr fortgesetzt, und wir haben das gehört, wird daher die Ausbildung der libyschen Küstenwache, die wir eh nicht wahrgenommen haben, weil es eben an staatlicher Kontrolle fehlt. Und auch das möchte ich klar zum Ausdruck bringen. Wir tolerieren kein Fehlverhalten gegen Flüchtlinge oder NGOs. Die Ausbildung durch deutsche Soldatinnen oder Soldaten ist immer auch an einen Wertekodex gebunden, der von den Auszubildenden akzeptiert werden muss. Deshalb ist es richtig, dass dieser Teil jetzt herausgenommen ist. Und es gibt es wie bei jedem Mandat von ganz rechts und von links die zu erwartende Kritik, dass die Mission entweder nicht robust genug, überflüssig oder wahlweise auch zu robust oder nicht zielführend wäre. 6.300 Verhöre, 250 Besucher an Bord und 35 an den UN-Sicherheitsrat übermittelte Sonderberichte zeigen aus meiner Sicht, dass die Mission durchaus erfolgreich ist. Was ermachten die Menschen in Libyen von ihrer Zukunft? Sie erwarten Stabilität. Sie erwarten Freiheit. Sie erwarten Demokratie. Und sie erwarten eine internationale Gemeinschaft, die bereit ist, sie auf diesem Weg zu begleiten. Und wovor haben die Menschen in Libyen Angst? Vor einem Wiederauflammen des Konflikts. Und genau diese Angst müssen wir sehr ernst nehmen. Der Weg zu einer stabilen und friedlichen Gesellschaft muss vor allem aus Libyen selbst heraus entstehen. Aber wir können durch unsere Präsenz dazu beitragen, den Menschen Ängste zu nehmen und die Kräfte zu unterstützen, die sich dem Frieden verschrieben haben. Ganz im Sinne von der Irini geben wir dem Frieden eine Chance. Ich danke Ihnen. Im Dezember sollten in Libyen eigentlich Parlaments- und Präsidentschaftswahlen stattfinden. Aber weil es immer weiter zu Konflikten, Rivalitäten im Land kommt, wurden die erst einmal abgesagt. Serap Güller spricht jetzt für die CDU-CSU-Fraktion. Es ist ihre erste Rede im Deutschen Bundestag. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Bundeswehr ist seit der russischen Invasion, die heute, exakt vor sechs Wochen, gestartet ist, zurück in der öffentlichen Debatte. Die Gesellschaft beschäftigt sich wieder mit unseren Streitkräften, mit unseren Soldatinnen und Soldaten, denen allen unser Dank gilt für ihren Einsatz und für ihren Dienst für unser Land. Der Fokus der Debatte liegt dabei im Moment nachvollziehbar auf der Landes- und Bündnisverteidigung. Und trotzdem, trotzdem dürfen wir unseren afrikanischen Nachbarkontinent nicht aus den Augen verlieren und müssen als Europäische Union weiterhin daran arbeiten, afrikanische Staaten zu stabilisieren, Rechtsstaatlichkeit zu stärken und Menschenrechte zu schützen. Ein Beitrag dazu ist die deutsche Beteiligung an der EU-geführten Mission EUNAVOR MET IRINI. Vor allem im Sinne der europäischen Zusammenarbeit begrüßen wir es, dass die Bundesregierung uns nun um die Verlängerung dieses Mandats ersucht. Der Mandatstext betont ausdrücklich das europäische Engagement im Kontext einer gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Und umso mehr fragen wir uns, wieso die Bundesregierung hier einen Sonderweg mit dem neuen Mandat geht. Denn im Gegensatz zum EU-Mandat ist im neuen Mandatstext der Apfel, das wurde hier schon mehrmals erwähnt, die Ausbildung der libyschen Küstenwache und Marine nicht mehr enthalten. Und da ganz klar die Frage an die Ampelkoalition, was antworten Sie den restlichen Mitgliedern in der Europäischen Union, die sich an dieser Mission beteiligen? Sind unsere Werte mehr wert als die Werte unserer anderen Mitglieder in der Europäischen Union? Und ich glaube, dass das absurd ist, macht sich hier sehr, sehr deutlich. Hier lässt sich ganz klar, und das ist in der Rede von Herrn Kollegen Fuchs so sehr deutlich geworden, ganz klar ein grüner Faden erkennen. Wie schon bei der Verlängerung des Irak-Mandats lässt sich auch hier die Reduzierung des neuen Mandats weder militärisch noch mit sicherheitspolitischen Argumenten begründen. Nein, die Begründung liegt in der politischen Ideologie. Wie folgendes Zitat aus dem Auswärtigen Amt deutlich macht, Zitat, das wiederholt inakzeptable Verhalten einzelner Einheiten der libyschen Küstenwache gegenüber Flüchtlingen, Migranten und Nichtregierungsorganisationen, Zitat Ende. Und es stimmt, das ist ein Problem. Zahlreiche auf der Libyen-Route abgefangene Migranten werden nach Libyen zurückgebracht oder sind dort willkürlicher Inhaftierung ausgesetzt. Ja, noch mal, das ist ein Problem. Aber dieses Problem lösen Sie doch nicht damit, indem Sie sich auf den Standpunkt stellen, macht die vor Ort herrschenden Probleme nicht zu unserem Problem. Und deshalb müssen Sie sich hier den Vorwurf gefallen lassen, dass Sie mit der Reduzierung des Mandats lediglich Ihr Gewissen reinwaschen, aber nicht zur Lösung des Problems vor Ort beitragen. Die Situation wird sich ja im Zweifel sogar verschlechtern und verschärfen, denn die Lücke, die hier entsteht, werden andere Nationen füllen, Nationen, auf die wir keinen Einfluss haben, Nationen, die ganz andere Werte und Normen haben als wir, wo Ihnen niemand sagen kann, wie so eine Ausbildung vonstatten geht. Was sagt die Ampel denn, wenn im schlimmsten Fall, und das ist alles nicht ausgeschlossen, nun russische Wagner-Söldner die Ausbildung der libyschen Küstenwache übernehmen? Was machen Sie dann? Eine außen- und sicherheitspolitische Begründung lässt sich also für uns hier nicht erkennen. Und deshalb halten wir die Reduzierung des Mandats hier auch ganz klar für einen Fehler. Die Ampel stellt sich mit diesem Alleingang gegen die Position der Europäischen Union. Und dabei ist doch gerade in der aktuellen Situation und angesichts der Herausforderungen, vor denen Europa und die EU stehen, ein einheitliches Auftreten in der Sicherheits- und Außenpolitik wichtiger denn je. Und auch das ist doch hier heute mehrmals betont worden. Und das gilt gerade auch für unsere strategische Gegenküste. Instabilität in Nordafrika wirkt sich auch auf Europa aus, wie wir an zahlreichen Beispielen in den letzten vergangenen Jahren sehen konnten. Die Situation in Libyen ist weiterhin fragil. Der Weg zu einem Frieden zwischen den verfeindeten Milizen ist noch lang. Irini leistet hier einen wichtigen Beitrag, um sie wenigstens nicht mit noch mehr Waffen zu versorgen. Und die Waffen bleiben ja nicht in Libyen. Angesichts der durchlässigen Grenze instabiler Staaten finden sie ihren Weg in die gesamte Region und breiten damit auch die Instabilität in der Sahelzone aus. Das kann nicht in unserem Interesse sein. Liebe Kolleginnen und Kollegen, unsere Fraktion wird diesen neuen Mandatstext in den nächsten Tagen und Wochen beraten. Ich danke Ihnen hier für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Und das ist für dieses Land eine enorme Zahl. Rund vier Prozent der Bevölkerung machen die Geflüchteten momentan aus. Erster Redner ist Knut Abraham aus der Unionsfraktion. Verehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Es gibt nichts Politischeres, gerade in Zeiten eines Krieges in Europa, als ein Blick auf die Landkarte. Aus Moldau sind es genau 50 Kilometer nach Odessa. Putins Krieg ist nah. Und in der zu Moldau gehörenden separatistischen Region Transnistrien stehen rund 1500 russische Soldaten, die sich seit 23 Jahren weigern abzuziehen. In dieser schwierigen Situation zeigt Moldau in einer ungemein beeindruckenden Weise europäische Solidarität. Das kleine Land mit seinen etwa zweieinhalb Millionen Einwohnern hat mehr als 120.000 Flüchtlinge, darunter 50.000 Kinder, aufgenommen. Hochgerechnet auf Deutschland entspräche dies einer Aufnahme von vier Millionen Menschen innerhalb weniger Wochen. Weitere 260.000 Ukrainer sind zudem durch Moldau in andere Länder Europas weitergereist. Was aber auf das Land zukommt, sollte Odessa verstärkt von den Russen angegriffen werden, ist dramatisch. Der Großraum Odessa hat genauso viele Bewohner wie Moldau-Einwohner. Was Moldau für die Flüchtlinge in dieser verzweifelten Situation leistet, ist wie gesagt enorm und verdient unseren herzlichen Dank und unsere Anerkennung und unseren tiefen Respekt, aber eben auch unsere volle Unterstützung und Hilfe. Diese europäische Solidarität, die Moldau gegenüber den Ukrainern zeigt, sollten auch wir gegenüber Moldau zeigen. Das ist der Kern unseres Antrags zur schnellen und umfassenden Unterstützung der Republik Moldau. Die Herausforderungen sind so zahlreich wie schwierig. Moldau hat sich für den europäischen Weg entschieden, und wir müssen uns aus ganzer Überzeugung entscheiden, Moldau bei seinem Weg in die Europäische Union zu helfen. Auf diesem ist Moldau übrigens schon ziemlich erfolgreich unterwegs, mit Hilfe der Visumsfreiheit seit 2014 und mit dem Assoziierungsabkommen seit 2016. Die Grundlagen sind also gelegt. Das ist übrigens ein Beispiel für die kluge Europapolitik unserer Bundesregierung unter Angela Merkel in diesem wichtigen Teil Europas. Heute, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, gehen bereits zwei Drittel der Ausfuhren Moldaus in die Europäische Union. Übrigens, unter den Ausfuhren des Landes empfehle ich persönlich ganz besonders den exzellenten Wein. Das ist wirklich eine positive Erfahrung. Das bedeutet zunächst, dass jetzt ein Modell entwickelt werden muss, mit dem Moldau schnell an die Europäische Union herangeführt werden kann. Beispielsweise zunächst schrittweise Richtung Binnenmarkt. Jedenfalls aber muss das Ziel klar sein. Moldaus Zukunft liegt nicht in irgendeinem ungefähren Europa, sondern in der EU. Denn wo der Ordnungsrahmen der EU Einzug gehalten ist, folgt Stabilität und Prosperität. Daher fordern wir in unserem Antrag auch eine Anerkennung Moldaus als Beitrittskandidat der EU. Deutschland genießt aus den Jahren der unionsgeführten Bundesregierung unter Bundeskanzlerin Angela Merkel in Moldau großes Vertrauen. Sie war die erste deutsche Regierungschefin, die das Land besucht hat. Das Kanzleramt unter Federführung von Christoph Heusken hatte eine entschlossene, aber letztlich an Russland gescheiterte Initiative zur Lösung des Transnistrien-Problems ergriffen. Die sogenannte Meseberg-Initiative. Auch der gestrige Besuch von Ministerpräsidentin Gabrielica zeigt das Vertrauen und die Erwartungen an die jetzige Bundesregierung, Frau Ministerin. Wenn es darum geht, Moldau beizustehen, haben Sie die CDU-CSU natürlich an ihrer Seite. Die gestrige Konferenz, Frau Ministerin, im Auswärtigen Amt, ausgerichtet gemeinsam mit Frankreich und Rumänien, und auch die Solidaritätswirkung der Luftbrücke für die ukrainischen Flüchtlinge aus Kisinau nach Deutschland sind natürlich völlig richtig. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ohne russische Obstruktion ist in einer europäischen Nachkriegsordnung auch eine Lösung des Transnistrien-Problems erreichbar. Die baltischen Staaten haben bewiesen, dass die Integration einer russischsprachigen Bevölkerungsgruppe möglich ist. Voraussetzung dafür ist aber, dass die russischen Truppen endlich aus Moldau verschwinden. Ein weiteres Thema liegt mir besonders am Herzen, die Zukunft der Volksgruppe der Gagausen. Die Gagausen sind ein christliches Volk im Süden Moldauas, das Autonomie genießt und von den Russen instrumentalisiert wurde. Auch hier gilt die Zukunft Europa. Jetzt geht es aber darum, Solidarität in politisches Handeln zu verwandeln. Wir haben jetzt die Gelegenheit, sogar die Verpflichtung, dies zu tun. Und dem dient unser Antrag, für den ich hiermit sehr herzlich um Ihre Zustimmung und Unterstützung bitte. Danke sehr. Knut Abraham war das für die Unionsfraktion. Er sitzt im Auswärtigen Ausschuss. Er war aber auch 2015 bis 2018 Leiter des Referats für die bilateralen Beziehungen zu den Staaten Mittelost- und Südosteuropas. Im Bundeskanzleramt hat er auch von einigen Erfahrungen erzählt. Frank Schwabe spricht jetzt für die SPD-Fraktion. Er ist Sprecher für Menschenrechte und humanitäre Hilfe. Frau Präsidentin! Verehrte Damen und Herren! Ich will mich bedanken bei der Unionsfraktion dafür, dass sie diesen Antrag vorgelegt haben, weil es die Gelegenheit bietet, nicht nur der Bundesregierung deutlich zu machen, was sie tut in Sachen Republik Moldau. Ich glaube, ein beeindruckendes Engagement, was auch, glaube ich, im ganzen Haus geteilt wird und auch europäisch geteilt wird, sondern es macht eben auch deutlich, wie die Haltung des Bundestages ist, dass der Bundestag der Republik Moldau eine besondere Beachtung zuwendet in diesen schwierigen Zeiten. Wir haben in der Republik Moldau eine ganz erstaunliche Entwicklung gehabt. Jedenfalls bis vor ein paar Wochen droht vieles in Gefahr zu geraten. Wir haben eine Situation, dass wir in der Tat das ärmste Land, so muss man das sehen, wenn man sich den Entwicklungsindex Europas anguckt, haben mit so vielen Problemen, dass man vor ein paar Jahren hätte glauben können, das funktioniert alles gar nicht. Das ist eine Art Failed State. Wir haben dann wirklich gesehen, dass es möglich war, in einem solchen Land mit mutiger Führung, mit derjenigen, die auch heute Präsidentin ist, voranzugehen und eine Perspektive für dieses europäische Land zu entwickeln. Alles das gerät gerade in Gefahr durch eine russische Aggression, aber eben auch dadurch, dass viele Geflüchtete sich auf den Weg machen in die Republik Moldau, schon da sind. Ich bin gerade erst wiedergekommen aus der Ukraine. Ich war im Westen der Ukraine, in Lviv, und dort hat man eine Situation, wenn man da zunächst mal ist, hat man den Eindruck, es ist gar kein Krieg. Klar, man sieht Fahnen, man sieht auch Barrikaden, aber im Grunde genommen geht das Leben dort seinen geregelten Weg. Die Menschen versuchen, sich in dieser ganz schwierigen Situation einzurichten, mit schon Hunderttausenden Geflüchteten aus dem Osten der Ukraine, aus dem Süden der Ukraine. Die Menschen versuchen, dort zu bleiben, aber wehe, wenn sich der Krieg weiterentwickelt, in der Tat Richtung Odessa, in Richtung des Westens der Ukraine. Dann reden wir über Millionen weitere Menschen, die sich auf die Flucht begeben werden und begeben müssen. Und dann ist es erneut die Republik Moldau, die ganz im Fokus auch dieser Fluchtbewegung entsprechend steht. Es ist beschrieben worden, welche Herausforderungen die Republik Moldau hat, mit einem im Grunde russisch besetzten Teil, Transnistrien. Und die Republik Moldau ist in einer ähnlichen Situation, eigentlich in derselben Situation wie andere Staaten in der Region auch, wie Belarus, wie die Ukraine, die sich eigentlich gar nicht entscheiden wollten oder wollten bisher zwischen Russland, der Europäischen Union oder sonst was. Sondern sie stehen eigentlich für Werte. Sie sind auf der Suche nach Demokratie, nach Freiheit, nach einer vernünftigen ökonomischen und sozialen Entwicklung. Und bisher jedenfalls war es völlig egal, mit wem man dort entsprechend in Partnerschaft ist. Das ändert sich gerade, weil klar geworden ist und klar wird, dass für sehr lange Zeit Russland der Partner einer solchen Entwicklung entsprechend nicht sein kann. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir die Perspektive klar aufmachen, dass wir deutlich machen, die Republik Moldau ist Teil der europäischen Wertegemeinschaft. Und damit braucht es eben auch neben der Anbindung an den Europarat auch eine Anbindung eben an die Europäische Union. Ich habe gerade schon gesagt, das Land oder jedenfalls die Regierung hat eine erstaunliche Entwicklung durchgemacht. Viele von Ihnen haben die Ministerpräsidentin hier erlebt. Am Ende steht aber die Staatspräsidentin Maya Sandu für diese Entwicklung. Eine so mutige und couragierte Frau, wie man sich das besser gar nicht vorstellen kann. Wirklich eine politische Bilderbuchkarriere von einer Frau, die aus der Zivilgesellschaft kommt und am Ende bereit war, politische Verantwortung zu übernehmen und wahrhaftig es geschafft hat, eine deutliche Mehrheit der Menschen in diesem Land entsprechend auch hinter sich zu versammeln. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir diese mutige Frau, diese mutigen Menschen in dem Land, die in so großer Gefahr sind, so umfassend unterstützen, wie es nur geht. Und ich will das nochmal unterstreichen, nach meinem Eindruck, soll das dieser heutige Antrag auch tun. Es soll am Ende das unterstützen, was unter Federführung des Bundeskanzlers und der Außenministerin auf den Weg gebracht wurde. Ich will aber auch die Entwicklungsministerin nennen, weil wir viele Projekte dort schon hatten in den letzten Jahren und jetzt nochmal konzentrieren. Das ist eben die Unterstützungsplattform. Und das war diese so wirklich überaus erfolgreiche Konferenz, die wir in den letzten Tagen hier in Berlin sehen konnten, wo Frankreich und Rumänien entsprechend auch ihren Anteil dazu hatten. Es ist schon gesagt worden, der Anteil der Geflüchteten ist 4 Prozent zurzeit an der Gesamtbevölkerung. Das kann sich nochmal deutlich erhöhen. Es ist für dieses Land eine riesige Herausforderung. Wir haben die Herausforderungen im Energiebereich. Ich war zum ersten Mal in Kirchinau, ich glaube, vor zehn Jahren. Und ich habe mich damals gefragt, warum dieses Land nicht viel mehr macht im Bereich der Solarenergie. Es ist eigentlich prädestiniert dafür. Aber es mangelte eben an klaren Strukturen, an den Bedingungen für Investitionen in dem Land. Und deswegen sind Justizreformen und deswegen ist die Bekämpfung der Korruption so wichtig. Und auch da unterstützen wir entsprechend aus Deutschland. Wir helfen bei der wirtschaftlichen und der finanziellen Entwicklung des Landes. Und ich will das nochmal sagen, es sind am Ende 40 Millionen Euro roundabout aus dem Entwicklungsetat. Und es sind jetzt nochmal 50 Millionen, die eben im Bereich von Krediten auch nochmal entsprechend geleistet werden. Deswegen, die Republik Moldau ist nicht nur geografisch, sondern sie ist mit ihren klaren Entscheidungen in Richtung Demokratie auch Teil der europäischen Wertegemeinschaft. Deswegen ist es richtig, dass wir hier umfassend gemeinsam die Bundesregierung, aber vor allen Dingen eben auch dieses Hohe Haus gemeinsam die Republik Moldau in dieser schwierigen Zeit unterstützen. Vielen Dank. Frank Schwabe war das für die SPD-Fraktion. Und Bundesaußenministerin Annalena Berbock hat auch bereits zugesagt, dass 2.500 Menschen nach Deutschland geholt werden. Ich komme zurück zu den Wahlen und frage, ist noch ein Mitglied des Hauses anwesend, das noch nicht abstimmen konnte, aber dennoch wollte. Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt fragt hier nochmal, denn während der Debatte haben hier 2 Wahlen stattgefunden, zum Parlamentarischen Kontrollgremium und zum Stellvertreter der Bundestagspräsidentin. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, für die AfD-Fraktion spricht jetzt Matthias Mosdorff. Der Guardian zeigt, wie in einem Brennglas, welche Entwicklungen gerade unsere Aufmerksamkeit verdienen. Der Guardian schrieb treffend, die Armen helfen den Verzweifelten. Zuallererst, wir waren letzte Woche dort, verneige ich mich tief vor der Initiative, der Professionalität, der politischen Entschlossenheit und vor allen Dingen der menschlichen Wärme dieses Landes. Auch dort kamen, Sie haben es schon gehört, zeitweise 15.000 Flüchtlinge an, an einem Tag über 67 Grenzübergänge und prozentual zur Bevölkerung mehr als in jedem anderen europäischen Land. Doch die Politik macht einiges anders. Alle werden bei Einreise registriert, ihre Erfordernisse werden abgefragt. Dazu entstanden in nur sieben Stunden zahlreiche Zeltstädte. In Echtzeiten werden diese Daten an alle Behörden des Landes überspielt. Nach drei Stunden Fahrt in die Städte stehen Psychologen, Diabetologen und Chirurgen schon bereit. Drittstaatler, andere nennen sie Studenten, werden erfasst und in Zusammenarbeit mit deren Heimatländern nach Hause gebracht. Zwei Drittel der Flüchtlinge im Land wohnen privat, auch Ukrainer bei Russen und umgekehrt. Nach zwei bis drei Tagen schon erhalten alle eine Debitkarte mit 120 Euro pro Monat, 480 Euro also für eine vierköpfige Familie. Damit können die Menschen in Moldawien im Supermarkt einkaufen. Unsere Bundespolizei wäre entzückt. Denn was wir hier an Fähigkeiten bewundern, ist zugleich ihre Unfähigkeit und ihr mangelnder politischer Wille. Und es geht noch weiter. Wenn Deutschland sich feiern lässt, dass der erste unserer Flieger nach Westeuropa voll besetzt gewesen sei, zeigt das nur, diese Flüchtlinge wollen zum großen Teil gar nicht zu uns. Sie wollen dort bleiben. Die Transporte anderer Länder starten derweil halb leer und das jede Woche. Zu unserem Besuch übrigens an der Grenze haben wir ähnlichen Verkehr beobachtet in beiden Richtungen, Richtung Ukraine und zurück. Sie machen stattdessen Moldawien das Leben schwer mit zum Beispiel eskalierender Sanktionsrhetorik. Das Land ist abhängig. Ja, es erhält saisonal bis zu zwei Drittel subventionierte Energielieferungen aus Russland. Aber wenn Sie hier laut Embargo schreien, dann müssen Sie dort erklären, wer die Preisdifferenz zum Weltmarkt künftig bezahlen soll. Moldawien kann es nicht. Die Pipelines zum Ersatz gibt es nicht. Ein Energieverbund mit der EU, er wäre für 200 Millionen Euro zu haben, existiert nicht. Ihre Symbolpolitik mit der ukrainischen Fahne im Knopfloch destabilisiert fast gewollt Länder wie Moldawien, die in der Zeit alles richtig machen, obwohl sie fast dazu kein Geld haben. Lassen Sie uns das Afghanistan-Desaster nicht wiederholen, meine Damen und Herren. Was wir hier lernen können, ist Pragmatismus. Was wir hier unterstützen können, sind Menschlichkeit und Deeskalation. An ihnen führt überhaupt kein Weg vorbei, denn diese Völker wissen, dass sie auch weiterhin zusammenleben müssen. Und wir könnten mit unserer Hilfe vor Ort und nicht in deutschen Flüchtlingsunterkünften so viel mehr erreichen. Die stete Kriegsrhetorik aus dem Westen verstört ebenfalls hier wie dort, wie am Sonntag die Meldung aus der Ukraine, Russland ziehe Truppen in der moldawischen Provinz Transnistrien zusammen, um in Odessa eine zweite Front zu eröffnen. Odessa ist nicht weit entfernt, 50 Kilometer. Moldawien selbst dementiert das auf allen Kanälen. Sie fragen sich, wem nützt der Wunsch nach Störungen der ohnehin komplizierten Staatlichkeit? Es hängt also von uns ab, ob das Land den turbulenten Weg nach Europa weitergehen kann oder in den Strudel russischer Aggression gerissen wird. Meine Damen und Herren, wenn wir einen europäischen Flächenbrand verhindern wollen, dann knüpfen wir unsere Hilfe für die Ukraine ab sofort an klare Ansagen. Europa darf kein Interesse an einer Ausweitung des Konfliktes haben. Unser Interesse ist Frieden. NATO-Einladungen in die Krise wie die von Friedrich Merz sind deswegen verantwortungslose politische Geisterfahrerei. Wahrscheinlich war die Entscheidung seiner Kaltstellung einer der wenigen klaren Momente der Merkel-Politik. Ein letzter Satz. Und doch zeigt auch eine stehende Uhr zweimal täglich die richtige Zeit. Dem Antrag der CDU-CSU auf schnelle Hilfe für Moldawien stimmen wir deswegen zu. Vielen Dank. Matthias Mustauf war das für die AfD-Fraktion. Er sitzt wie auch die nächste Rednerin im Auswärtigen Ausschuss. Und das ist Merle Spelleberg für Bündnis 90 Die Grünen. Die Zeit für die Wahlen läuft in einer Minute ab. Ist noch ein Mitglied des Hauses anwesend, welches nicht gewählt hat und noch wählen muss? Ist das ein Ja? Dann bitte ich das jetzt zügig zu erledigen. So, Sie sehen auch, das Präsidium hat gewechselt. Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau ruft hier noch einmal auf zu den Wahlen. Wer noch nicht gewählt hat, für einen Stellvertreter der Bundestagspräsidentin und ein Mitglied des Parlamentarischen Kontrollgremiums. Die AfD-Fraktion hat hier zwei Vorschläge eingereicht. Jetzt spricht aber Merle Spelleberg für Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Abgeordnete! Liebe Kolleginnen! Wir müssen uns an dieser Stelle auch fragen, auf welcher Seite wir stehen, wenn wir darüber reden, ob Sanktionen gelockert werden sollten oder nicht. Unsere Außenministerin hat es am Dienstag nach der Geberkonferenz ganz richtig gesagt. Leider stehen wir erst am Anfang der Krise, die der russische Krieg gegen die Ukraine ausgelöst hat. Natürlich besonders vor Ort, aber eben auch im Nachbarland Moldau. Die Menschen dort berichten, dass sie Angst haben, von Russland mit überrollt zu werden. Und auch gerade deshalb ist die neue Unterstützungsplattform für Moldau so wichtig. Und dabei möchte ich gerne zwei Punkte hervorheben. Erstens sehen wir endlich breite Solidarität mit Menschen auf der Flucht. Wir unterstützen Hilfsstrukturen vor Ort finanziell und wir bringen Menschen nach Deutschland. Und ich möchte mehr von dieser Solidarität. Gestern hatten wir im Auswärtigen Ausschuss die Ehre, mit der Ministerpräsidentin aus Moldau, Natalia Gavrilica, zu sprechen. Und hier ergibt sich für uns der zweite wichtige Punkt für unsere Politik. Wir hören zu, was die Menschen vor Ort brauchen, was ihre Bedürfnisse sind und handeln dann gemeinsam. Und genau das kann die Unterstützungsplattform eben leisten. Genau dafür wurden mehr als 650 Millionen Euro finanzielle Unterstützung angekündigt, mit der die moldauischeren Regierungen Stabilität, Freiheit und Sicherheit gewährleisten kann. Denn Sicherheit ist eben nicht nur eine militärische, und das sehen wir hier ganz deutlich, auch eine energiepolitische Frage. Von Frau Gavrilica haben wir auch gehört, dass jede vierte Person in Moldau etwa 25 Prozent ihres Einkommens für Energiekosten ausgibt. Vergleichen Sie das mal am Ende des Monats mit Ihren Ausgaben. Da wird einem die gesellschaftliche Dimension relativ schnell klar. Die Gaspreise in Moldau sind in den letzten sechs Monaten um das Achtfache gestiegen. Fast 100 Prozent der Gasversorgung in Moldau kommen aus Russland. Russland streut in der Bevölkerung Moldaus massivst Desinformationen. Auch hier ist wieder klar, dass sicherheitspolitische Fragen eben nicht nur militärisch sind. Und auch unabhängig davon ist die sicherheitspolitische Lage höchst brisant. Die in Transnistrien stationierten tausende russischen Soldatinnen wurden bereits angesprochen. Moldau und die Vereinten Nationen fordern deren Abzug seit Jahren. Was klar ist, Moldau ist nicht die Ukraine, nicht historisch und nicht politisch. Aber Odessa ist nur eine Autostunde von der moldauischen Grenze entfernt. Alles, was in der Ukraine passiert, hat auch direkte Auswirkungen auf Moldau. Also müssen wir weiter zuhören und weiter handeln. Ich komme zurück zu den Wahlen. Die Zeit, die vorgesehen war, ist abgelaufen. Ich gehe davon aus, dass alle Mitglieder des Bundestages die Chance hatten, an den Wahlen teilzunehmen. Deute ich das dort hinten richtig? Das ist aber jetzt der allerletzte Aufschub. Und ich bitte wirklich für die verbleibenden Sitzungswochen, sich da ein bisschen zu disziplinieren und einfach an Wahlen teilzunehmen. Innerhalb einer Stunde kann man das gut erledigen, denke ich. Das Wort hat der Kollege André Hunko für die Fraktion Die Linke. Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Die Republik Moldau ist das ernste Land Europas und gleich in zweifacher Hinsicht von dem völkerrechtswidrigen Krieg Russlands in der Ukraine betroffen. Zum einen durch die geografische Nähe, das ist schon angesprochen worden, einer Autostunde bis Odessa. Und auch durch die innere Gespaltenheit des Landes gibt bei Teilen eine starke historische Verbindung nach Russland, bei anderen nach Rumänien oder Richtung EU. Aber auch durch die Flüchtlinge, die über Moldawien aus der Ukraine geflohen sind. Über 100.000 sind dauerhaft in Moldawien, werden dort von Familien aufgenommen. Ungefähr 300.000 haben Moldawien passiert. Also es ist ein Land, das sehr, sehr stark betroffen ist. Und es ist richtig, dass humanitär hier in jeder erdenklichen Weise geholfen wird. Die CDU-CSU hat einen entsprechenden Antrag eingebracht. Da steht sehr viel Richtiges drin. Ich will aber auch ein paar Punkte ansprechen, die nicht da drin stehen. Moldawien ist auch gleichzeitig das Land, in dem der größte Raub des Jahrhunderts stattgefunden hat vor einigen Jahren. Eine Milliarde Dollar wurden aus dem Staatshaushalt gestohlen. Und junge Menschen, die dagegen protestiert haben, sind kriminalisiert worden, waren im Gefängnis. Ich habe sie in Chisinau besucht und haben schließlich im Herbst letzten Jahres vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte recht bekommen. Diese unfassbare Korruption, die dahinter steht, ist auch unter der neuen Regierung bisher nicht aufgearbeitet worden. Und der Begriff Korruption, Herr Abraham, steht nicht ein einziges Mal in Ihrem Antrag. Auch das muss angesprochen werden. Es ist, in Ihrem Antrag steht, der Bundestag soll die Konrad-Adenauer-Stiftung in Moldawien unterstützen. Mit Verlaub, einem solchen Antrag können wir nicht zustimmen. Wenn, dann schon alle Stiftungen. Und die Konrad-Adenauer-Stiftung ist auch umstritten in der moldawischen Gesellschaft. Sie sitzt in der Regierung. Das ist Thema dort. Auch der enge Bezug, der in Ihrem Antrag drin ist, dass Rumänien der zentrale Akteur sein soll, ist vor dem Hintergrund der Geschichte Moldawiens, denke ich, auch zumindest unsensibel. Das sind ein paar Kritikpunkte. Ich will aber doch sagen, die Hilfe für Moldawien, die humanitäre Hilfe in dieser Situation, ist dringend notwendig. Das unterstützen wir aber nicht jeden Punkt in Ihrem Antrag. Vielen Dank. Ich komme nun letztmalig zurück zu den Wahlen, zu einem Stellvertreter der Bundestagspräsidenten und zum PKGR. Ich gehe davon aus, dass jetzt alle Mitglieder des Hauses die Chance hatten, ihre Stimme abzugeben. Ich schließe die Wahlen und bitte die Schriftführerinnen und Schriftführer, mit der Auszählung zu beginnen. Die Ergebnisse der Wahlen werden Ihnen später bekannt gegeben. Wir kehren zurück zur Debatte. Für die FDP-Fraktion hat nun die Kollegin Aniko Merten das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Bilanz nach mehr als einem Monat Krieg ist verheerend. Wladimir Putin richtet in der Ukraine Blutbilder an. In der Mitte Europas sind so viele Menschen auf der Flucht wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Familien haben ihre Heimat verloren. Menschen wurden mitten aus dem Leben gerissen. Wir dürfen uns keine Illusionen machen. Putin weiß ganz genau, wie er durch gezielte Agitationen über die direkten Konfliktlinien hinaus bekannte Ängste in den angrenzenden Staaten Europas schürt. Steigende Energiepreise, steigende Lebensmittelpreise, Wohnungsnot, Überlastung der Sozialsysteme, Diskussionen über die Verteilung der Menschen in den Bundesländern und auf die gesamte Europäische Union. Putins Krieg hat viele Fronten. Eine davon verläuft mit, die uns von den Kriegsschauplätzen erreichen. Die Bilder aus Butscha machen sprachlos. Aber wir können nicht zulassen, dass uns diese Sprachlosigkeit lähmt. Wir müssen der Sprachlosigkeit etwas entgegensetzen. Es ist unsere humanitäre Pflicht, in aller Deutlichkeit unsere Solidarität mit den Menschen und den Ländern zu bekunden, die nun unseren Schutz, unsere Hilfe brauchen. Dies gilt für die Menschen in der Ukraine sowie für die Menschen in der Republik Moldau, die am Rande dieses Krieges zwischen Fronten zerrieben zu werden droht. Moldau kämpft seit dem Ende des Kalten Krieges darum, seine Souveränität gegenüber dem Einflussbereich Russland zu bewahren. Es ist, wie viele postsovjetische Republiken, stets zwischen einer engeren Anbindung an den Westen und der Nähe zum großen Nachbarn im Osten zerrissen. Putin muss nicht erst in Moldau einmarschieren, um die gesamte Region weiter zu destabilisieren. Mit dem Beginn des Krieges in der Ukraine droht Moldau nun eine humanitäre Katastrophe. Nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks wurden rund 400.000 Ukrainerinnen und Ukrainer in Moldau versorgt. Moldau ist nach eigenen Angaben an der Belastungsgrenze, was die Aufnahme der Geflüchteten angeht. Es fehlt an Unterbringungsmöglichkeiten, an Wohnraum, an Medikamenten, an Nahrungsmitteln und an Infrastruktur. Die Bilanz nach mehr als einem Monat Krieg ist auch für die Republik Moldau verheerend. Und dennoch haben trotz all dieser Unwägbarkeiten rund 100.000 Ukrainerinnen und Ukrainer in Moldau Zuflucht gefunden. Rund die Hälfte davon, so schätzt das UNHCR, sind Kinder. Die Solidarität Moldaus mit den geflüchteten Nachbarn ist groß. Moldau wie die Ukraine verdienen unsere uneingeschränkte Unterstützung. Wir dürfen nicht zulassen, dass Putins Krieg diese gesamte Region weiter destabilisiert. Die große internationale Solidarität mit der Republik Moldau und mit der Ukraine sendet ein klares Signal an Wladimir Putin. Dass wir bereit sind, die Kosten dieses unsäglichen Krieges mitzutragen. Die Menschen in der Ukraine sind nicht allein. Die Menschen in Moldau sind nicht allein. Wir können helfen. Wir können Brücken bauen. Und das tun wir auch. Unsere Außenministerin war bereits in Moldau und hat die Initiative zur Bildung einer Luftbrücke angestoßen. Wir können den Menschen Schutz bieten. Unsere Solidarität ihnen gegenüber verdeutlicht, dass wir als demokratische Rechtsstaaten eine Gemeinschaft bilden, die Putins schrecklicher Gewalt die Perspektive auf ein Leben in Frieden und in Freiheit entgegensetzen können. Wir sind bereit, unsere humanitären Werte gegen Russland zu verteidigen. Die internationale Geberkonferenz zugunsten der Republik Moldau am Dienstag in Berlin hat gezeigt, dass wir dringend benötigte Ressourcen zur Verfügung stellen können. 695 Millionen Euro Hilfszahlungen wurden in Moldau zugesagt. Deutschland gibt einen Kredit in Höhe von 50 Millionen Euro frei und evakuiert weitere Geflüchtete. Damit versetzen wir die Republik Moldau in die Lage, adäquate Strukturen für die Versorgung der Menschen vor Ort zu schaffen. Ich möchte Annalena Baerbock ausdrücklich für ihr schnelles Handeln danken. Es muss unser gemeinsames Ziel sein, eine Überlastung Moldaus zu vermeiden. Denn nur wehrhafte Demokratien mit Zugang zu Ressourcen können ihre Souveränität nach außen und nach innen verteidigen. Der ungebrochene ukrainische Kampfgeist ist dafür derzeit das beste Beispiel. Danken möchte ich zu guter Letzt auch der Ministerpräsidentin Moldaus und ihren Landsleuten für die große Solidarität mit den Ukrainerinnen und Ukrainer. Es beweist große Stärke und ist ein Bekenntnis zu humanitären Werten in dieser schweren Situation, offene Arme zu haben und für jene in Not um Hilfe zu bitten. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Aniko Merken war das von der FDP. Ich weise aus aktuellem Anlass noch einmal darauf hin, dass wir uns auch heute Mittag im Ältestenrat noch einmal erinnert haben, dass das Fotografieren hier im Plenum untersagt ist. Ich behalte mir ausdrücklich vor, sollten Fotos, die jetzt hier entstanden sind, es gilt, nein, ich weiß, das trifft in dem Fall auch nicht Sie, Herr Brandner. Ich weise darauf hin, sollte mir zur Kenntnis gelangen, dass Aufnahmen, die jetzt gerade eben während des letzten Redebeitrages entstanden sind, irgendwo veröffentlicht werden, in den Netzwerken oder anderes, dass ich nachträglich entsprechende Ordnungsmaßnahmen hier einleite. Wir fahren in der Debatte fort. Das Wort hat der Kollege Manfred Grund für die CDU-CSU-Fraktion. Ja, und Manfred Grund ist Mitglied im Auswärtigen Ausschuss. Herr Präsidentin, nach einer repräsentativen Umfrage in Moldau haben sich 60 Prozent der Moldauer, die daran teilgenommen haben, befragt danach, wo seht ihr die Zukunft von Moldau für einen Weg in Richtung europäische Integration entschieden. Das ist doppelt erstaunlich. Warum? Zum einen erstaunlich, weil Moldau natürlich alle Probleme hat, die ein Transformationsland der ehemaligen Sowjetunion bis heute mit sich umherschleppen muss. Zum Zweiten gibt es, und das ist auch angesprochen worden, verschiedene Eigenheiten, Besonderheiten, die in Moldau das Leben in dieser Republik besonders schwer machen. Zum einen ist es natürlich der noch nach wie vor anhaltende Transnistrien-Konflikt. Zum Zweiten sind die Kakausen angesprochen worden, die im Süden Moldaus leben, die stark russlandaffin sind und die sich eher der eurasischen Wirtschaftsunion anschließen würden. Und zum Dritten sind viele Moldauer ins Ausland abgewandert, arbeiten dort, weil Moldau, Rumänien stark lateinischsprachig sind, also Spanien, Frankreich, Italien geht relativ gut mit der Verständigung. Es arbeiten mehr Moldauer im Ausland, als im Land Beschäftigte da sind. Also das ist eine große Anzahl, die das Leben ihrer Familie vom Ausland her finanzieren. Und deswegen, auch deswegen ist es erstaunlich, dass 60 Prozent, das Zweite, Transformationsländer, Probleme, Korruption, Amtsmissbrauch, Vetternwirtschaft, Diebstahl ist angesprochen, Rechtsmissbrauch, alles das gibt es in Moldau. Und trotzdem sagen 60 Prozent ja, europäische Integration. Das hat viel mit der neuen Regierung, mit der Präsidentin, mit Maya Sandu, mit Natalia Kavgilizia zu tun, mit ihrer Regierung auch und auch mit der Mehrheit im Parlament. Und im Gegensatz zu allen Vorgängerregierungen, fast allen Vorgängerregierungen, gibt es keinen Skandal, keine Korruption, kein Amtsmissbrauch, keine Vorwürfe, keine Schattenwirtschaft, keine oligarchische Verdächtigung, die mit dieser jetzigen Regierung oder mit der Präsidentin in Verbindung gebracht werden. Und das ist ein großes Glück für Moldau. Und es sind Frauen, die das machen, weil die Männer meistens vorher schon versagt haben. Meine Damen und Herren, Natalia Kavgilizia hat einmal gesagt, auch zur Erklärung, warum dieser Umschwung da ist, die Bürger der Republik Moldau haben genug von Regierungen, die Lügen von Politikern, die Stehlen von öffentlichen Diensten, die nicht für die Menschen arbeiten, von Entscheidungen, die das öffentliche Interesse nicht berücksichtigen. In der kurzen Zeit, die bisher diese Regierung und auch die Präsidentin arbeiten können, hat es wenigstens drei existenzielle Krisen gegeben, die durch Moldau gelaufen sind. Zum einen natürlich Corona, was so ein kleines Land, so ein einkommensschwaches Land natürlich besonders trifft. Zum Zweiten, schon bevor der jetzigen Energiekrise sind die Energiepreise, die Gaspreise von Russland um 340 Prozent erhöht worden, kann eigentlich kein Mensch in Moldau bezahlen, auch nicht die Regierung. Auch deswegen braucht es unsere Unterstützung. Und zum Dritten ist angesprochen worden natürlich Ukraine-Krise, ukrainische Flüchtlinge. Mehr als Hunderttausende sind bisher geblieben. Vielleicht 400.000 sind durchs Land gut organisiert. Auch das ist angesprochen worden. Und wir müssen davon ausgehen, falls Putin seinen Angriff auf Odessa ausweitet und die Bevölkerung von Odessa losläuft, das sind 45 Kilometer bis Moldau, dann wird sich diese Zahl erheblich vergrößern. Und die Menschen aus der Ukraine wollen auch in Moldau bleiben. Das ist auch angesprochen worden, wegen der Sprache natürlich, wegen der Schulen und aber auch, weil sie näher bei der Heimat sind. Die Frage ist, was braucht Moldau? Sie brauchen Geld. Wenn es geht Budgethilfe, direkt ins Budget hinein, unterschiedliche Größen von vielleicht 500 Millionen bis 1 Milliarde Euro, möglicherweise über mehrere Jahre sogar. Sie braucht natürlich weitere Unterstützung im Rechtsstaatsprozess. Da muss Brüssel auch stärker hinschauen, was mit dem Geld, mit den Instrumenten, die Brüssel gibt, auch gemacht wird, damit das auch tatsächlich effizient wird und dass die Leute auch eine Veränderung sehen. Moldau möchte eine höhere Exportquote in Richtung Europäische Union von den Produkten, die sie bisher limitiert hierher verkaufen können. Moldauischer Wein gehört mit dazu, Moldauische Früchte, Äpfel gehören mit dazu, also Exportquote erhöhen. Und auch das angesprochen, Verbindung der Stromnetze über Rumänien, Interkonnektoren eingekoppelt ins europäische Netz, was dann hoffentlich noch genügend Strom hat, um auch Moldau mal mit zu versorgen. Das ist noch nicht alles ganz gesichert. Aber ich glaube, es ist angesprochen worden, EU-Beitrittsperspektive wäre wichtig, um eine Zielvorstellung zu haben. Das wird sicher ein langer Prozess. Auch eine Beitrittsperspektive wäre wichtig, um auch die Menschen zu motivieren. 60 Prozent, das ist nicht ganz schlecht. Der Kollege Schwabe hat den Antrag der Union zu Recht auch fast gelobt. Wir loben auch die Außenministerin Baerbock in ihrer Arbeit. Wir unterstützen das ausdrücklich. Und wenn wir bei der Abstimmung jetzt zur Sofortabstimmung kommen könnten und nicht erst in die Ausschüsse schieben, wäre das nicht nur für Moldau, sondern auch für unser Parlament eine gute Sache. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich bitte, auf das Wiederanlegen der Maske zu achten. Der Bundestag debattiert über die Unterstützung der Republik Moldau. Die nächste Rednerin kommt von der SPD, Johannes Schraps. Vielen Dank, verehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Der Angriffskrieg, den Russland auch in diesen Stunden gegen die Ukraine führt, stellt unsere gesamte europäische Gemeinschaft auf eine schwere Probe. Und diese schwierige Situation, die hat eines ja noch mal ganz, ganz deutlich gemacht. Nur wenn wir solidarisch zusammenstehen und wenn wir gemeinsam an einem Strang ziehen, dann sind wir in Europa und als Europa stark, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Und es reicht nicht aus, dass wir lediglich innerhalb der Europäischen Union gemeinsam handeln und solidarisch miteinander sind. Durch den russischen Angriffskrieg wird deutlich sichtbar, dass die europäische Staatengemeinschaft, und das hat der Kollege Schwabe vorhin schon angesprochen, die Gemeinschaft der Staaten, die ein rechtsstaatlich organisiertes, demokratisches und mit Freiheitsrechten unterlegtes System von Politik und Gesellschaft als ihre fundamentale, als ihre tragende Grundlage begreifen, dass diese Gemeinschaft aus mehr Ländern besteht, als aus den 27 EU-Mitgliedstaaten, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Und die Ukraine, die kämpft seit mehreren Wochen auch für unsere Sicherheit und für unsere Freiheiten. Und die Moldau, die hat seit dem 24. Februar, es ist angesprochen worden, als ärmstes Land Europas die meisten Flüchtlinge pro Kopf aufgenommen. Ein Land, das anders als Polen, Ungarn, Rumänien oder auch die Slowakei und Tschechien als westliches Nachbarland der Ukraine eben noch kein EU-Mitglied ist. Das müssen wir uns auch hier immer mal wieder vergegenwärtigen, denn gerade vor dem Hintergrund der Möglichkeiten, die ein Land mit gerade mal 2,6 Millionen Einwohnern hat, leistet die Regierung der Republik Moldau, leistet die Gesellschaft der Republik Moldau wirklich Außerordentliches bei der Aufnahme und der Unterstützung der Menschen, die vor Leid und Krieg aus der Ukraine flüchten müssen. Und davor kann man eigentlich gar nicht genug Anerkennung ausdrücken, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Und auch deshalb halte ich es für ein außerordentlich wichtiges Signal, dass die Moldau im Zuge der Unterstützungs- und Geberkonferenz in dieser Woche in Berlin finanzielle Zusagen für internationale Hilfen in Höhe von knapp 700 Millionen Euro erhalten hat, darunter die angesprochenen 50 Millionen Euro ungebundene Finanzkredite aus der Bundesrepublik und auch die nochmalige Aufstockung des Hilfspakets aus dem BMZ auf 40 Millionen Euro. Und diese Geberkonferenz, die war auch deshalb wichtig, weil wir damit gegenüber der russischen Regierung deutlich machen, wir lassen die Moldau nicht im Stich, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Und dieses Signal ist ganz, ganz wichtig. Und diese finanzielle Unterstützung, die ist insbesondere in der aktuellen Situation eminent wichtig, das hat eben auch Premierministerin Natalia Gavirizia im Rahmen ihres Berlin-Besuches mehrfach betont, unter anderem am Mittwoch im Auswärtigen Ausschuss. Und es ist also eine sehr gute Initiative von Außenministerin Annalena Baerbock und auch von ihrem französischen und dem rumänischen Kollegen. Und es ist eben auch genau richtig, was die Bundesregierung bereits angestoßen hat. Es kann aus meiner Sicht aber auch nur ein Anfang sein. Und es wird weitere und kontinuierliche Unterstützung notwendig sein, um die Stabilität der Moldau auch zukünftig zu gewährleisten. Gerade vor dem Hintergrund der Diskussionen hier bei uns in Deutschland, wo wir uns ja viele Gedanken darüber machen, wie wir unsere Abhängigkeit von fossilen Energieträgern aus Russland am schnellsten beenden können, die ja je nach Ressource so zwischen 35 und 55 Prozent liegt, da dürfen wir eben unsere Nachbarn in der europäischen Staatengemeinschaft nicht vergessen. Denn einige EU-Mitgliedstaaten und eben auch die Republik Moldau, die hängen bei der Energieversorgung zu 100 Prozent von russischem Gas ab. Und das sind eben noch mal ganz andere Dimensionen. Wir müssen uns also auch um diese Partner kümmern, wenn wir es mit unseren Zielen ernst meinen, die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern und damit eben auch von autoritären Regimen zu beenden, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Und die Republik Moldau hat mit ihrer Regierung vor einigen Tagen einen EU-Beitrittsantrag gestellt. Das ist genannt worden. Und als Teil der europäischen Staatengemeinschaft steht das der Republik Moldau, wie ich finde, auch ganz selbstverständlich zu. Aber bis zu einem EU-Beitritt, da gibt es ja auch noch zahlreiche Zwischenschritte, um eng und vertrauensvoll auch in Zukunft zusammenzuarbeiten im Rahmen der östlichen Partnerschaft, im Zuge der Assoziierungsabkommen, bei den DCFDAs, bei der Visa-Liberalisierung. Überall gibt es aus meiner Sicht noch eine Menge Potenzial, das wir gemeinsam heben können. Und auf dem weiteren Weg müssen wir sicherlich auch noch weitere Formen einer engeren Zusammenarbeit erarbeiten. Im Vorstand des Deutschen Moldauischen Forums versuche ich, wie übrigens auch mein Vorredner Manfred Grund, mit vielen Gleichgesinnten einen Beitrag dazu zu leisten, die bilateralen Beziehungen zwischen Deutschland und der Moldau weiter zu vertiefen, und zwar auch gerade im zivilgesellschaftlichen Austausch. Und Frank Schwabe und auch andere Kollegen haben schon darauf hingewiesen, wir haben jetzt eine proeuropäische Regierung in der Moldau, mit der man innenpolitisch, nach innenpolitisch sehr schwierigen und unruhigen Jahren jetzt endlich auch wieder auf eine vertrauenswürdige Kooperation aufbauen kann. Ein Grund mehr aus meiner Sicht, die Moldau zu unterstützen, so wie es unsere Bundesregierung derzeit sehr fokussiert tut. Diese umfassende Unterstützung, die wird in dem Antrag, denke ich, auch sehr gut beschrieben. Es hätte ihn dafür nicht unbedingt gebraucht. Aber es gibt uns heute und auch in der Beratung im Ausschuss noch mal die Möglichkeit, darauf ein ganz wichtiges Signal zu setzen, nämlich dass demokratische Regierungen bei uns immer Unterstützung finden. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Der letzte Redner in dieser Debatte-Unterstützung der Republik Moldau kommt von den Bündnisgrünen, Julian Palke. Er ist Mitglied im Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Demokratin! Wir sind in einer anderen Welt aufgewacht. So hat es Annalena Baerbock am Morgen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine beschrieben. Zu dieser neuen Welt gehören neue Debatten über Waffenlieferungen, über Energieabhängigkeiten, vieles, das wir uns vor wenigen Monaten nicht hätten vorstellen können. Dazu zählt auch die Selbstverständlichkeit, mit der insbesondere osteuropäische Staaten Geflüchtete aus der Ukraine aufnehmen und versorgen. Auch Moldau. Das Land mit gerade einmal 2,6 Millionen EinwohnerInnen ist nicht an, sondern über der Grenze des Leistbaren, dessen, was die Menschen und die Regierung noch aus eigener Kraft stemmen können. Und deshalb organisiert unsere Außenministerin Geberkonferenzen, reist selber in das Land und stellt Mittel bereit, um Moldau nicht alleine zu lassen. Es geht um Sicherheit. Es geht um Sicherheit für Geflüchtete und BürgerInnen des Landes. Um Würde, damit niemand nach der Flucht ohne Dach und Nahrung dasteht. Und es geht um Solidarität, die nicht nur innen, sondern über die Europäische Union hinaus gelten muss. Und diese Solidarität, die beweisen wir. Dazu gehören die 40 Millionen Euro, die aus der Entwicklungszusammenarbeit bereitstehen und die Aufnahme und Registrierung in Moldau unterstützen. Die Internationale Geberkonferenz hat sogar über 650 Millionen Euro gemeinsam in den Topf geworfen. Die Bundesrepublik hilft mit einem Kredit aus. Die Liste ist lang. Das Auswärtige Amt hat die Evakuierung von Geflüchteten aus Moldau angekündigt. In einem ersten Schritt 2.500 Menschen. Und diesem Beispiel sind andere Staaten gefolgt, sodass wir heute mit über 12.000 Plätzen in Flugzeugen bereitstehen. Das hilft Geflüchteten. Das hilft Moldau. Und das ist insbesondere eines. Solidarisch. Die Moldawische Gesellschaft hat ihre Häuser für Menschen aus der Ukraine geöffnet, für ein Dach und etwas zu essen gesorgt. Und das, obwohl das Land durch den Angriffskrieg selber über das Leistbare gefordert ist. Wer es wagt, sich an die Seite derer zu stellen, die Schutz und Hilfe brauchen, wird Gleichgesinnte finden. Und diese Hilfsbereitschaft und Solidarität ist es doch, die wir uns in den letzten Jahren so sehr auch von der unionsgeführten Bundesregierung gewünscht hätten. Statt wegzuschauen, auch mal hinfahren. Statt Zäune ziehen, lieber aufnehmen. Und statt hartherzig auf andere verweisen, solidarisch handeln. Sie von den Unionsparteien bezeichnen die Luftbrücke in ihrem Antrag als symbolische Geste. Was wir in den letzten Jahren von Ihnen gesehen haben, waren höchstens homöopathische Dosen der Solidarität. Seien wir ehrlich, bisher haben sich CDU und CSU wenig dafür interessiert, wie Länder an den europäischen Außengrenzen damit umgehen, wenn viele flüchtende Menschen dort Schutz suchen, wie es Geflüchteten geht oder ob sie an einem sicheren Ort sind. Aber bewahren Sie sich diesen guten Willen. Wir werden auf Ihre Hilfsbereitschaft zurückkommen, wenn das nächste Rettungsschiff einen sicheren Hafen sucht oder wieder ein Lager brennt. Ich schließe die Aussprache. Wir kommen zur Abstimmung über den Antrag der Fraktion der CDU und CSU auf Drucksache 19 1337 mit dem Titel für eine schnelle und umfassende Unterstützung der Republik Moldau. Wer stimmt für den Antrag? Das ist die antragstellende Fraktionen CDU und CSU und die AfD. Wer stimmt dagegen? Die Koalitionsfraktionen und die Fraktion Die Linke. Wer enthält sich? Niemand. Der Antrag ist abgelehnt. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 13. Erste Beratung des von den Fraktionen der SPD, Bündnis 90 Die Grünen und FDP eingebrachten Gesetzentwurfes zur Änderung des allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes. Für die Aussprache ist eine Dauer von 39 Minuten beschlossen. Die Bundesregierung will die Antidiskriminierungsstelle stärken. Die Leitung soll künftig vom Bundestag gewählt werden. Die Änderung des allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes steht jetzt hier auf dem Tableau. Und als erster Redner wird jetzt der neue Querbeauftragte der Bundesregierung Sven Lehmann von den Bündnis 90 Grünen das Wort erhalten. Er ist parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Aber noch geht es nicht los. Petra Pau hat hier noch eine Pause eingelegt. Dabei haben gar nicht so viele Abgeordnete ihren Sitzplatz gewechselt. Ich kann nicht erkennen, woran es liegt. Aber es scheint sich noch zu verzögern. Und die Frage gilt auch für die Kolleginnen und Kollegen der SPD. Dann kann ich Ihnen derweil noch erzählen, dass die Antidiskriminierungsstelle seit 2018 nur kommissarisch besetzt ist mit Bernhard Franke. Und jetzt Sven Lehmann, den ich ja gerade schon angekündigt habe. Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Seit fast vier Jahren ist die Leitung der Antidiskriminierungsstelle des Bundes vakant. Und diesen Zustand können und wollen wir nicht länger hinnehmen. Daher legen wir heute als Ampelkoalition einen Gesetzentwurf vor, der die Leitung der Antidiskriminierungsstelle nicht nur stärkt und unabhängig macht, sondern auch ihre Wahl weg vom Ministerium hier in den Deutschen Bundestag legt. Eine klare Aufwertung für dieses so wichtige Amt. Ich danke den Koalitionsfraktionen sehr, dass sie so zügig hier diesen Gesetzentwurf einbringen. Denn die Antidiskriminierungsstelle des Bundes spielt eine entscheidende Rolle bei der Bekämpfung von Diskriminierung und damit für unsere offene Gesellschaft. Tag für Tag sind in unserem Land zahlreiche Menschen massiven, teils immer wiederkehrende Diskriminierungen ausgesetzt. Viele etwa finden keine Wohnung, weil ihr Nachname nicht Lehmann, sondern Abdi ist. Andere werden auf der Straße beschimpft oder sogar angegriffen, weil sie Kippa oder Kopftuch tragen. Wieder andere müssen Angst davor haben, sich am Arbeitsplatz als lesbisch oder schwul zu outen. Übrigens nicht nur dann, wenn ihre Arbeitgeberin die katholische Kirche ist. Die Liste ließe sich beliebig vorführen. Bei all diesen Beispielen ist klar, nicht die Diskriminierten müssen sich ändern, sondern die, die diskriminieren, müssen sich ändern. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Antidiskriminierungsstelle ist für all diese Menschen und für viele weitere die zentrale Anlaufstelle. Hier bekommen Sie Informationen über Ihre Rechte, juristische Beratung, Expertise. Die ADS verschafft dem Thema Diskriminierung auch durch gute Öffentlichkeitsarbeit eine hohe Aufmerksamkeit. Und sie untermauert die Debatte durch wissenschaftliche Untersuchungen. Wie wichtig eine grundlegende Stärkung der ADS ist, zeigt auch Ihr aktueller Bericht. 2020 sind die Beratungsanfragen um 78 Prozent angestiegen und damit auf einem Höchststand. Lassen Sie mich an dieser Stelle, ich denke auch im Namen von Ihnen allen, allen Mitarbeitenden der ADS sehr für ihre tägliche und wichtige Arbeit danken. Und ganz besonders Herrn Bernhard Franke, der die ADS jetzt schon seit einigen Jahren kommissarisch führt. Vielen Dank an dieser Stelle. Unser Gesetzentwurf will die Unabhängigkeit der ADS sicherstellen, indem die Leitung in Zukunft auf Vorschlag der Bundesregierung als unabhängige Bundesbeauftragte oder unabhängiger Bundesbeauftragter für Antidiskriminierung durch den Bundestag auf fünf Jahre gewählt wird. Mit der ebenfalls im Koalitionsvertrag verankerten weitreichenden Reform des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes wollen wir dann weitere Schritte gehen hin zu einem umfassenden Diskriminierungsschutz. Ich bin der festen Überzeugung, Antidiskriminierung ist mehr als die Abwesenheit diskriminierender Gesetzes. Es ist die politische Aufgabe, aktiv Vielfalt anzuerkennen und politisch zu fördern. Und deswegen bitte ich Sie sehr herzlich um konstruktive und gute Beratungen zu diesem wichtigen Gesetzentwurf. Vielen Dank. Das war es Sven Lehman, der Querbeauftragte der Bundesregierung ADS, Antidiskriminierungsstelle. Ich komme zurück zu den Wahlen und gebe Ihnen das von den Schriftführern ermittelte Ergebnis bekannt. Erstens Wahl eines Stellvertreters der Präsidentin des Deutschen Bundestages, dritter Wahlgang. Abgegebene Stimmzettel 648. Mit Ja stimmten 95 Abgeordnete. Mit Nein haben 538 Abgeordnete gestimmt. 15 haben sich enthalten. Der Abgeordnete Dr. Michael Kaufmann hat die erforderliche Mehrheit nicht erreicht. Er ist zum Stellvertreter der Präsidentin nicht gewählt. Ich komme zum Ergebnis der Wahl eines... Im Moment habe ich als Sitzungsleitende Präsidentin das Wort. Und ich bitte jetzt alle mit der nötigen Ernsthaftigkeit auch das zweite Wahlergebnis zur Kenntnis zu nehmen und es den Stenografinnen und Stenografen zu ermöglichen, das hier auch festzuhalten. Wahl eines Mitgliedes des Parlamentarischen Kontrollgremiums gemäß Artikel 45 d des Grundgesetzes. Wir haben 736 Mitglieder des Deutschen Bundestages, abgegebene Stimmzettel 648. Ungültig war keine Stimme. Mit Ja stimmten 98 Abgeordnete. Mit Nein stimmten 536 Abgeordnete. 14 haben sich enthalten. Der Abgeordnete Joachim Wundrak hat die nach § 2 Absatz 3 des Gesetzes über die parlamentarische Kontrolle nachrichtendienstlicher Tätigkeit des Bundes erforderliche Mehrheit von 369 Stimmen nicht erreicht. Damit ist er nicht als Mitglied des Parlamentarischen Kontrollgremiums gewählt. Soweit zu den Ergebnissen. Wir fahren in der Debatte zum Tagesordnungspunkt 13. Joachim Wundrak hatte am 23. März 90 Stimmen bekommen, jetzt 98. Es geht immer ein bisschen aufwärts. Und bei diesen Wahlen möchte ich noch einmal daran erinnern, dass die Bündnisgrünen 1983 in den Deutschen Bundestag eingezogen sind und erst 1994 einen Bundestagsvizepräsidenten bekamen, in dem diese gewählt wurde. Mareike Lotte-Wulff. Lieber Herr Lehmann, Sie haben vorhin auf die Wichtigkeit von Antidiskriminierung hingewiesen. Ich möchte sagen, wir haben da sicherlich viele Themen, wo wir Gemeinsamkeiten haben. Sie haben auch Herrn Franke für die Arbeit der kommissarischen Leitung gedankt. Diesen Dank möchte ich mich an dieser Stelle ausdrücklich anschließen, da die Antidiskriminierungsstelle tatsächlich in Corona-Zeiten sehr, sehr viele Fälle abgearbeitet hat und das sicherlich mit einer kommissarischen Leitung nicht so einfach ist. Aber ich glaube, wir müssen heute auch über ein anderes Thema sprechen. Ich habe mich tatsächlich ernsthaft gefreut auf die Arbeit im Familienausschuss und ich war sehr neugierig. Ich war neugierig auf den ersten Gesetzentwurf, den wir von Frau Spiegel vorgelegt bekommen würden. Denn sie hat schon sehr blumig und sehr viel angekündigt, was ihr sehr am Herzen liegt, was ihr wichtig ist und welche Missstände sie in diesem Land bekämpfen will. Heute ist es endlich soweit. Wir haben den ersten Gesetzentwurf von Frau Spiegel vorliegen. Was ist der Inhalt? Der Inhalt ist eine Personalie. Die Besetzung einer gut vergüteten, wenn nicht sogar sehr gut vergüteten und personell sehr gut ausgestatteten Stelle. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich glaube, dass der erste Aufschlag einer Ministerin durchaus den Ton für eine Legislatur setzt. Und dass Sie, Frau Spiegel, Sie sind jetzt nicht anwesend, aber Herr Lehmann, vielleicht richten Sie es aus, dass Sie jetzt im Schnellverfahren als erste offizielle Amtshandlung hier eine solche neue Stelle schaffen, das spricht Bände über Ihr Amtsverständnis und auch Ihre Amtsführung, meine sehr geehrten Damen und Herren. Das ist sehr billig. Und, nee, das ist nicht sehr billig, denn, liebe Frau Spiegel, Sie haben es sehr eilig damit. Deshalb haben Sie ja auch dieses Verfahren, Frau Pullert, Sie schütteln den Kopf. Es ist ein Gesetzentwurf der Fraktionen, aber am 30.03. hat Frau Spiegel bereits eine Pressemitteilung herausgegeben, in der sie festgestellt hat und gesagt hat, dass das Kabinett einer Formulierungshilfe zugestimmt habe, die die Fraktionen nur noch exekutieren müssen. Und da sage ich, liebe Fraktionen von SPD und liebe Fraktionen von FDP, wollen Sie sich wirklich von der Ministerin in dieser Art und Weise den Schneid abkaufen lassen? Seien Sie ein bisschen eigenständiger und nehmen Sie Ihr Recht als gewählte freie Abgeordnete hier wahr. Und wenn, liebe Frau Spiegel, wenn Sie schon einen Gesetzentwurf hier einreichen, der eigentlich schon in trockenen Tüchern ist, bevor er debattiert ist, dann habe ich doch einfach die Bitte, dass den auch alle Fraktionen zugeleitet bekommen und nicht wir erst als Oppositionsfraktion zwei Tage vorher informiert sind, wo doch alle anderen schon am 30.03. darüber informiert worden sind. Kollegin Wulff, gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung der Kollegin Schaufs? Wir kennen uns noch nicht, aber ja, bitte. Ja, vielen Dank, Frau Kollegin Wulff. Wir kennen uns aus dem Ausschuss. Wir hatten noch nicht persönlich das Wort miteinander. Vielen Dank, dass Sie die Frage zulassen. Ich frage deswegen, weil ich glaube, bevor Sie in Ihrer Rede fortfahren, würde ich gerne eins, damit das halt nicht in einem Dauerzustand von einer Falschannahme bleibt, die Frage einmal stellen. Sie haben das ja gerade einmal versucht, auch darzustellen. Das, was wir heute hier vorlegen, ist ein Antrag der Koalition von SPD, Grüne, FDP vorgezogen zur Besetzung, und zwar zur sehr zügigen Besetzung nach vier Jahren Nichtbesetzung der ADS. Das ist der Grund, warum wir als Fraktion sagen, wir wollen das jetzt sehr schnell besetzen. Wenn Sie sich ein parlamentarisches Verfahren auskennen, was in der ersten Wahlperiode nicht immer so einfach ist, dann wissen Sie, das geht auch manchmal schneller, als wenn das Ministerium das macht. Deswegen haben wir auch als Fraktion gesagt, wir haben die Intention, auch in der Oppositionszeit habe ich das vier Jahre lang für meine Fraktion immer gefordert, dass wir jetzt als erstes das machen und diese Besetzung vornehmen, ist, finde ich, ein sehr, sehr guter Vorstoß. Dass Sie daraus jetzt andererseits eine Geschichte erzählen wollen, dass die Ministerin hier nicht agiert oder dass die Ministerin hier etwas nicht tut, ist schlicht und ergreifend der falsche Ausgangspunkt. Deswegen wollte ich Sie einfach noch mal fragen, können Sie einfach noch mal erklären, warum Sie einen Antrag der Fraktionen als einen Regierungsentwurf deklarieren, der er ja nicht ist? Sehr gerne. Vielen Dank für die Zwischenfrage. Ich habe das gerade eben schon erläutert. Am 30.03. gibt es eine Pressemitteilung des Ministeriums, in der Frau Spiegel zitiert wird, dass sie eine Formulierungshilfe des Hauses im Kabinett verabschiedet hat und die Fraktionen, die sie jetzt noch einzubringen haben. Ich persönlich war ja vor im Landtag, finde das auch etwas ungewöhnlich, dieses Verfahren, dass die Pressearbeit sozusagen durch das Ministerium gemacht wird und die Fraktionen dann noch informiert werden. Deshalb kriterisiere ich es hier an dieser Stelle auch und stelle es so dar. Aus meiner Sicht ist es die erste Initiative von Frau Spiegel und sie möchte ja gerne auch öffentlich damit wahrgenommen werden. Ansonsten hätten Sie ja die Pressearbeit gemacht an dem Dienstag danach. Meine Damen und Herren, an dieser Stelle wollen wir uns nach einem ereignisreichen Bundestagstag hier ausklinken. Sie sehen das kleine Fenster. Wir übertragen Ihnen gleich live die Pressekonferenz von Bundeskanzler Scholz mit den Ministerpräsidenten und hier im Programm geht es jetzt mit dem Politik-Talk der Woche weiter Rosenfeld-Feldenkirchen. Liebe Dagmar, schön, dass du da bist, auch jetzt wieder im Studio. Letzte Woche durfte ich mir das Thema aussuchen. Da haben wir über die chaotische Corona-Politik der Bundesregierung debattiert. Heute bist du ran. Worüber reden wir? Über die chaotische Corona-Politik der Bundesregierung. Wir müssen da weiter...